Spock Confused Eine Star Trek Fanfiction, geschrieben von Haizan Tenshi auf fanfiction.de Gelesen von Cherry Witch Kapitel 1 Logbucheintrag des Käpt'ns Nachtrag Der Erstkontakt zu den Bewohnern des Planeten Septimikron wurde nach anfänglichen Problemen und Missverständnissen erfolgreich hergestellt. Ihre technische Entwicklung in Bezug auf stellare Reisen übertrifft unsere Einschätzung im Weiten, was jedoch die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen im Wesentlichen erleichtert. Es scheint, als seien sie seit unserem letzten Besuch, welchem reinen Zweck diente, einen Überblick über ihre Entwicklung zu erlangen, einen großen Schritt nach vorne gegangen. Eine Oberflächenanalyse ergab, dass die Atmosphäre des Planeten für Humanoiden akzeptabel war. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass sie ein reiches Vorkommen von Mineralien besitzen, welches für Handlungszwecke optimal wäre. Die Nordhälfte des Planeten ist dicht bevölkert und mit großen Städten geziert, wohingegen die Südhälfte eher für wirtschaftliche Zwecke genutzt wird und nur von den Arbeitern behaust werden. Dennoch scheint es harmonisch zuzugehen, ohne Kriege und größere Auseinandersetzung. Das äußere Erscheinungsbild der Mikronen, die einheimische Bevölkerung bevorzugt diese Benennung, unterscheidet sich im Wesentlichen nicht sehr von den Menschen. Die Anatomie ist fast identisch, jedoch sind sie durchschnittlich 2,30 Meter groß, sehr schlachsig und haben eine violette Hautfarbe. Mr. Spock und ich biebten zusammen mit einer Landeinheit auf die Oberfläche, um erste persönliche Kontakte zu beginnen. Mit Erfolg! Der Senat des Planeten stimmte nach einem kurzen Gespräch sofort weiteren Verhandlungen zu und erwartet nun voller Ungeduld die angekündigten Abgesandten vom Sternenflotten Hauptquartier. Die zehn Besatzungsmitglieder der Enterprise werden so lange auf dem Planeten verweilen, um sich mit der Kultur und den Bräuchen bekannt zu machen und gegebenenfalls für uns wichtige Handelsgüter zu finden. Die Namen und Personalakten befinden sich im Anhang. Die Enterprise selbst hat ihren Auftrag der ersten Kontaktaufnahme erfolgreich abgeschlossen und wird noch einen weiteren Tag im Orbit des Planeten verweilen, ehe wir unsere Reise in Richtung der nächsten Raumstation fortsetzen, um unseren Ersatzteilvorrat aufzustocken. Alles in allem eine tolle erste Mission. Vier Tage später Mr. Spock, bitte melden Sie sich auf der Brücke. Sims Stimme halte nun seit geschlagenen fünf Minuten in regelmäßigen Abständen über das Intercom durch das ganze Schiff. Ohne Erfolg. Von seinem ersten Offizier fehlte jede Spur, was ihn fast zu Weißglut trieb. Eigentlich hatte er gedacht, dass ihr Verhältnis in den letzten Wochen endlich besser geworden war. Allgemein hatte sich seit der Geschichte mit den Romulanern aus der Zukunft einiges zwischen ihnen verändert. Sie hatten weniger Meinungsverschiedenheiten und Spock gab einen ausgezeichneten ersten Offizier ab, sah sogar über seine Anfängerfehler als Käpt'n hinweg und richtete es so, dass es niemanden auffiel. Dann war da auch noch die Geschichte mit ihrer ersten richtigen Mission, einen neuen Planeten für das Bündnis gewinnen. Auch dabei hatten sie perfekt miteinander harmoniert und es geschafft, die Mikronen zum Vorteil ihres Beitritts zu überzeugen. Und jetzt das. In den letzten zwei Tagen verhielt sich der sonst so ruhige und pflichtbewusste Halb-Vokanier mehr als nur merkwürdig. Es hatte damit begonnen, dass er auf der Brücke ziemlich gereizt reagiert hatte, als Schäkow ihn zum wiederholten Male etwas in Bezug auf die wissenschaftliche Abteilung gefragt hatte, und Spock hatte ihn deswegen so zur Sau gemacht, dass der Arme vermutlich nie wieder ein Wort an ihn richten würde. Jim schob es schlichtweg auf einen schlechten Launemoment, doch damit sollte er sich irren. Bereits wenige Stunden später beim Abendessen war ihm Spock irgendwie bockig erschienen. Er hatte sich mit McCoy ziemlich in der Wolle gekriegt, nur weil dieser die Tischhütten nicht eingehalten und sich an die rechte Seite des Käpt'ns gesetzt hatte. Selbst Jims Bemühen, den Schwarzhaarigen zu beruhigen, trug keine Früchte und es endete damit, dass sein erster Offizier vor Wutschnaubend die Kartine verließ und sich in sein Zimmer begab. Alles im Allem ein sehr seltsames Verhalten, was jedoch am heutigen Tag noch problemlos übertrumpft wurde. Schon vor einer Stunde war Dienstbeginn gewesen und jeder der Brückencrew war anwesend, bis auf einen. Spock, wenn Sie schon nicht ans Intercom wollen, dann schwingen Sie jetzt endlich Ihren Arsch auf die Brücke. Sichtlich genervt, sang Kirk im Kommandosessel zurück, starrte auf den großen Bildschirm vor sich. Er rechnete schon gar nicht mehr damit, dass sein erster Offizier auf den Anruf reagierte. Wahrscheinlich konnte er sich die zehn Minuten warten, genauso gut sparen und sich stattdessen selbst auf die Suche machen. Was zur Hölle ist nur in ihn gefahren? Von einer Meldung an das flotten Hauptquartier sah er zum jetzigen Zeitpunkt noch ab. Es gab sicherlich einen ordentlichen Grund für die ganze Sache und bis dahin sollte es unter Ihnen bleiben. Das hatte auch den Anwesenden der Brücke mehr als deutlich eingebläut. »Sulu, Sie übernehmen! Ich begebe mich auf Spocks Suche!« Sofort war der Asiate auf den Beinen, nahm seinen Platz ein, als Kirk sich erhob und die Brücke verließ. Wo sollte er mit der Suche anfangen? In der Brücke war Spock allen anscheinend nach nicht, denn die dahin geordneten Sicherheitsmänner hatten ihn nicht vorgefunden. Auch die anderen Möglichkeiten wie die Kantine oder das Freizeitdeck hatte er schon überprüfen lassen, doch auch dort fehlte von dem Hybriden jede Spur. Ob er irgendeinen geheimen Lieblingsplatz hat? Die Vorstellung war absurd, aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Wo also konnte sich Spock aufhalten, ohne dass man ihn dort vermutete? Im Maschinenraum? Nein, da hätten ihn sicher schon mehrere Techniker gesehen. In einem der nicht genutzten Lagerräume? Nein, da war der Zutritt verboten und der Bordcomputer zeichnete jeden ungenehmigten Zutritt auf. Selbst der Offizier konnte da nicht einfach so rein. Was gibt es noch? Ach, wo zur Hölle steckt dieser Mistkerl nur? Und warum zur Hölle gab er sich eigentlich solche Mühe, das Ganze unter den Teppich zu kehren? Kirk riskierte hier seine Karriere für jemanden, den er vor wenigen Monaten noch nicht ausstehen konnte und am liebsten geradewegs im Beton einbetoniert hätte. Irgendetwas hatte sich verändert. Seit der Begegnung mit Botschafter Spock hatte sich seine Meinung über den Schwarzhaaring verändert. Vielleicht war das auch nur eine Wunschvorstellung. Spock hatte niemals etwas bezüglich dieser Veränderung erwähnt, doch es schien ihn auch nicht groß zu stören, mit ihm zusammenzuarbeiten, unter normalen Umständen. Die letzten Tage waren eine Ausnahmesituation. Ich muss das endlich klären. In vier Tagen sind wir auf der nächsten Raumstation und bis dahin muss das geklärt sein. Verdammt nochmal, ich bin der Käpt'n! Und so schnell wollte er das Kommando nicht mehr abgeben. Gerade machte es erst richtig Spaß. So öfter konzentrierte er sich wieder auf seine eigentliche Aufgabe. Spock finden. Ein paar Orte konnte er ja ausschließen und irgendwie bezweifelte er auch, dass sich Spock in der Schwimmhalle oder einem der anderen Sportbereiche auffielte. Dann bleibt nur noch die Parkanlage. Zwar hatte er bereits erfahren, dass Spock wenn möglich auch diesen Ort miet, da ihm die hohe Luftfeuchtigkeit und die zahlreichen Pflanzen doch arg zu schaffen machten, doch das war die einzige Möglichkeit, an der er noch suchen konnte, ohne sich komplett dämlich vorzukommen. Welcher Käpt'n vor ihm musste denn bitte schon mit seinem ersten Offizier verstecken spielen? Vermutlich keiner. Ich warne dich, du Spinnerbwachtel. Wenn ich dich finde und du mir keinen triftigen Grund nennen kannst, dann schiebe ich dir den Torpedo so tief in den Arsch, dass er dir aus dem Mund rausschaut und schieße dich dann ins Gebiet der Klingonen. Schnellen Schrittes marschierte er zum Freizeitdeck, durchquerte dies zielstrebig und begab sich zur Parkanlage. Kaum glitt der Schott vor ihm auseinander, wehte ihm auch schon ein tropischer, warmer Lufthau entgegen. Es war schwül, fast schon unerträglich schwül und unglaublich stickig. Diese Grünanlage sollte eigentlich ein Gefühl der Heimat vermitteln, doch kaum Crewmitglieder kamen aus so schwülen Regionen der Erde. Dennoch war der Park beliebt und auch oft am Abend besucht. Der künstliche Sonnenuntergang gehörte zu den beliebtesten Einrichtungen. Wieder willig trat Jim ein, spürte, wie fast augenblicklich die engen Klamotten an seinem Körper zu kleben begannen. Wenn er hier rauskam, war eine Dusche fast unumgänglich. So verschwitzt konnte er seinen Dienst kaum fortsetzen. Hinter sich hörte er, wie der Schott leise wieder zuglitt. Echt toll. Genervt folgte er dem angelegten Weg, musterte dabei die Parkanlage genauer. Bislang war er nur einmal kurz hier gewesen, hatte sich nicht die Mühe gemacht, diesen Teil des Schiffes genauer zu erkunden. Nun bereute er diese Tatsache. Obwohl die Parkanlage nicht sonderlich groß war, wirkte sie gerade gigantisch. Der geschickt angelegte Pfad führte in Schlangenlinien über das Gelände, vorbei an tropischen Pflanzen und schönen großen Bäumen. Wusste man nicht, dass der Raum nur knapp 100 Meter lang war, so bekam man den Eindruck, dass sich hier eine kilometerlange Strecke vor einem erstreckte. Eine Menge Raum zu verstecken. Schnellen Schrittes folgte Kirk dem Weg, musterte dabei seine Umgebung aufmerksam und lauschte. Zu dieser frühen Stunde war der Park nicht besucht, sodass ihm keine Menschenseele begegnete. Spock? Sind Sie hier? Komm endlich raus, du Spitzohr! Keine Antwort. Selbst wenn Spock ihn gehört haben mochte, so hielt er es nicht für nötig, nun darauf zu antworten. Egal. Jim setzte seinen Weg fort, fest entschlossen, jeden Zentimeter des Parks abzusuchen. Ich hau nicht ab, bis ich sie hab, also kommen Sie raus. Wir warten nicht ewig mit dem Dienst auf Sie. Das wird Konsequenzen haben. Seine Stimme wurde in dem dicht bepflanzten Gelände fast erstickt. Es hatte keinen Sinn zu schreien. Verfluchter Mistkerl! Von Sekunde zu Sekunde schlechter gelaunt, stiefelte Jim weiter den Weg entlang, verließ ihn dann an einer ebenen Stelle, die zu einem kleinen Wiese führte und versuchte, sich von dort einen Überblick zu beschaffen. So langsam überkam ihn Zweifel, ob der Gesuchte wirklich hier war. Vielleicht suchte Spock doch einen anderen Ort auf, um sich Ruhe zu gönnen? Vermutlich sollte er es doch noch mal in dessen Quartier probieren und auch im Schrank nachsehen? Vielleicht hatte er ja da Erfolg. Resigniert fuhr er sich mit der Hand über die Stirn, entfernte einige Schweißtropfen, die sich dort bereits sammelten und machte Kehrt. Es hatte keinen Sinn. Wenn Spock nicht gefunden werden wollte, so würde er ihn auch nicht finden. Vielleicht war es doch langsam an der Zeit, die Sternenflotte zu informieren. Dann kriegte er ganz schön Ärger. Eigentlich hatte Jim das nicht gewollt. Eine Bewegung aus den Augenwinkeln riss ihn aus seinen Grübeleien und schnell wandte er den Blick ab, musterte die Umgebung genau. Alles lag ruhig da, kein Blatt bewegte sich und nichts war zu hören. Hatte er sich vielleicht nur getäuscht? Nein. Sein Instinkt sagte ihm, dass da etwas, besser gesagt, jemand war. Lautlos schlich er näher. Versuchte zu deuten, ob es sich bei der Person nun um Spock handelte oder nicht. Es kann nur Spock sein. Sonst würde sich jeder zu erkennen geben. Ich bin der Käpt'n. Spock, kommen Sie raus, ich weiß, dass Sie da sind, sagte er eindringlich. Zielstrebig steuerte er auf die dicht bewachsene Baumreihe zu. Die weit herabhängenden Äste verbargen gut, was sich dahinter verbarg. Doch mit jedem Schritt, der ihn näher heranbrachte, wurde er sich sicherer, dass die Gestalt nur sein erster Offizier sein konnte. Sie bewegte sich noch immer, flüchtete jedoch nicht. Stattdessen wirkte es so, als würde sie sich dort auf dem Boden bequem machen. Irritiert nahm Jim das zur Kenntnis, streckte die Hand aus und drückte einen der Äste zur Seite, um hindurch schlüpfen zu können. Das widerspenstige Ding wollte es ihm nicht leicht machen, doch als er es überwunden hatte, erkannte er nun deutlich die schwarzhaarige Person, die rücklings auf dem dichten Gras lag und ihn abwartend musterte. Scheinbar hatte er schon damit gerechnet, gleich entdeckt zu werden, denn in den vulkanischen Zügen zeigte sich die nicht die kleinste Spur von Überraschung. Kirk straffte die Schultern, richtete sich voll ins Auf und erwiderte den durchdringenden Blick mit derselben Entschlossenheit. Spock, was zur Hölle machen sie hier? Ihr Dienst hat vor über einer Stunde begonnen und sie sind nicht erschienen. Für so verantwortungslos hatte ich sie gerade nicht eingeschätzt. Der Ausdruck in den eben noch kritisch dreinblickenden Augen verwandelte sich in einen abfälligen. Spock stieß ein kurzes Lachen aus, winkte dann ab und schürzte die Lippen. Sie kommen da oben auch sehr gut ohne mich aus, Captain, murmelte er betont ironisch, was so gar nicht zu dem schwarzhaarigen Passte. Irritiert musterte Jim ihn, versuchte jedoch sich nicht auf einen Streit einzulassen. Besonders die letzten Tage hatte Spock besonders darauf angelegt, ihn zu provozieren. Er schien es geradezu auf eine Schlägerei ankommen lassen zu wollen. Betont lässig zuckte er also mit den Schultern. Wenn Sie das meinen, dennoch würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Ein paar Sekunden der Stille verging, dann nickte sein Gegenüber als Zeichen der Einverständnis. Was zur Hölle ist in Sie gefahren? Sie benehmen sich kindisch. Er stemmte die Hände an der Hüfte, musterte ihn nun tadelnd. Spock hingegen blieb ruhig, setzte sich nun auf und legte die Arme locker um die angezogenen Knie und sah ihn mit einem gewissen Funkeln in den Augen an, welches Kirk noch nie bei ihm gesehen hatte. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, so hätte er glatt behauptet, es sollte herausfordernd wirken, vielleicht sogar eine Spur so, wie er sonst immer andere aus der Reserve zu locken versuchte. Warum nicht? Hast du nicht gesagt, ich solle mich nicht so benehmen, als hätte ich einen Besenstiel verschluckt? Murmerte der Schwarzhaarige leise, was dazu führte, dass sich bei Jim die kleinen Nackenhärchen aufstellte. Aber dieser Tonfall, das ganze Verhalten und der Fakt, dass er ihm plötzlich duzte, all diese Faktoren verstärkten Jims Vermutung, dass hier etwas gehörig im Argen lag. Dennoch wollte er auf dieses Spiel eingehen, nicht klein beigeben. Vielleicht bekam er auch so die Möglichkeit herauszufinden, was genau hier los war und warum sich Spock so anders verhielt. Langsam trat er einen Schritt näher, setzte sich neben den Älteren auf das weiche Gras und musterte ihn. Ja, habe ich gesagt, aber gerade übertriffst du jeder meine Erwartungen. Bewusst verwendete er jetzt auch die persönliche Anrede, wollte Spock damit zeigen, dass auch er zu diesem Spiel in der Lage war. Also, was ist jetzt eigentlich los mit dir? Es stört mich nicht im Geringsten, dass du mal ein wenig... lockerer wirst, aber das von den letzten Tagen ist dann doch ein wenig zu viel. Spocks Augenbrauen wanderte in einer gewohnten Geste in die Höhe, er seufzte und den Kopf schüttelte. Nichts ist los, ich fühle mich prächtig, als könnte ich Bäume ausreißen, sagte er nun sarkastisch. Glaub ich dir irgendwie nicht, sonst hättest du den Wald hier längst abgeholzt, also spuck's endlich aus, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Irgendwas stört dich, du fährst Chekhov ohne triftigen Grund an, suchst Streit mit McCoy, nur weil er neben mir sitzt und erscheinst nicht zum Dienst. Man könnte fast meinen, ich hab's hier mit einem schlechten Klon zu tun. Ein kurzes, kaltes Lachen entwich Spocks Lippen, er sich wieder fasste und seinen Vorgesetzten mit dem Blick zu durchbohren schien. Das geht dich überhaupt nichts an. Du bist der Käpt'n des Schiffes und musst dich darum kümmern, dass alles tadellos läuft. Ich habe einfach keine Lust mehr, ständig neben dir rumzustehen, das geht mir auf den Strich. Oha, diese Wortwahl passte so gar nicht zu seinem sonstigen Vokabular. Immer überraschter lehnte sich Jim weiter zurück, stützte sich dann mit den Händen nach hinten ab. Es geht mich sehr wohl etwas an. Ich bin der Käpt'n und habe dafür Sorge zu tragen, dass es der Crew und dem Schiff gut geht. Du bist ein Teil dieser Crew, also gehörst du auch zu meinem Beobachtungsbereich. Nun schwang der Ausdruck in den dunklen Augen erneut um. Dieses Mal jedoch in Zorn. Abgrundtief starken Zorn, der sogar ihre Konfrontation vor einigen Monaten noch übertrumpfte. Ach, das ist's also. Ich bin nur ein Teil deiner Pflicht. Na, wenn's weiter nichts ist, kannst du gerne wieder Leine ziehen. Meinen Dienst kann ich auch quittieren. Okay, das hätte er nun wirklich nicht beabsichtigt. Beschwichtigend hob Kirk die Hände, versuchte Situation wieder zu entschärfen. So war das doch nicht gemeint. Ich wollte nur deutlich machen, dass ich mir Sorgen mache. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen und ich will wissen, was es ist. Du bist nicht du selbst, seit wir auf der Rückreise sind. Also, spuck's endlich aus. Was ist los? Gar nichts. Jetzt wirkte Spock wieder ein wenig bockig. Seine Haltung zeigte deutlich, dass er nicht mehr weiter sprechen wollte. Doch Jim konnte und wollte jetzt nicht locker lassen. Du hast angefangen, mit mir drüber zu reden, also musst du es jetzt auch zu Ende bringen. Das ist doch nur logisch, oder? Er grinste zaghaft, bemerkte, dass sich der Vulkanier langsam wieder etwas zu entspannen schien. Erleichtert nahm er diese Veränderung zur Kenntnis. Es war nicht seine Absicht gewesen, Spock noch mehr zu reizen. Dafür mochte er seinen ersten Offizier doch zu gern. Es war schon seltsam, wie schnell man die Meinung über eine Person ändern konnte und ins Boxfall hatte sie sich wirklich um 180 Grad gedreht. So langsam begann er zu bemerken, dass die beiden doch gute Freunde werden konnten, selbst wenn in seinem Kopf diesbezüglich noch ein großes Durcheinander herrschte. Die letzten Wochen war er sich in vielen Sachen nicht mehr ganz so sicher, wie er eigentlich gedacht hatte. Ich weiß auch nicht, was los ist, begann der Schwarzhaarige dann leise, senkte dabei den Blick, fast so als wäre es ihm peinlich, hier mit Kirk darüber zu reden. Dieser hingegen wartete geduldig, wollte sich die ihm bietende Chance nicht wieder durch einen unüberlegten Kommentar verbauen. Es ist seltsam. In den letzten Tagen habe ich keine Kontrolle mehr über meine Gedanken und Emotionen. Er schluckte, blickte kurz zu Jim herüber, er wieder scheinbar fasziniert einen Grashalm musterte, während er fortfuhr. Sie gehen in viele Richtungen und ich kann es nicht mehr beeinflussen. Sie sind zu stark. Erneut hielt er inne, warnte sich dann an Jim. Die Unsicherheit in den dunklen Augen war deutlich zu erkennen, dennoch fuhr er leise fort. Sie betreffen auch dich. Sie drehen sich hauptsächlich um dich und lassen sich nicht mehr unterdrücken. Mir ist nicht einmal klar, wo sie herkommen. Es passiert einfach so plötzlich. Resigniert, sank der Vulkaner wieder nach hinten, kam auf dem Gras zum Liegen. Den Ausdruck auf seinem Gesicht konnte man fast schon als verzweifelt bezeichnen, und das erste Mal bemerkte auch Jim, dass Spock irgendwie erschöpft wirkte. Ganz leicht zeichneten sich dunkle Ringe unter seinen Augen ab, zeugten davon, dass er die letzten Tage nicht gut, wenn überhaupt nicht geschlafen hatte. Gezwungen ruhig blieb er sitzen, ließ den Blick weiter über seinen Freund wandern. Vielleicht solltest du mal zu Dr. McCoy. Er kann dich untersuchen und mit etwas Glück findet er heraus, was mit dir los ist. Vielleicht nur der Stress. Die letzten Monate waren nicht einfach für dich. Ich bin zwar kein Psychologe, aber sowas kann sich an einem zerren, murmelte er leise, doch wie erwartet schüttelte Spock den Kopf. Nein, ein Besuch in der Krankenstation ist wenig sinnvoll. Diese Symptome haben nichts mit Stress zu tun, sie sind viel persönlicher Natur. Nun, wenn du nicht mit Pille darüber reden willst, dann vielleicht mit mir. Es kann dir ja nur helfen, wenn wir darüber reden, vor allem, wenn es scheinbar auch um mich betrifft. Unsicher Glitzbox blickt nun wieder zu ihm empor, suchte den Kontakt zu Jims. Es ist mir unangenehm, über so persönliche Dinge zu sprechen, Käpt'n, murmelte er dann leise. Dann sieh mich jetzt nicht als Käpt'n, sondern als einen Freund, der dir helfen will. Also los, was geht in dir vor? Warum bist du in der Kantine so durchgedreht? Sicherlich nicht wegen der doofen Etikette. Nein, das gewiss nicht, erwiderte der schwarzhaarige Leise. Es war ihretwegen. Ich war nicht damit einverstanden, dass Dr. McCoy so dicht bei ihm saß. Nun war Kirk sprachlos. Hatte Spock ihm wirklich das gesagt, was seine Ohren ihm weismachen wollten? Oder bildete er sich das Ganze wirklich nur ein? Handelte es sich vielleicht um einen schlechten Tagtraum, oder hatte Pille wieder eines seiner Medikamente an ihm ausprobiert? Jim, reiß dich zusammen, konzentrier dich. Ich, Spock, meinst du etwa, dass, dass du eifersüchtig bist? Angesprochener Schwieg ein paar Minuten, schien ernsthaft über die Frage nachzudenken, er zaghaft nickte. Für Spock schien diese Worte fast wie eine Erlösung gleichzukommen. In Jims Kopf hingegen rasten die Gedanken Achterbahn. Spock ist eifersüchtig? Das heißt, er mag mich. Kaum hörbar kamen diese Worte über seine Lippen, blieben jedoch von einem gewissen Halbvokania ungehört. Kapitel 2 Nach diesem erkenntnisreichen Gespräch schien eine große Last von Spocks Schultern zu fallen. In Jims Augen wirkte er nicht nur besser gelaunt als jemals zuvor, sondern auch wieder halbwegs normal, wobei die Betonung auf dem kleinen Wort halbwegs lag. Diese fast schon strahlende Aura, die ihn nun umgab, passte so gar nicht zu seinem Sonstigen, denn noch war sie Jim lieber als diese düstere, fast schon angsteinflößende. Mit einem gut gelaunten Spock wurde er eher fertig als mit einem Depressiven, der die Leute um sich herum zu sau machte und schlechte Laune verbreitete. Du bist also eifersüchtig. Aber wieso? Warum solltest du auf die anderen Offiziere eifersüchtig sein? Also wirklich, Spock, das klingt doch ein wenig kindisch, findest du nicht? Er lachte, bemerkte jedoch selbst, dass er unsicher klang. Darauf kann ich auch keine Antwort geben. Fakt ist, dass diese Beschreibungen am besten auf die Empfindung passen, die mich die ganze Zeit auf der Brücke und überall sonst heimsuchen. Eifersucht. Er schien kurz über die Bedeutung dieses Wortes nachzudenken. Ich hätte niemals gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin. Nicht einmal bei Nyota wäre ich während unserer gemeinsamen Zeit zu so einer Empfindung fähig. Doch in ihrer Gegenwart scheint es ganz leicht zu sein. Ob sich Jim über diese Aussage freuen oder lieber die Flucht ergreifen, wusste er selbst noch nicht so genau. Jedoch war es ihm gelungen, den Grund für Spocks seltsames Verhalten herauszufinden. Aber jetzt muss ich nur noch klären, warum er ausgerechnet jetzt die ganzen Gefühlsausbrüche hat. Bisher hatte er immer gedacht, dass Vulkan ja kaum Gefühle besaßen, sie wenn dann nicht so tief reichen konnten, wie Spock sie eben schilderte. Doch hier auf der Enterprise leinte man ständig Neues. Dem wurde er sich einmal mehr klar. Nun denn, dann wollen wir es mal dabei belassen. Jetzt, da wir es geklärt haben, was mit ihm los ist, fällt es ihm doch sicherlich auch leicht, diese Emotion zu kontrollieren, oder? Im Dienst ist so etwas mehr als hinderlich. Gleichzeitig nahm er sich fest vor, so schnell wie möglich diese Fakten mit Pille zu besprechen. Sollte mit Spock irgendetwas nicht stimmen, so mussten sie schnellstmöglich eine Lösung für ihr Problem beschaffen. Ja, ich gebe mein Bestes. Dennoch würde ich sie bitten, mich von dem heutigen Dienst zu befreien. Um meine Emotionen unter Kontrolle zu bringen, kann nur eine sofortige Meditation helfen. Jim nickte langsam. Gar keine so schlechte Idee. Geh in dein Zimmer, ruhe dich aus und schlaf ein wenig. Später sieht die Sache schon ganz anders aus. Und jetzt los. Gemeinsam erhoben sich die beiden, ordneten ihre Klamotten und streiften ein paar Grashalme ab. Ich muss noch einiges erledigen. Unbewusst war er beim Duzen geblieben, störte sich jedoch auch nicht daran. Im Kopf war er schon ganz woanders. Nämlich bei McCoy auf der Krankenstation. Nach seiner Rückkehr auf die Brücke informierte er die restlichen Brückenoffiziere, dass Spock für den heutigen Tag freinahm und ordnete jemanden anderen aus der wissenschaftlichen Abteilung an, um dessen Platz zu übernehmen. Anschließend hatte er vorgehabt, direkt in die medizinische Abteilung zu gehen, doch wurden seine Pläne je unterbrochen, als Uhura ihm dezent darauf aufmerksam machte, dass noch einige Aktenkram erlegt werden musste. Ihr Blick ließ zudem keine Entschuldigung zu, sodass der Käpt'n der Enterprise lieber Klein beigab. Auf eine weitere Auseinandersetzung an diesem Tag hatte er aber weitem keine Lust. Grummelnd machte er sich also über die elektronischen Dokumente her, überflog sie kurz und signierte sie. Würde schon alles seine Richtigkeit haben. Außerdem, niemand konnte von ihm verlangen, dass er das Zeug hier wirklich bis ins kleinste Detail durchgeht. Ich hätte doch besser direkt verschwinden sollen. Eine kurze Info übers Intercom hätte vollkommen gereicht. Tadelte er sich gedanklich selbst, während er immer schneller die Berichte überflog und beiseite legte. Am Rande nahm er die grinsenden Blicke von Sulu und Chekhov wahr, sowie den Zufriedenen von Uhura. Mann, diese Frau hatte es echt in sich. Kirk fragte sich, wie Spock es überhaupt so lange mit dieser Frau ausgehalten hatte. Gut, sie hatte sicher ihre Vorzüge, aber wenn sie überall so bestimmt war, wie hier, dann gute Nacht. Eine gute Stunde später war dann endlich das Wichtigste erledigt und ehe noch jemand etwas von ihm wollen konnte, sprang er mit Rekordgeschwindigkeit aus dem Kommandosessel und eilte zum Turbolift. Medizindeck, befahl er dem Computer und nur eine Sekunde später glitt die Schotten zu und die Kapsel setzte sich in Bewegung. Jetzt hatte er endlich seine Ruhe und konnte den Dingen nachgehen, die ihm mehr beschäftigen als Berichte. Ah, Jim, da bist du ja. Ich habe schon versucht, dich zu erreichen. Verwundert hob der Blonde den Blick, bemerkte erst jetzt, dass er sein Ziel schon erreicht hatte und vor ihm das Medizindeck lag. Pille hatte ihn scheinbar gleich gesehen, denn er stand lässig an die Wand gelehnt neben dem Turbolift und musterte ihm mit diesem gewissen Blick, der einem ankündigte, dass er bereits die Lunte gerochen hatte. Hey, ja, sorry, ich war ziemlich beschäftigt, Aktenkram und so weiter, die Furie wollte mich nicht gehen lassen, scherzte er grinsend und musterte seinen Freund kurz. Dieser klopfte ihn nun auf die Schulter, dirigierte ihn dann aus dem Lift heraus und den Gang entlang. Wow, noch vor ein paar Monaten hast du alles probiert, um diese Furie ins Bett zu kriegen. Woher dieser plötzliche Sinneswandel? Ah, weißt du, Meinungen ändern sich, erwiderte Kirk Heck, zwinkerte. Dann wurden die beiden ernst. Du bist wegen Spock hier, oder? Verwundert blieb Jim stehen. Woher weißt du denn das schon wieder? Ist der Buschfunk so schnell? Das auch. Aber deine Durchsage heute Morgen waren kaum zu überhören. Jede Taube hätte mitbekommen, dass Spock nicht auffindbar war. Nachdem auch dann noch mehrere Leute durch meine Abteilung galoppiert waren, waren alle noch so kleinen Zweifel beseitigt. Also, schieß los. Was ist los mit dem Spitzohr? Hat er seine guten Manieren verloren? Ein dünnes Lächeln schlief sich auf Jims Lippen, während er sich wieder in Bewegung setzte und durch den Korridor schritt. Den Crewmitgliedern, die ihnen entgegen kamen, schenkte er gar keine Beachtung. In Gedanken war er schon wieder bei ihrem Problemfall. Wir sollten das nicht hier besprechen. Wenn der Buschfunk wirklich so gut ist, will ich wenigstens versuchen, ihn ein wenig aufzuhalten, mummelte er leise. Zum Glück war Pille nicht schwer vom Begriff und verstand den Wink mit dem Zaunfall. Sie brauchten einen Ort, an dem sie ungestört sein konnten und niemand etwas mitbekam. Gemeinsam begaben sie sich also zum nächsten kleinen Besprechungsraum, verriegelten die Tür hinter sich und ließen sich dann auf den Stühlen am Tisch nieder. Also, schieß los, was bedrückt dich? Scheinbar weißt du schon ein wenig mehr als ich und das mag ich nicht, drängte McCoy auf seine übliche Art und Weise, was Jim jedoch nicht weiter störte. Immerhin handelte es sich bei dem Mann vor ihm um seinen besten Freund, der alle Probleme und jeden Schwachsinn mitmachte. Ich habe ihn vor einem Park gefunden. Er ist wirklich nicht er selbst und es hat sich herausgestellt, dass er eifersüchtig ist. Eifersüchtig? Überrascht, pfiff Pille durch gespitzte Lippen. Hast du dich vor ihm an einen Huger rangemacht oder was? Dann kann ich es ja verstehen. Sofort schüttelte dieser den Kopf. Nein, habe ich nicht. Außerdem ist das zwischen den beiden wohl schon eine Weile aus. Aber jetzt im Ernst. Er hat gemeint, er ist eifersüchtig auf jeden, der in meiner Nähe ist. Deswegen ist er auch vorgestern in der Kantine so ausgetickt. Er war stinksauer. Nun wurde auch der Arzt etwas skeptisch. Bist du sicher, dass er dich nicht nur verarscht? Wahrscheinlich hast du wieder irgendwo Mist gebaut und das ist deine Art, sich an dir zu rächen. Hast du vielleicht seinen Geburtstag vergessen? Nein, das sicher nicht. Mensch, Pille, das ist etwas Ernstes. Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist Vulkania und die verhalten sich doch nicht grundlos so, oder? Hilfesuchend wanderte sein Blick über den Tisch zu seinem Freund, der jedoch nur mit den Schultern zuckte. Eigentlich nicht. Aber wer weiß schon, was bei Hybriden rauskommt. Vielleicht hat er die eine Hälfte seines Lebens wie in Vulkania gelebt und entdeckt nun die menschliche Seite an sich. Oder irgendwas in seiner Psyche hat einen kurzen gehabt. Am liebsten würde ich eine ausgiebige Untersuchung an ihn durchführen, aber er ist genauso gut darin, seine Termine zu umgehen wie du. Kirk fühlte sich ein wenig getadelt, nahm es ihm jedoch nicht übel. Im Grunde hatte Pille ja auch recht. Eine ausführliche Untersuchung war das einzig Richtige in einer solchen Situation. Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen? Er wird wohl kaum freiwillig mit mir herkommen. Ich war ja schon froh, ihn in sein Zimmer zu kriegen. Und das jetzt nicht auf die Art, die du vielleicht denkst. Doch McCoys Grinsen verriet deutlich, wie er die Zweideutigkeit aufgefasst hatte. Ja, ja, wenn du das sagst, erwiderte er nur schmunzelnd, verschränkte die Arme hinter den Kopf und musterte den Jüngeren weiter. Versuch doch, seine Eifersucht ein wenig mit einzubeziehen. Vielleicht bringt's das ja, wenn du ein wenig mit ihm spielst. Ich meine, dieses Wissen muss man sich doch zunutze machen. Die zweite Möglichkeit wäre dann noch, dass wir ihm ein starkes Sedativ ins Trinken schmuggeln. Nur dann wird er dich vermutlich hinterher killen. Gedanklich wog Jim die beiden Vorschläge ab. Entschied sich dann jedoch dafür, dass sie es lieber mit der Eifersuchtsnummer versuchen würden. Da konnte noch am wenigsten passieren. Wobei, Vulkanier waren auch in dieser Hinsicht sicher immer für eine Überraschung gut. Bring ihn morgen in aller Früh zu mir. Ich denke mal, es sollen so wenig wie möglich mitbekommen, was hier vor sich geht, oder? Das stimmte. Es wussten bereits zu viele Leute von den Geschehnissen der letzten Tage. Und wenn nichts zur Sternflotte durchsickern sollte, solange die Lage nicht geklärt war, mussten sie ab jetzt vorsichtiger vorgehen. Zum Glück musste er das bei Pille nicht extra erwähnen. Es war, als könnte der Arzt seine Gedanken lesen. Okay, dann komme ich morgen um halb fünf mit ihm her. Habe ja noch ein wenig Zeit, mir was zu überlegen, das nicht beinhaltet, ihn zu knebeln und zu fesseln. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und informiere mich, falls du Hilfe brauchen kannst. Mir würden da schon ein paar schöne Eifersuchtsszenen einfallen. McCoys Grinsen zeigte deutlich, wie viel Spaß er an dieser Situation fand. Doch Kirk konnte sich auch sicher sein, dass er mit Ernst an die Sache heranging. Danke, Pille. Dann bis morgen. Mit einem letzten Gruß verließen die beiden den Besprechungsraum wieder und trennten sich. Kirk hatte seine Schicht bereits hinter sich, während McCoy noch die restliche Nachtschicht bevorstand. Dank einer Reihe von Erkältungen war das medizinische Personal mit Leitungserfahrung ziemlich rar geworden, weshalb er nun einen 24-Stunden-Dienst schob. Jim beneidete ihn nicht darum. Erschöpft schlenderte er zurück zum Turbolift, ließ sich aufs Offizierdeck bringen und suchte dort seine Kabine auf. Als Käpt'n hatte man wenigstens das Privileg, eine schöne große Kabine zu besitzen. Zwar hatte er nicht viele Habseligkeiten, aber dennoch tat es gut, sich ausbreiten zu können. Und einen Bettmach-Service hatte man ebenfalls. Gut, denn Kirk war in solchen Sachen trotz der Akademiezeit nicht sehr betucht. Seufzend ließ er sich aufs Bett fallen, vergrub die Hände unter dem Kopfkissen und knallte es sich passend zurecht. Weich! Ihr Milch könnte gar nicht mehr aufstehen! Doch ein weiteres Mal an diesem Tag schien ihm das Glück nicht vergönnt zu sein. Kurze zehn Minuten später summte das Intercom, unwillig aufzuhören, selbst nachdem er eine geschlagene Minute es ignoriert hatte. Brummend und schlecht gelaunt kämpfte sich der Blonde also wieder aus dem Bett, stolperte dank der nervigen Bettdecke zum Intercom rüber und verteilte diese dabei über das ganze Zimmer. Verfluchter Dreck aber auch, zischte er leise, ehe er auf den Knopf des Intercoms drückte. Kirk hier, was gibt's? Hier Uhura, Käpt'n. Es gibt allen Einschein nach wieder ein Problem mit Spock. Alarmiert, spitzte Jim die Ohren. Was wäre denn nun schon wieder passiert? Ich höre, brummte er leise, suchte jedoch schon sein Oberteil, welches wenige Minuten zuvor quer durchs Zimmer geflogen war und irgendwo auf dem Regal zum Hängen kam. Wirsch zog er es herunter, stülpte es sich über den Kopf und richtete es ordentlich hin. Scheinbar eine Auseinandersetzung vor seiner Kabine. Na super, das hat er gerade noch gefehlt. Ich bin schon unterwegs und schicken Sie keine Sicherheitsleute hin, das kläre ich. Uhura bestätigte mit einem knappen Ja, unterbrach so dann die Verbindung. Kirk hingegen war schon aus dem Zimmer geeilt und sprintete los zu Spocks Kabine. Dieser war zum Glück auf demselben Deck, lediglich am anderen Ende. Worin der Sinn lag, den Käpt'n und den ersten Offizier eines Schiffes soweit getrennt unterzubringen, war ihm zwar immer noch nicht ganz klar, aber darüber sollte er sich später Gedanken machen. Dieser Arsch, dabei habe ich ihm doch gesagt, dass er sich zusammenreißen soll. Er war noch einige Meter vor der Kabine entfernt, da hörte er schon wütende Kampfgeräusche. Scheinbar waren es nicht nur zwei, sondern es hatte sich schon eine etwas größere Meute versammelt. Kirk bog um die letzte Ecke, erhaschte sogleich einen Blick auf eine Traube von Personen. Die eine Hälfte hatte sich Spock geschnappt, versuchte mit vereinten Kräften diesen ruhig zu halten. Die andere kümmerten sich um einen Mann, den Jim noch nie zuvor gesehen hatte. Er schien in Rage zu sein, hatte bereits die ersten Anzeichen eines fetten Pfeilchens und versuchte sich loszureißen, um erneut auf Spock zuzustürmen. Doch die Männer hielten die beiden zum Glück gut fest, verhinderten so, dass die Prügelei noch schlimmer wurde. Jim schlüpfte in die Rolle des strengen Käpt'ns, überwand die letzten Meter und erhob dann seine Stimme. »Auseinander! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Sind wir hier in der Grundschule oder was?« Er stellte sich genau zwischen die beiden Strähthähne, gab keinen von ihnen die Gelegenheit, zu Wort zu kommen. Zuerst wandte er sich an den Fremden, den er nicht kannte. »Um sie kümmere ich mich später. Verschwinden Sie von hier und melden Sie sich bei Dr. McCoy. Er wird sich das ansehen.« Er nickte zu den immer deutlich werdenden Feilchen unterhalb des Auges, dann wendete er sich ans Bock, fixierte diesen fest. »Und sie? Sie kommen mit mir! Sofort und ohne Widerworte!« Fest griff er den Halbvokanier am Oberarm, woraufhin die Männer ihn losließen. Zum Glück wagte Spock auch gar nicht, Widerworte zu geben. Die eben noch in seinen Augen deutlich sichtbare Wut schien verraucht zu sein, und er wurde wieder zahmer. »Das alles bleibt unter uns. Wenn ich auch nur einen offiziellen Bericht zu Augen bekomme, dann könnt ihr was erleben. Verstanden?« Allgemeines Schweigen, dann ein zögerliches Nicken. »Und jetzt los! Der Spaß ist zu Ende!« Mit diesen Worten wandte er sich wieder an Spock, sah diesen eindringlich an, er ihn am Arm mit sich zog, den Gang entlang zu seiner Kabine. Dort angekommen, zog er Spock mit hinein, dirigierte ihn zum Bett und zwang ihn darauf, Platz zu nehmen. Allgemein kam sich Jim gerade wie der strenge Vater vor, der seinen Sohn ausschimpfen musste. Doch das war an Anschein nach auch die Pflicht eines Käpt'ns. »Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar und deutlich ausgedrückt, keine Auseinandersetzung mehr. Warum das dann da gerade eben?« Aufgebracht musterte er den Schwarzhaarigen, welcher seinen Blick auswich. Ein untypisches Verhalten, welches erneut bewies, dass die Untersuchung am nächsten Morgen mehr als nötig war. »Morgen früh um halb fünf erwartet uns Dr. McCoy. Er wird eine umfassende Untersuchung vornehmen, um festzustellen, was los ist. Du wirst dort hingehen und das ohne Terz zu machen oder neuen Streit anzuzetteln. Verstanden!« Sichtlich geknickt nickte Spock und Jim nutzte diese Gelegenheit, um einmal tief durchzuatmen. Es hatte keinen Sinn, hier rumzuschreien, dennoch hatte er ein Ventil gebraucht, um seine Wut Luft zu machen. Wesentlich sanfter fuhr er dann fort. »Gut. Da das nun geklärt ist, gibt es noch etwas, was ich dir mitteilen muss. Heute Nacht wirst du hier schlafen.« Irritiert hob der Vulkanier nun den Blick. »Wieso?« fragte er, ehe er überhaupt nachdenken konnte. »Was hat das für einen Sinn?« »Ganz einfach.« Jim ließ sich auf den Stuhl am Schreibtisch nieder. »So habe ich dich ständig im Blick. Im Moment sieht es so aus, als bräuchtest du einen Babysitter, und da ich das keinem zumuten will, der dich nicht unter Kontrolle halten kann, werde ich das persönlich übernehmen. Also, mach es dir bequem. Vor morgen früh kommst du hier nicht mehr raus.« Damit war für ihn das letzte Wort gesprochen, und da Jim fest entschlossen war, sich jetzt nicht mehr die Nerven rauben zu lassen, entledigte er sich wieder seine Shirts und machte es sich auf der anderen Betthälfte bequem. »Leg dich hin und schlaf. Was anderes bleibt dir nicht übrig.« Spock, der bisher noch keinen Mucks gesagt hatte, wandte sich langsam um. Jim konnte es an dem leisen Ächzen des Bettes deutlich erkennen. »Dir ist klar, dass es keineswegs fair ist, so etwas von einem Vulkanier zu verlangen, oder?« »Ja, ist mir klar«, bestätigte Jim grummelnd. Er hatte den Kopf bereits wieder ins Kissen vergraben und die Decke hochgezogen. »Und jetzt denk nicht mehr nach, sondern leg dich hin. Du bist den ganzen Tag auch prima ohne deine Logik zurechtgekommen. Also wirf sie auch jetzt über Bord.« Jim seufzte, blickte noch einmal kurz zu dem Schwarzhang rüber, der noch immer, wie er starrt, auf der Bettkante saß. Scheinbar unschlüssig, was er machen sollte. »Gott, Spock!« Fast schon entrüstet hob Jim die Hand, fasste den Vulkanier an der Schulter und zog ihn richtig aufs Bett. »Nein, Jim, das ist... seltsam.« »Ich weiß. Fühlt sich für mich nicht besser an. Ich habe seit der Grundschule mit keinem Kerl mehr in einem Bett geschlafen. Aber sie könnte sich wohl kaum auf dem Boden bequem machen.« Zögerlich streckte sich Spock nun auf der anderen Betthälfte aus. »Es wäre mir lieber, in der Arrestzelle zu schlafen, als hier.« »Warum denn das? Außerdem, dann würde so ziemlich jeder mitkriegen, dass irgendetwas nicht stimmt.« »Das will ich nicht riskieren,« erwiderte Jim leise, löschte mit einem kurzen Griff zur Wand hinüber das Licht. »Es fühlt sich so fremd an. Ich... ich befürchte, dass ich die Kontrolle wieder bei mich verliere.« »Stimmt, ja. Da war ja was mit der Eifersucht.« »Wenn Spock schon so fühlte, wenn sich nur jemand anderes neben ihn setzte, wie mochte es ihm dann gehen, wenn er nun selber neben ihm lag?« Kurz dachte Jim über diesen Gedanken nach, und ihm wurde klar, dass es wirklich nicht ganz fair war. Dennoch, irgendwie hatte er auch gar nichts dagegen, hier mit einer weiteren Person im Bett zu liegen. »Entspann dich. Ich beiße nicht. Und ich habe auch keine Angst davor, dass du beißt. Versuch zu schlafen. Morgen finden wir vielleicht schon eine Lösung für das Problem.« Selbst wenn Kirk noch daran zweifelte. Kapitel 3 Die Nacht war für Spock Gelinde ausgedrückt, der Horror. Geschlagene zwei Stunden hatte er einem Brett gleich neben Jim auf dem Bett gelegen, versuchte sich nicht so viele Gedanken zu machen und irgendwie von der momentanen Situation abzulenken. Vergebens. In dem dunklen Zimmer gab es nichts, was seine volle Aufmerksamkeit gefordert hätte, und sein Kopf war es gewohnt, über Dinge nachzudenken. Momentan drehten sich alle Gedanken um eine einzige Person. »Captain James Tiberius Kirk. Wie konnte das nur passieren? Warum ausgerechnet er?« Lautlos und ganz langsam, als befürchtete er seine Bewegung könnte den Blonden wecken, drehte sich der Halbvokania auf die Seite, musterte die schlafende Person neben sich. Zwar konnte er nur seine Kehrseite betrachten, doch das reichte vollkommen aus, um in ihm eine unbekannte Hitze aufsteigen zu lassen. Sie war so stark, dass er trotz der für ihn unangenehmen kühlen Raumtemperatur die Decke zur Seite schob. Erst dann konnte er wieder ruhig atmen. Mit einem Anflug von Verzweiflung beobachtete er weiter, wie sich die Decke langsam rhythmisch hob und senkte. »Reiß dich zusammen. Denk nach. Konzentriere dich auf das, was du gelernt hast. Emotionen sind hinderlich. Ich muss sie wieder unter Kontrolle bringen. Denk an die Gebote der Logik. Sie sind das einzig Wahre.« Wieder vergebens. Spock konnte es sich noch so eindringlich immer wieder in Gedanken vorsagen, aber kaum hörte er das leiseste Geräusch in der Finsternis, fixierte sich seine volle Aufmerksamkeit automatisch wieder auf die Person neben sich. Obwohl er sich selbst ungern eingestand, so wurde ihm allmählich immer klarer, was für ein Ziel er momentan instinktiv verfolgte. Er gehört mir, keinem sonst. Wenn ihm auch nur jemand zu nahe kommt, dann kann derjenige was erleben. Da es ausschließlich Menschen an Bord der Enterprise gab, war er mit seinen vulkanischen Kräften jeden weitaus überlegen. Wollte er, so konnte er es mit mehreren gleichzeitig aufnehmen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Warum war er nur in Anwesenheit dieses Mannes hier so anders? Warum reichte ein Blick, ein Wort von ihm und alles andere gleichgültig wirken zu lassen? Es war ein unlosbares Rätsel, warum Spock ausgerechnet jetzt so intensiv auf den Jüngeren reagierte. Warum sich seine Gefühle auf einmal selbstständig machten und Wege einschlug, die sich für einen Vulkanier nicht ziemten. Besonders jetzt, da sein Volk zu einer gefährdeten Art gehörte, musste er sich auf das einzig Wahre konzentrieren. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Immer verzweifelter drehte er sich wieder auf die andere Seite, fixierte nun einen schwarzen Punkt im dunklen Zimmer. Ein kaum hörbares Seufzen verließ seine Lippen. Mit Glück brachte die Untersuchung am nächsten Morgen wirklich Klarheit in den ganzen Schlamassel. Es ist das einzig Richtige. Wer wusste schon, ob er sich nicht weiter so verändern würde? Irgendwann konnte er gar nicht mehr klar denken. Schon jetzt bereitet es ihm erhebliche Probleme, die Sache neutral zu betrachten. Irgendetwas Seltsames ging hier vor, und Spock konnte nicht leugnen, dass es ihn beunruhigte, die hart aufgebaute Kontrolle nach und nach an die Emissionen abzugeben. Eine weitere Stunde verging, ohne dass etwas Nennenswertes passierte. Doch noch immer konnte Spock kein Auge zu machen. Selbst die Meditation war ihm missglückt, was wiederum bewies, dass er nicht er selbst war. Normalerweise konnte er mit der Meditation jeden noch so großen Zweifel, jeden noch so starkes Gefühl unter Kontrolle bringen. Doch dieses eine Mal erschien es sogar noch schlimmer zu werden. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, kam der unbändige Drang in ihm hoch, Sachen zu machen, die sich einfach nicht gehörten. Das wiederum bewies einen weiteren Faktor, der dem schwarzhaarigen Arg zu schaffen machte. Sein Verhalten war menschlich. Obwohl er es jahrelang auf der Erde ausgehalten hatte und unter Menschen lebte, hatte er niemals eine typisch menschliche Regung an den Tag gelegt. Nun war er aber genau wie sie, von Emotionen und Wunschträumen geleitet, die ihn Stück für Stück den Verstand raubten. Verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Entschlossen schüttelte er den Kopf, nicht bereit, in einem so klaren Moment wie diesen einfach aufzugeben. Irgendetwas muss diese Veränderung hervorgerufen haben, und ich muss herausfinden, was es ist. Kurz schiet er über seine Schulter hinweg zu Kirk, der von seinen inneren Konflikten nichts mitzubekommen schien. Umso besser. Denn Spock war im Begriff etwas zu tun, was er unter normalen Bedingungen niemals gemacht hätte. Einen Befehl ignorieren und handeln. Seiner Meinung nach konnte die Untersuchung nicht mehr bis zum Morgen warten. Je früher er sich klar wurde, was ihn zu verändern drohte, umso schneller konnte er ein Gegenmittel finden. Lautlos erhob er sich vom Bett, schnappte sich seine Schuhe und schlich auf leisen Sohn zur Tür hinüber. Zum Glück verursachte auch diese beim Aufgleiten kein verräterisches Geräusch, weshalb es ihm möglich war, unentdeckt das Quartier des Käptens zu verlassen. Irgendwie ein seltsames Gefühl. Von Gerüchten her wusste er, dass zahlreiche Frauen alles darum gehen würden, einmal in dieses Quartier mit hineinzukommen, und er zog es vor, lieber unentdeckt daraus zu fliehen. Wobei, eigentlich wäre er gern drin geblieben. Das musste er sich schon eingestehen, aber das letzte bisschen Pflichtbewusstsein in ihm trieb ihn dazu an, sich der Lösung des Problems zu stellen. Vielleicht lag es auch nur daran, dass verrückte, böse Stimmen in ihm nun am Schlafen waren. Hoffentlich. Je mehr Zeit er wusste, was er tat, umso schneller kam er voran. Kurz huschte sein Blick zu beiden Seiten des Gangs hinunter, nur um festzustellen, dass er vollkommen allein war. Die wenigen Leute der Nachtschicht waren auf ihren Posten, und die anderen horchten sicher am Kopfkissen. Okay. Wo kann ich am ehesten ungestört arbeiten? Die Wissenschaftsabteilung war zu dieser späten Stunde in der Regel völlig leer, da eine Nachtschicht normalerweise völlig unnötig war. Da momentan auch keine großen Tests dort durchgeführt wurden, beschloss er kurzerhand, dort sein Glück zu versuchen. Das Labor der Krankenstation, welche für solche Zwecke eigentlich besser ausgerüstet wäre, war leider unmöglich. Dort trieben sich einige Nachtdienstle herum, die seine Arbeit nur stören würden. Der Weg zum Wissenschaftsdeck gestalte sich dann doch noch schwieriger, als Spock zunächst angenommen hatte. Bis zum Turbolift des Offiziersdeck begegnete ihn niemand. Doch als unten die Schotten beiseite glitten und der vor ihm liegende Weg preisgab, musste er seine Einschätzung revidieren. Hier unentdeckt durchzukommen, war fast unmöglich. Ein paar Sicherheitswärter waren unterwegs, zogen in kleinen Gruppen ihre Runden durch Decks. Ebenso konnte der erste Offizier ein paar Mechaniker erkennen, die sich am Lüftungsschaft sammelten und dort irgendetwas auszutauschen schienen. Unschlüssig blieb Spock einen Moment vor dem Fahrstuhl stehen, überlegte, ob es nicht vielleicht besser wäre, einfach wieder umzukehren und so zu tun, als wäre er nie weg gewesen. Doch eine kleine Stimme in seinem Inneren rief ihm zu, dass er nun schon so weit gekommen war und nicht einfach zurück durfte. Außerdem, noch wusste nicht jeder von seinen Aussetzern Bescheid. Der Käpt'n hatte sich ja alle Mühe gegeben, nichts durchsickern zu lassen, und dieses Arrangement konnte sich nun bezahlt machen. Die Crew der Nachtschicht konnte da schon gar nichts mehr wissen. Zumindest versuchte Spock, sich das einzureden. Wenn er so tat, als wäre nichts, dann würde auch niemand Verdacht schöpfen. Immerhin war er der erste Offizier des Schiffs. Er konnte dorthin gehen, wo er wollte und auch wann er wollte. Kurz straffte er die Schultern, atmete einmal tief durch und setzte seinen Weg zielstrebig fort. Auf etwaige Fragen vorbereitet, passierte er die Gruppe von Mechanikern. Doch diese schenkten ihm keine Beachtung, schien voll und ganz in ihrer Arbeit, und in das Gespräch vertieft zu sein. Auch die Sicherheitswärter grüßten ihn normal, setzten ihre Runde ungestört fort. Spocks Plan schien aufzugehen. Niemand stellte sich ihm in den Weg. Alle beschäftigten sich nur mit ihrem Kram. Es war unlogisch, nervös zu sein, rief ihm sein Pflichtgefühl zu, blieb jedoch so gut wie ungehört. Mit seinem normalen Schritttempo betrat er die Abteilung der Wissenschaft. Das Licht war bis auf ein Minimum gedämpft, was Bock jedoch nicht weiter störte. Als Vulkaner hatte er bessere Augen als Menschen, was ihm nun zum Vorteil wurde. Zielstrebig begab er sich zu einem der hinteren Labore. Es handelte sich dabei um das Größte von allen, beherbergte alle wichtigen Geräte, die man sich wünschen konnte, um unbekannte Substanzen zu erforschen. Wenn er etwas über diese seltsamen Veränderungen herausfinden konnte, dann hier. Am Arbeitstisch angekommen, betätigte Spock die Lichtsensoren, richtete anschließend die Gerätschaften her, die er benötigte. Mit wenigen Handgriffen hatte er an seinem Handgelenk ein armbandähnliches Gerät befestigt und die notwendigen Einstellungen vorgenommen, um es auf seinen Organismus abzustimmen. Anschließend entnahm das kleine Gerät automatisch eine Blutprobe und begann diese mit detaillierten Analysen zu bearbeiten, während Spock die Fortschritte auf dem Monitor verfolgte. Doch je länger er wartete, umso frustrierter wurde er. Die ersten Resultate stellten ihn schon mal gar nicht zufrieden. Seine Vermutung auf Drogen oder ähnliche Wirkstoffe war falsch gewesen. Alle Tests zeigten einen eindeutig negativen Wert. Auch seine restlichen Blutwerte waren völlig normal für seine Physiologie. Was bedeutete, dass er alle ihm bekannten Stoffe ausschließen konnte. »Verdammt!« Wut stieg ins Bock auf und in einem plötzlichen Anfall des erneuten Kontrollverlustes wischte er mit einem lauten Schrei mehrere volle Reagenzgläser und kleine Instrumente auf den Boden. Lautes Klirren von Glas war zu hören und tausend winzige Scherben verteilten sich im ganzen Labor. Die Flüssigkeiten vermischten sich zu einem grünlich-schwarz wirkenden Schleim, der sich leicht in den Boden einätzte und ein paar Glassplitter auflöste. Widerlich stinkender Dampf stieg auf, der stark nach faulen Eiern roch und den starken Drang weckte, von hier zu verschwinden. Bock hingegen fühlte sich nur noch weiter angestachelt. Er packte den nächstbesten Gegenstand, eine arme kleine Zentrifuge, und schleuderte sie mit brachialer Kraft quer durch den Raum. Sie traf einen Anzeigeschirm an der Wand, riss auf ihrem Weg noch eine große Konstellation von diversen Datendisketten mit um, die kreuz und quer herumschlitterten. Funken sprühten und der ehemalige neue Bildschirm krachte auf den Boden. Teilnahmslos musterte der Schwarzhaarige die angerichtete Sauerei. Er entschied sich jedoch dagegen, das jetzt sauber zu machen. Wozu gab es denn einen Reinigungsdienst? Außerdem bezweifelte er stark, dass er momentan den Nerv dafür hatte, mit ätzenden Chemikalien und spitzen Spittern zu hantieren. Vermutlich hätte nur der Rest der Laboreinrichtung ebenfalls dran glauben müssen. Dennoch hatte der Vorfall etwas Gutes. Spocks Wut war wieder annähernd verraucht, machte erneut dem Gefühl, Platz kläglich versagt zu haben. Frustriert warnte er sein Glück erneut über den Bildschirm, welcher immer mehr negative Ergebnisse präsentierte. Die Blutuntersuchung war zwar nur der Anfang gewesen, jedoch konnte man damit schon eine Menge normaler Ursachen ausschließen und stand nur vor dem Rätsel, in welche Richtung die Checks nun weitergehen sollten. Im Universum gab es so viele noch unentdeckte Krankheiten, die keiner der heutigen Tests erfassen konnte. Und sollte er wirklich einen dieser Erreger erwischt haben, so war es kaum möglich, ihn durch Zufall zu finden. Jedoch hatte er einen Anhaltspunkt. Es musste etwas mit Zeptamonikron zu tun haben. Immerhin waren die Symptome erst nach ihrer Abreise aufgetreten und wenn man eine Inkubationszeit von ein paar Tagen mit einberechnete, so war es durchaus möglich. Vielleicht ist die Krankheit dort bekannt. Vielleicht wissen die Bewohner des Planeten, um was es sich handelt. Aber genau da stellte sich ihnen ein weiteres Problem. Sie waren nicht in der Lage, von hier aus per Funkspruch mit dem Planeten Kontakt aufzunehmen. Genauso wenig konnten sie jetzt einfach umkehren. Sie hatten die Hälfte der Strecke bereits hinter sich und bis Dr. McCoy seine Untersuchung abgeschlossen hatte, hatten sie die Raumstation fast erreicht. Sie mussten die Untersuchung also selbst zu Ende bringen, herausfinden, was ihnen zu solch einem unlogischen Verhalten brachte und dagegen angehen. Die medizinische Forschungsstation auf der Enterprise war hervorragend ausgebildet und ebenso gut ausgestattet. Noch bestand ein wenig Hoffnung und an die musste sich Spock einfach festklammern. Leise seufzend schaltete er den Monitor ab, entfernte die Blutprobe und legte das kleine Analysegerät beiseite. Mit fest zusammengepressten Lippen wanderte sein Blick durch den in Dämmerlicht getauchten Raum, fand nichts, was seine Stimmung auch nur annähernd gehoben hätte. Es hatte keinen Sinn, weiter auf ein Wunder zu hoffen und die Uhr sagte, dass es höchste Zeit war, den Rückweg anzutreten, wollte er nicht noch einen Kopf kürzer gemacht werden. Es war ohnehin schon Zufall, dass er nicht entdeckt worden war. Wie peinlich! So ein Verhalten hätte ich mir niemals zugetraut. Er war gerade im Begriff, sich abzuwenden, als er ein Geräusch vernahm. Er wirbelte herum, starrte zur Tür des Labors. Irgendjemand war auf dem Gang direkt davor. Einer von den Sicherheitsabteilungen? Wohl eher kaum. Sie kontrollierten Wender nur die Hauptwege, nicht aber das hintere Ende des Ganges. Jemand musste gezielt hierher gekommen sein. Als würde das Schicksal seine Gedanken bestätigen wollen, lieb die Tür auf. Spock schaffte es gerade noch rechtzeitig, hinter einem der Schreibtische in Deckung zu gehen, strafte sich jedoch nur Sekunden später selbst mit dieser Dummheit. Warum war er so feige? Warum versteckte er sich hier wie ein ängstliches Kind, das Angst vor Anschiss hatte? Er war immer noch der erste Offizier dieses Schiffes und konnte sich aufhalten, wo immer er wollte. Also auch hier, zu dieser Stunde. Doch irgendwas in ihm drinnen hinderte ihn daran, einfach aufzustehen, sich zu erkennen zu geben und die Verantwortung für die Sauerei zu übernehmen. Stattdessen zwang ihn dieses Gefühl dazu, sich hinzusetzen, die Beine anzuziehen und die Arme drum zu legen. Angestrengt lauschte Andy Stille. Die Person war definitiv noch da, denn das zusätzliche Licht aus dem Gang strahlte hell an die gegenüberliegende Wand. Ach du Scheiße! Innerlich zuckte der Dunkelhaarige zusammen. Diese Stimme! Spock! Ich weiß, dass du da bist! Jims Stimme halte durch den Raum, während er das Labor betrat und des schnellen Schrittes durchquerte. Glassplitter knirschten, dann war ein angewidertes Knurren zu erkennen. Hackt's bei dir jetzt vollkommen? Erst gehst du auf meine Crew los, dann missachtest du meinen direkten Befehl und jetzt ätzt du mir noch ein Loch ins Schiff? Hat dir einer ins Hirn geschissen oder was? Diese Wortwahl war sicher nicht die beste, doch sie beschrieb die Lage tadellos. Spock war klar, dass er einige Fehler gemacht hatte, doch er wusste auch, dass er nicht direkt dafür verantwortlich war. Hoffentlich. Wenn sich bei den Tests nichts ergab, dann waren diese Ausraster zwangsläufig auf seine Psyche zurückzuführen. Zeig dich jetzt endlich! Wegen dir renne ich mitten in der Nacht durchs Schiff. Auf Verstecken habe ich jetzt keinen Bock! Erneut regte sich Spock nicht, lehnte lediglich den Kopf an die kühle Plante hinter seinem Kopf und atmete tief durch. Zwar versuchte er sich dazu durchzuringen, endlich aufzustehen, doch sein Körper verweigerte ihm schlichtweg den Dienst. Es war, als wollte ihn irgendwas an Ort und Stelle halten. Jim setzte sich derweil wieder in Bewegung. Seine Schritte entfernten sich ein paar Meter von seiner Position. Er schien nun systematisch das ganze Labor abzugrasen. Seine Wut jedoch schien etwas verraucht zu sein. Die nächsten Worte klangen nicht mehr ganz so aufgebracht. Himmel, Spock! Was soll der Scheiß denn? Ich weiß, dass die Situation nicht die beste ist, aber wir finden eine Lösung. Ein neues Gefühl machte sich in ihm breit. Er erkannte es als Erleichterung. Kurz dachte Spock darüber nach, kam schnell zu dem Entschluss, dass er erleichtert war, dass der Käpt'n nicht mehr ganz so sauer zu sein schien. Seltsam. Aber irgendwie wollte er nicht, dass genau dieser Mann nicht gut auf ihn zu sprechen war. Obwohl sie viel Stress miteinander hatten und die ein oder andere Auseinandersetzung war, aber just in diesem Augenblick wollte er nichts mehr, als das Frieden zwischen ihnen herrschte. Er schluckte. Dieses Gefühl hatte er schon die letzten Tage gehabt. Immer wieder, wenn er in Jims Nähe war, hatte es ihn überkommen und sein Handeln beeinflusst. Warum? Warum passiert das ausgerechnet mir? Vulkania mit ihren Gefühlen zu konfrontieren, grenzte an Folter. Genauso fühlte es sich auch für ihn an. Es war schrecklich, raubte ihn den Verstand. Fast schon panisch kauerte er sich zusammen, presste die Stirn an die angezogenen Knie. Das erste Mal seit einer Ewigkeit fühlte sich Spock wie ein kleines, hilfloses Kind. James T. Kirk wusste ganz genau, dass Spock sich in diesem Raum aufhielt. Die Verwüstung war ein eindeutiges Zeugnis seiner Annahme und er glaubte nicht, dass der Vulkania schon wieder verschwunden war. Somit handelte es sich nur um eine Frage der Zeit, bis er den Älteren gefunden hatte. Die Wut, welche ihn anfänglich noch getrieben hatte, war allmählich am Verdampfen. Jeder normale Mensch wäre wütend, wenn er mitten in der Nacht erwachte und die Person, die eigentlich neben ihm im Bett liegen sollte, nicht auffindbar war. Zwar handelte es sich zwischen ihm um einen anderen Grund, aber es reichte Jim dennoch, um sofort aus dem Zimmer zu stürmen und sich auf die Suche zu machen. Nachdem er im Park gewesen war und den Ort aufgesucht hatte, an dem er Spock schon am Vortag gefunden hatte, war er schnuschtracks hierher gegangen. Er kannte den Halbvulkanier gut genug, um zu wissen, dass er sich mit dieser Situation nicht abfinden konnte und eine eigene Lösung zu finden versuchte. Was genau ihn jedoch im Labor erwarten sollte, hatte er da noch nicht geahnt. Skeptisch wanderte sein Blick über den zerstörten Bildschirm, musterte die kläglichen Überreste eines Gerätes, welches er nicht mehr identifizieren konnte. Er scheint ganz schön ausgerastet zu sein. Ein Grund mehr, ihm jetzt nicht mit Vorwürfen zu begegnen. Spock war wesentlich stärker als er selbst und auf eine weite Konfrontation wie vor ein paar Monaten hatte er nicht unbedingt Lust. Seine Rippen schmerzten immer noch bei dem Gedanken daran. Leise seufzend schob er einen großen Glassplitter zur Seite, stieg über die eklig aussehende Brühe hinweg, die sich langsam weiter in den Boden fraß. Gedanklich vermerkte er, das so schnell wie möglich beseitigen lassen zu müssen, sonst würden sich diejenigen freuen, deren Arbeit direkt unter ihnen stattfand. Ein leises, kratzendes Geräusch ließ ihn aufhorchen und er fühlte sich in seinen Instinkten bestätigt. Sein Wärter, durchgedrehter erster Offizier, war immer noch hier, und zwar besonders nahe. Suchend sah sich Kirk noch einmal um, umrundete einen weiteren Tisch, der vollgepackt war mit irgendwelchen Reagenzien, deren Namen für ihn unaussprechlich waren. Spock, ich habe keine Lust mehr und ich bin müde. Resigniert seufzend ging er weiter. Langsam zweifelte er, ob es überhaupt einen Sinn hatte, mit Spock zu reden. Allem Anschein hatte dieser keine Lust auf ihn, schien sich sogar lieber zu verstecken. Dennoch, Kirk hatte sich vorgenommen, diese Nacht noch ein wenig zu schlafen, und das konnte er nur, wenn er wusste, dass mit dem Schwarzhaaring alles in Ordnung war. Er konnte sich selbst nicht erklären, warum er plötzlich so dachte, aber es ließ sich nicht leugnen. Spock war ihm auf eine merkwürdige und ungewohnte Art und Weise wichtig, und da konnte er nicht so einfach zusehen, wie dieser sich abquälte. Erneut rieß ihn ein leises Geräusch aus den Gedanken. Dieses Mal war es jedoch nicht kratzend, sondern eher wie ein leises Geraschel. Schnell lief er die letzten Schritte vor, bog schwungvoll um die Ecke der Arbeitsfläche und stolperte. Hart knallte er der Länge nach hin, und sein Kinn machte mit dem Fußboden Bekanntschaft. Autsch! War ja mal wieder typisch. Da legte er als Käpt'n doch eine volle Bauchlandung hin, nur weil irgendjemand was nicht ordentlich verstaut hatte. Na, derjenige konnte was zu hören bekommen. Trotzdem, es dauerte einen Moment, bis er sich wieder gesammelt hatte und leicht irritiert auf die Seite drehte. Suchend glitt sein Blick über den Boden, kam auf der Ursache seines Sturzes zum Liegen. Schwarze Stiefelspitzen. Langsam wanderte Kirks Blick höher, die darin steckenden Beine entlang, bis hin zu dem schwarzen Haarschopf, der auf den Knien zu ruhen schien. Der Kopf war leicht zur Seite gedreht, und zwei dunkle Augen schienen ihn irgendwie irritiert zum Mustern. Jim erwiderte den Blick, schaffte es nur schwer, die Schamesröte zu unterdrücken. Schnell rappelte er sich hoch, machte es sich im Schneidersitz bequem und räusperte sich leicht. Das Ganze war ihm voll peinlich, doch wenigstens hatte er die gesuchte Person gefunden. Ein paar Augenblicke herrschte Stille. Bock schien es nicht für nötig zu halten, die Situation zu erklären, und Jim nutzte die Gelegenheit, um sich wenigstens halbwegs zurechtzulegen, was er nun sagen oder tun sollte. Sein Gegenüber schien bereits frustriert genug, weshalb er davon ab sei, bei ihm irgendwelche Vorwürfe zu machen. Wahrscheinlich hätte das die Lage nur verschlimmert. Wortlos rutschte er ein Stück weiter rüber, machte es sich dann neben dem Älteren bequem und lehnte sich ebenfalls an die kühle Metallplatte hinter ihnen. Nettes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ist zwar nicht so gemütlich wie der Park, aber auch okay. Mit einem schwachen Lächeln blickte er den Dunkelhaarigen an. Nur das nächste Mal würde ich mich freuen, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt, damit ich dich nicht suchen muss. Ein einfaches Schulterzucken war die Antwort, aber immerhin richtete sich Spock auf und lehnte den Kopf ebenfalls wieder nach hinten. Sein Blick schien ruhelos durch den Raum zu wandern, für ein paar Augenblicke an einem Gegenstand festzukleben, ehe er den Kopf endlich zu Jim drehte und leise erwiderte, »Ich habe einige Tests gemacht, versucht herauszufinden, was los ist, aber es ist nichts rausgekommen.« Unbewusst biss sich Jim auf die Unterlippe, rutschte dann noch ein Stück näher ran und legte seinen Arm um den anderen. Zwar hatte er schon mitbekommen, dass Vulkania es nicht sehr mochten, berührt zu werden, doch es schien, als bräuchte er gerade eine Schulter zum Anlehen. Das hättest du mir auch sagen können. McCoy wollte uns doch ohnehin in ein paar Stunden treffen. Hätte ihn sicherlich nicht umgebracht, die langweilige Nachtschicht gegen ein aufregendes Experiment einzutauschen, oder? Das ist mir durchaus bewusst, aber genau das wollte ich verhindern. Diese Emotionen sind mir peinlich. Genauso wie diese Wutausbrüche und der unablässliche Drang, ständig die Gegenwart einer gewissen Person nicht missen zu wollen. Jim wusste, dass er damit gemeint war. »Ich kann es ja verstehen, aber allein wirst du sicher weniger Erfolg haben, als wenn wir zusammenarbeiten. Und jetzt wissen wir ja, warum du so reagierst. Pille kann darauf Rücksicht nehmen und wenn du dann doch austickst, dann muss er halt unter Beweis stellen, wie schnell er laufen kann.« Ein kurzes Schnauben seitens Bock war die Antwort. »Wenn du glaubst, er sei schneller als ein rasender Vulkanier, dann muss ich dich wohl eines Besseren belehren. McCoy hätte keine Chance.« Nun konnte der Käpt'n nicht anders als zu lachen. »Man glaubt es kaum. Vulkanier sind für Humor fähig. Den Tag sollte ich mir rot im Kalender anstreichen.« Langsam begann sich die Stimmung etwas zu lockern. Der Ernst verschwand sogar aus Spocks Gesichtszügen und er schien sich endlich ein wenig zu entspannen. »Wir sollten jetzt verschwinden. Wenn ich nicht bald jemandem wegen dem Loch Bescheid gebe, hat die Enterprise einen zweiten künstlichen Ausgang.« Jetzt konnte er sogar ein kurzes Schmunzeln in den dunklen Augen seines Gegenübers erkennen, ehe dieser den Kopf zur Seite sinken ließ und auf seine Schulter legte. »Einen Moment noch. Gib mir noch einen Moment.« Kapitel 4 Der an sich kurze Moment zog sich dann doch etwas in die Länge, was hauptsächlich daran lag, dass Spock fast eingeschlafen wäre. Im letzten Augenblick hatte Jim es noch bemerkt und den Schwarzhaarigen mit einem Keckenspruch geweckt. Trotzdem war der Halbvokanier nicht gewillt, einfach so aufzustehen, wie er es nannte, angenehme Position zu verlassen. Das erste Mal in den vergangenen Tagen fühlte er sich nicht von seinen Emotionen bedrängt, sodass er ungestört abschalten konnte. Mit viel Überredungskunst gelang es Keck dennoch, ihn nach wenigen Minuten auf die Beine zu ziehen und zurück in sein Quartier zu befördern. Zwar warfen ihn die Sicherheitsleute ein paar fragende Blicke zu, doch sie vermieden es, die beiden anzusprechen. Per Intercom gab Kirk noch schnell dem Reinigungsteam Bescheid, dass sie im Labor eine nette Überraschung erwartete und er wies sie an, die entsprechenden Schäden so schnell wie möglich zu reparieren, damit der normale Tagesablauf so wenig wie möglich gestört wurde. Bis zu ihrem geplanten Treffen mit McCoy waren es noch drei Stunden und die wollte er definitiv mit Schlafen verbringen. Obwohl Spock versprach, nicht mehr heimlich abzuhauen, ging der Käpt'n der Enterprise lieber eine Nummer sicher und verriegelte die Tür von innen mit einem nur ihm bekannten Code. So würde Spock nicht einmal in Versuchung kommen, es noch einmal zu probieren, sondern musste sich zwangsläufig dem Schlaf hingeben. Wobei Jim ohnehin stark bezweifelte, dass er sich dagegen zur Wehr setzen würde. Die Erschöpfung stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Und dieses Mal wird auch wirklich geschlafen, verstanden? Ich habe keine Lust, dich zwangsweise mit Handschellen ans Bett zu fesseln, brummte Kirk leise, während er sich die Stiefel von den Füßen zog und achtlos in eine Ecke warf. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie Spockys linke Augenbraue steil nach oben wanderte, schon fast unter dem Pony verschwand, während sein Blick skeptisch zum Bett und anschließend durch das Zimmer wanderte. Es schien fast so, als würde er ernsthaft darüber nachdenken, ob hier irgendwelche Handschellen versteckt sein konnten. Ich denke nicht, dass es anders gibt, zu solchen primitiven Methoden zu greifen, erwiderte Spock in seiner typischen Tonlage, während über Jims Lippen ein kurzes Grinsen huschte. Na, das werden wir ja sehen. Fordere mich nicht heraus. Du weißt, ich bin immer für eine Überraschung gut. Langsam wurde es immer schwerer, sich das Lachen zu verkneifen. Spocks Blick war einfach Gold wert. Um sich wenigstens halbwegs zusammenreißen zu können, stülpte er sich das Shirt über den Kopf, ungeachtet des Blicks, den sein erster Offizier nun zu ihm herüberwarf. Erst als auch jenes Kleidungsstück seinen Weg in eine verborgene Ecke gefunden hatte und er im Begriff war, unter die Decke zu steigen, bemerkte er, dass Spock ihn entgeistert anschaute. Ist was? fragte er irritiert. Nicht sicher, was er nun falsch gemacht hatte. Ähm, Nein, stotterte der Schwarzhaarige, wandte schleunigst den Blick ab und umrundete das Bett. Skeptisch beobachtete Kirk ihn dabei. Er wusste, dass etwas los war und Spock es nur nicht sagen wollte. Was habe ich denn getan? Angestrengt dachte er nach. Spock machte es sich währenddessen ebenfalls im Bett bequem, achtete jedoch peinlichst darauf, am äußersten Rand zu liegen. Und da fiel es dem Blond wie Schuppen von den Augen. Ein schelmisches Grinsen schließt sich auf seine Lippen, während er ein Stück näher heranrutschte und sich zu dem Älteren vorbeugte. Es stört dich doch wohl hoffentlich nicht, dass ich hier ohne Shirt liege, oder? raunte er mit verheißungsvoller Stimme. Zufrieden bemerkte er, wie sich im Nacken des Dunkelhagen eine leichte Gänsehaut bildete und er unbewusst für einen Moment den Atem anhielt. So ist das also. Er wusste, dass es gemein war, Spock jetzt zu ärgern, insbesondere, da er seine Emotionen gerade nicht unter Kontrolle hatte. Aber das hier war eine einmalige Gelegenheit. Warum sollte es mich stören? kam es leise von Spock zurück. Neugierig hob sie in den Kopf etwas, versuchte in das Gesicht des anderen zu blicken. Doch Spock fixierte stur einen imaginären Punkt an der Wand. Wirklich? Da bin ich aber froh. Ich schlafe nämlich gern ohne störenden Stoff. Anders finde ich es nur beengend. Solltest du auch mal probieren. Er zupfte auffondert am Hemd des Älteren, löste damit scheinbar einen Reflex aus. Denn noch ehe er sich versehen konnte, zuckte Spock heftig zurück, verlor das Gleichgewicht, als er zu nah an die Bettkante kam und stürzte hinaus. Die Decke riss er dabei mit sich, sodass er nun vollends von ihr begraben wurde. Einem Moment verharrte Kirk, versuchte das eben Geschehene zu begreifen, ehe er in schallendes Gelächter ausbrach und sich halb erstickend auf der Matratze hin und her wand. Amüsiert beobachtete er, wie sich sein erster Offizier aus der Decke kämpfte, wie sie zu einem Ball zusammenknautschte, wieder aufs Bett warf und dabei gezielt ihn anvisiert hatte. Jim schlug sie noch immer lachend beiseite, rutschte dann wieder auf seine Seite und machte dem anderen Platz. Tut nur leid, aber dein Gesichtsausdruck immer einfach nur herrlich, brach erjapsend hervor, noch immer nicht in der Lage, sich zu beruhigen. Langsam rappelte sich auch Spock auf, saß nur neben der Matratze und rieb sich einen Moment den Kopf. Seine Haare waren nun vollends verwuschelt und eine Strähne stand in einem seltsamen Winkel ab. Irgendwie interessant. Diese Methode war auch nicht besonders fair. Tut mir leid, mein Lieber, ein bisschen Spaß muss sein nach so einem anstrengenden Tag. Und was kann ich dafür, wenn du dich von einer Berührung so erschreckst? konterte Jim noch immer breit grinsend. Und jetzt komm, ich verspreche auch es nicht nochmal zu machen. Aufforderend wies er auf die freie Stelle neben sich und zögerlich kletterte Spock wieder ins Bett. Gemeinsam entwirrten sie die Decke und legten sich hin. Jim schattete das Licht aus, doch sofort einschlafen konnten beide nicht. Du hast nicht wirklich Handschellen hier, oder? Hörte man Spock leise fragen. Ich glaube nicht, dass du das herausfinden willst, oder? Eine leichte Bewegung war zu spüren, dann erwiderte Spock nicht wirklich. Pünktlich um Viertel nach vier klingelte der Wecker und riss die beiden aus dem Schlaf. Etwas irritiert nahm Jim zur Kenntnis, dass etwas dicht neben ihnen auf dem Bett lag, und erst nach und nach wurde ihm klar, um wen es sich dabei handelte. Er schreckte hoch, rutschte ein paar Zentimeter zurück und rechnete schon damit, selbst noch aus dem Bett zu fallen, doch nichts passierte. Noch immer spürte er die weiche Matratze unter sich, was nur eins bedeuten konnte. Nicht Spock war näher zu ihm gerutscht, sondern eher näher zu ihm. Nun auf jeden Fall hellwach aktivierte er die niedrigste Stufe des Lichts, sprang aus dem Bett und streckte sich kurz. Anschließend kramte er schnell frische Klamotten zusammen, warf noch einen letzten Blick auf seinen momentanen Zimmergenossen, er ins Bad verschwand. Ich beeil mich, kannst dann auch noch duschen, wenn du willst. Als Jim nur wenige Minuten später wieder herauskam, war das Bett gemacht und sein erster Offizier sah so normal aus, als wäre nichts passiert. Ruhig saß er auf dem Stuhl, in den Händen eines der Bücher, welches Jim von zu Hause mitgebracht hatte. Er konnte nicht von sich behaupten, eine große Leseratte zu sein, aber hin und wieder, wenn er sich extrem langweilte, griff er doch zum einen oder anderen Buch. Das ist eine interessante Geschichte. Ein psychopathischer Mörder, der seine Verbrechen bis ins kleinste Detail plant und den niemand auf die Schliche kommt, aber am Ende wird er dann doch gefasst, murmelte er leise, sich mit einem Handtuch die Haare trocknend und mit dem anderen versuchte, in die Stiefel zu kommen. Gar nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte. Ertappt legte der Vulkanier das Buch wieder an seinen Platz zurück, erhob sich vom Stuhl und musterte Jim abwartend. Dieser nickte kurz in Richtung Bad, doch Spock schüttelte knapp den Kopf. Ich bevorzuge die Temperaturen in meiner Kabine. Klar, verständlich, aber so viel Zeit ist nicht mehr. Kein Problem, nach den Untersuchungen werde ich es sicher nötiger haben, erwiderte Schwarzhaarig mit den Andeutungen eines Schulterzuckens. Na dann, wollen wir unseren lieben Arzt auch nicht länger warten lassen. Am Ende hält er uns noch was vor wegen Unpünktlichkeit. Gemeinsam verließen sie die Kabine und begaben sich zur medizinischen Abteilung. Ein paar Krankenschwestern begegneten ihnen auf dem Weg zum McCoys Büro, doch diese schienen zu beschäftigt zu sein, um sich groß um sie zu kümmern. Neugierig folgte Jim eine von ihnen mit dem Blick, bemerkte jedoch an den düsteren, wendenden Zügen des Vulkaniers, dass er das lieber lassen sollte, da man sein Verhalten wohl als zweideutig empfinden konnte. Entschuldigend grinste er diesen an, klopfte dann an die Tür mit Pilles Namen. Nur eine Sekunde später glitt diese automatisch zur Seite auf und der Arzt kam ihnen mit einem Datapad in den Händen entgegen. Da seid ihr ja endlich. Ich habe alle Schwestern mit ein paar Aufgaben versorgt. Die nächsten Stunden sollten wir ungestört sein. Also los, wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir rausfinden wollen, was unserem Werten Mr. Spock jetzt zu schaffen macht. Ohne große Umschweifen dirigierte McCoy die beiden in eine der zahlreichen Untersuchungsräume, schloss die Tür hinter sich ab, wandte sich mit einem fast schon angsteinflößenden Grinsen im Gesicht um. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass ich diese Situation gehörig ausnutzen werde, Mr. Spock. Zu guter erst, fangen wir mit den normalen Bio-Werten an, dann folgt eine gründliche Blutanalyse und gegebenenfalls eine Wittuntersuchung, um ihre Psyche durchzuchecken. Wir befinden schon, was sie auf Trab hält, dass sie unserem lieben Käpt'n hier den letzten Nerv rauben. Murmelte er in einem unheilverkündeten Tonlage, die selbst Jim einen Schauder über den Rücken hinabjagte. Aus Erfahrung wusste er, dass McCoy ziemlich rabiat sein konnte, wenngleich dies in keinem Vergleich zu seiner medizinischen Kompetenz war. Eine der Gründe, warum er sich ständig von seinen Untersuchungen drückte. Als Freund war Pille unschlagbar, aber als Arzt konnte er im wahrsten Sinne des Wortes eine Phobie auslösen. Im Gegensatz zu ihm schien Spock jedoch keine derartigen Befürchtungen zu haben. Kommentarlos begab er sich zu einer Diagnoseliga und ließ sich darauf nieder. Automatisch schattete sich der Bildschirm über Spocks Kopf an und die Anzeigen pendelten sich langsam ein. Fasziniert beobachtete Pille die Werte, warf dann kurz einen Blick auf Spock und tüttelte den Kopf. Ich sollte endlich mal damit beginnen, eine extra Beurteilungskurve für sie zu erstellen. Sie passen nicht in das Schema eines Menschen und auch nicht in das eines Vokaniers. Dennoch schien er zu wissen, wie er die Werte interpretieren musste, um sie auf Spocks Organismus abschätzen zu können. Blutdruck und Herzfrequenz sind normal. Ihr Stoffwechsel weist ebenfalls keine besonderen Störungen auf, aber Ihr Körper scheint erschöpft zu sein. Schlafen Sie schlecht? Eindringlich musterte er seinen Patienten und Jim war klar, dass er sich bereits sicher war und nur kontrollieren wollte, ob Spock bereit war, mit ihm zu kooperieren. Mein Schlaf war ausgezeichnet, nur sehr kurz, erwiderte Spock leise. Unser Käpt'n ist ein motorischer Bettdeckenklauer, wie mir scheint, und die Temperaturen in seiner Kabine sind nicht sonderlich angenehm für mein Empfinden, antwortete der schwarzhaarige gelassen. Wie bitte? McCoys Kinnlade klappte runter und sein Blick glitt zwischen Spock und Jim hin und her. Auf Aufforderung des Käpt'ns sollte ich in seiner Kabine übernachten. Er wollte mich unter Beobachtung stellen, was an sich eine logische Entscheidung war, bestätigte Spock noch immer ruhig, warf einen kurzen Blick zu eben jenem Käpt'n. Dabei konnte ich mich von eben jenen Eigenschaften des Käpt'ns überzeugen. Langsam wanderte sich der entsetzte Gesichtsausdruck Pillis in einen amüsierten. Ach, so ist das also, und ich hab mich schon gewundert, warum du hier noch keine einzige abgeschleppt hast. Kann es sein, dass du mir etwas verschwiegen hast, Jimmy Boy? Erschrocken über diese Frage, hubsch dem Amp während die Hände, konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Gesicht knallrot anlief, ehe er erwiderte, red doch keinen Schwachsinn, ich wollte ihm nur ein Auge behalten, weiter nichts. Doch es war bereits zu spät. McCoy hatte die Lunte gewittert und ließ es sich nicht nehmen, Jim ein wenig aufzuziehen. Dass er mit seinem Verhalten jedoch einen gewissen Vulkanier im Raum unbewusst provozierte, war ihm noch nicht so ganz bewusst. Ach, Jimmy, musst du doch nicht peinlich sein. Kameradschaftlich legte er dem Jüngeren einen Arm um die Schulter, pikste ihn in die Seite. Hauptsache, ihr zwei hattet eine angenehme Nacht, wahrscheinlich hattest du sogar Handschellen vorbereitet, damit er nicht wegrennen kann, was? Er lachte, Kirk lief noch eine Spur Röte an. In der Tat, erklang dann plötzlich Spocks ernste Stimme, er hatte mir angedroht, diese zu benutzen, sollte ich es wagen, zu verschwinden. Nun konnte sich McCoy nicht mehr zurückhalten. Seine Kinnlade landete fast auf dem Boden. Fassungslos starrte er die beiden Männer an, stolperte ein paar Schritte zurück und ließ sich auf eine weitere Diagnose-Liege sinken. Das hätte ich niemals erwartet. Jim warf Spock einen ernsten Blick zu. Weißt du eigentlich, wie zweideutig das klingt? Und dann Pille gewandt vorher fort. Und das war nur eine Metapher, um ihn zum Bleiben zu bringen. Es ist nichts passiert. Ein leichtes Schulterzucken war die Antwort. Es geht mich ja nichts an, was ihr treibt oder nicht treibt. Er schüttelte den Kopf, erhob sich dann von der Liege und ließ den Blick wieder über Spock hinüberschweifen, der ihn immer noch durchdringend und mit einem warnenden Blick musterte. In seinem momentanen Gedanken verworren bekam McCoy diese Warnzeichen jedoch nicht mit. Mit einem leisen Seufzen legte er Jim beruhigend eine Hand auf die Schulter. Und dieses Thema wollen wir jetzt wohl auch nicht besprechen, oder? Ihr seid wegen etwas anderem hier. Damit wandte er seine Aufmerksamkeit wieder voll und ganz den Werten zu. Nun, abgesehen vom Schlafmangel scheint hier jedoch alles in Ordnung zu sein. Also ab zum nächsten Test. Mit routinierten Handgriffen entnahm er Spock eine Blutprobe, begab sich anschließend in den Nebenraum und nahm dort eine gründliche Untersuchung vor. Wie sich herausstellte, bekam er dabei genauso wenig Ergebnisse wie Spock zuvor in der Nacht. Pilles Forschungstrang war geweckt. Nicht gewillt, seinen seltenen Patienten so schnell abzuschreiben, begann er mit noch ein paar weiteren Untersuchungen, die insbesondere die chemischen Vorgänge in Spocks Körper genau analysierte. Irgendwas schien ihn ständig zu stimulieren. Nach mehr als einer Stunde intensiver Untersuchung gab er dann auf. Egal was Spock zu schaffen machte, es war nicht dem Körper mittels normalen Methoden nachweisbar. Ich weiß, dass da etwas ist. Ich kann nur nicht sagen, wo. Die Bluttests sind negativ. Ein genaues Screening zeigt keine Ursache für enorme Steigerung von Hormonen in seinem Blut. Wir können versuchen, die Symptome mit Medikamenten zu behandeln, aber das führt noch lange nicht zu einer Lösung des Problems. Murmelte er nachdenklich vor sich her. Jim lauschte seinen Worten genau, ebenfalls sichtlich enttäuscht. Irgendwie hatte er sich mehr erhofft. Eine spontane Eingebung, die ihn den Tag rettete. Leider hatten sie nicht so viel Glück. Spock unter Drogenstellen ist keine Lösung. Wir müssen herausfinden, was die Ursache ist. Alles andere werde ich nicht billigen. Instinktiv glitt sein Blick zum Schwarzhaarigen, der mit einem gewissen Hauch von Langeweile in den Augen auf der Diagnose liegehockte und sie beobachtete. Egal, was er sich auch einredete, Jim wurde das Gefühl nicht los, dass er ihm ständig mit seinen Blicken zu durchbohren drohte. Es war schon fast unheimlich, doch wagte er nicht, ihn mit irgendeinem unüberlegten Kommentar zu reizen. Der Türsommer riss sie aus ihren Gedanken. McCoy war schnell dort, öffnete diese und wechselte ein paar Worte mit einer Schwester, die Jim noch nie gesehen hatte. Wenige Augenblicke später wandte er sich ihnen zu. Es gibt einen Notfall, warte hier, ich komme so schnell wie möglich zurück. Und noch ehe die zwei etwas erwidern konnten, war der Arzt auch schon verschwunden. Toll, und was sollen wir hier machen? Sichtlich nicht begeistert von diesen abrupten Unterbrechungen ließ sich Kirk auf die Liege neben Spock nieder. Natürlich war ein Notfall wesentlich wichtiger, aber er hätte eben gern herausgefunden, was genau mit Spock los war und ob wann er wieder einsatztauglich war. So aufgekratzt und aufbrausend, wie er jetzt reagierte, konnte er ihn unmöglich den Pflichten eines ersten Offiziers nachgehen lassen. Wobei, vielleicht war genau das, was Bock brauchte? Lieber nicht, ich kann nicht das Schiff oder mehr die Crew gefährden. Minuten vergingen, weder kehrte McCoy zurück, noch sprachen die beiden ein Wort. Jeder schien seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Irgendwann hatte Jim diese Stille jedoch satt. Krankenzimmer waren ohnehin nicht seine Lieblingsorte und dann zwang ihn dieser unglückliche Umstand auch noch freiwillig hier hocken Ertuschte seinen Blick auf die Uhr Anzeige. Seine Schicht begann in einer Stunde und vorher hatte er eigentlich noch etwas essen wollen. Wenn er das noch schaffen wollte, musste er jetzt los. Doch etwas in ihm hinderte ihn daran, einfach aufzustehen und Spock hier allein zurück zu lassen. Ein seltsames Bedürfnis an der Seite des anderen zu bleiben, fesselte ihn an dieser Liege. Hatte er sich am Ende auch mit diesem seltsamen Virus oder was auch immer infiziert? War er auch im Begriff verrückt zu werden? Kurz erschrak er bei diesen Gedanken, verwarf ihn mindestens genauso schnell wieder. Das ist nur Paranoia, ich bin kerngesund. Diese Stille war in allem schuld. Um sich abzulenken, huschte sein Blick wieder zu Spock, wanderte von diesen zu den Werten, die noch immer über seinem Kopf angezeigt wurden. Die ganze Zeit über hatte sich nichts verändert, doch seine Stimmung schien immer weiter zu fallen. Alles in Ordnung, du siehst aus, als hättest du den Teufel gesehen, murmelte er leise, versuchte ein Gespräch in Gang zu kriegen. Spock wandte den Kopf um, erwiderte den Blick. Den Teufel? Ich wüsste nicht, was er hier auf der Enterprise verloren hätte, antwortete er mindestens genauso leise. Aber wenn du damit meinst, dass ich nicht sonderlich zufrieden aussehe, dann kann ich dir da nur recht geben. Ach, Kopf hoch, Pille hat doch eben erst mit den Tests angefangen, er findet schon auch eine Möglichkeit, wie er dein altes, stures und verschlossenes sich wieder zurückkriegt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass du mir teilweise so wie jetzt auch gut gefällst. Er zwinkerte, registrierte erfreut, dass Bock den Blick etwas verunsichert abwandte und auf seine gefalteten Hände starrte. Es geht nicht darum, nicht direkt, begann er dann etwas zögernd. In der Anwesenheit des Doktors verspüre ich ihn gewissen Drang in mir. Ich ... Er brach ab, atmete geräuschvoll durch. Ihr seid sehr vertraut. Man merkt, dass ihr euch gut kennt und erschlagen wieder diese Emotionen zu. Kurz huschte sein Blick zu Jim. Es ist nicht einfach, sie zu kontrollieren. Wäre er jetzt nicht gegangen, dann hätte ich für nichts mehr garantieren können. Alle Gedanken in meinem Kopf drehen sich nur noch um ihn und jedes Mal, wenn er dich ansah, war ich kurz davor aufzuspringen und mich auf ihn zu stürzen. Aber das will auf Spock hinaus wollte. Der Vucanier verspürte wieder diesen Drang der Eifersucht, versuchte sich jedoch sich dagegen zu wehr zu setzen, scheinbar nur mit mäßigem Erfolg. Jetzt, diesen kleinen, aber entscheidenden Faktor wusste, bemerkte er auch, wie angespannt der Schwarzhaarige wirkte. Seine Hände zitterten kaum merklich, krallten sich immer wieder fest ineinander, als wollte er so verhindern, etwas Unüberlegtes zu tun. Besonders jetzt, da sie darüber sprachen, schien es besonders schlimm zu sein. Diese Eifersucht zerfrisst ihn, und ich kann schlecht mit jedem den Kontakt unterbrechen, nur wenn er anwesend ist. Verdammt, was soll ich denn nur tun? Sein Blick wanderte kurz durch das Zimmer, blieb erneut an den Diagnosebildschirm hängen. Irgendetwas war anders als zuvor. Um was es sich dabei genau handelte, konnte er nicht sagen. Irritiert nahm Jim das zur Kenntnis, behielt es aber vorerst für sich. Aus Angst, Spock dadurch nur noch mehr zu verunsichern. Definitiv würde er es aber später mit Pille besprechen. Versuch einfach weiter dagegen anzukämpfen und wenn es nicht mehr geht, dann gibst du Bescheid und wir machen eine Pause. Das ist kein Problem, also entspann dich. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt schnell was zu essen holen? Bis Pille wiederkommt, dauert es wohl noch eine Weile und die können wir sinnvoll nutzen. In der Kartine dürfte noch nicht so viel los sein. Zögerlich nickt es Bock, rutschte von der Diagnose liege herunter und die Werte verblassten. Wir sollten ein System einführen für den Fall, dass du unterwegs so einen Anfall hast. Wenn du merkst, dass es losgeht, gib mir unbemerkt Bescheid. Eins, wenn es gerade beginnt und du es noch kontrollieren kannst, dann hinauf bis zehn, was so viel bedeutet, du bist kurz davor einen Mord zu beginnen. Verstanden? Erneut nickte der Schwarzhaarige. Dieses System war einfach und ließ sich wirklich gut vor den anderen verbergen. Einverstanden. Gut, dann sollten wir jetzt los. Ohne Frühstück kann der Tag nicht gut beginnen. Kapitel 5 Gemeinsam machten die beiden sich auf den Weg zur Kantine, durchquerten die sich langsam füllenden Gänge. Mittlerweile waren schon deutlich mehr Crewmitglieder unterwegs als noch vor einer Stunde, was Jim auch nicht weiter verwunderte. Manche Schichten begannen früher als die der Brücken Crew und eben jene Betroffene mussten sich nun langsam auf den Weg machen. Kurz huschte Jims Blick zur Bordzeit. Kurz vor sechs. Die Sicherheitsabteilung und die Medizinabteilung hatten gleich Schichtwechsel, kein Wunder also, dass es ziemlich voll war. Na, hoffentlich haben wir beim Essen wenigstens unsere Ruhe. Mit einem Funken von Besorgnis in den Augen blickte er kurz zur Seite, musterte Spock, der noch ruhig neben ihm herschritt und den Trubel keine Beachtung zu schenken schienen. Entweder störte es ihn gerade nicht, oder er unterdrückte seine Emotionen perfekt. Was genau nun der Fall war, konnte er nicht sagen. Mal schauen, ob es gut geht. Sie erreichten ihr Ziel und stellten erleichtert fest, dass nicht sonderlich viele anwesend waren. Lediglich drei Tische waren mit je drei bis vier Leuten besetzt und das war in einem so großen Raum erträglich. Wer so früh zum Dienst musste, ging scheinbar auch früh zum Essen. Na dann, wollen wir mal. Auffordernd klatschte er in die Hände, dirigierte Spock hinüber zum Lebensmittel Synthesizer und bestellte sich selbst ein reichhaltiges Frühstück mit Toast, Eiern und Speck, welches seinen werten Arzt wohl in den Wahnsinn getrieben hätte. Zwar lautete seine Empfehlung gesundes Essen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er sich auch daran hielt. Es gibt doch nichts über Speck an Morgen, kommentierte er grinsend und stellte sich wenigstens einen gesunden Orangensaft aufs Tablett. Spock hingegen musterte ihn nur, zuckte dann mit den Schultern und bestellte sich selbst einen schlichten Obstsalat und Wasser. Mit Speck konnte er so gar nichts anfangen. Spielverderber, murmelte Kirk ihm zu und verzog bei dem Anblick glatt das Gesicht. Obst war hin und wieder okay, aber für einen voraussichtlich stressigen Tag musste man schon etwas Nahrhaftes haben. Ich kann nicht verstehen, warum wir kein Fleisch essen wollen, euch entgeht da echt eine Menge. Sie suchten sich einen Tisch nahe der Wand aus und ließen sich nieder. Fleisch ist kein absolutes Muss und unser Volk zieht es schlicht weg vor, sich nicht wie Barbaren aufzuführen. Erwiderte der schwarzhaarige locker. Dennoch griff er nicht sehr enthusiastisch nach der Gabel und piekste ein Stück auf. Dann würde ich auf den Wohlkampro sehr schnell eingehen. Ein Leben ohne Fleisch? Vorher lege ich einen Zölibat ab. Irritiert wanderte Spocks Augenbrau in die Höhe, verweilte Deut einen Moment. Mir ist zwar nicht klar, was es damit zu tun haben soll, aber wenn du meinst. Jim grinste, schüttelte den Kopf und biss von seinem Speck ab. Himmels Bock, langsam solltest du meine Redensart wirklich kennen, wir haben uns sogar schon ein Pet geteilt. Bocks Verwirrung wurde dadurch nicht gerade gelindert. Ich kann meine Aussage von eben nur wiederholen, mir ist nicht klar, was das damit zu tun haben soll. Dann eben nicht. Typisch Vulkanier, wissen fast alles, aber mit so einer simplen Bemerkung sind ihre riesigen Gehirne komplett überfordert. Spock zog es voll darauf, nichts mehr zu erwidern. Fakten brachen ihm bei diesem Käpt'n nicht weiter, das hatte er bereits erkannt, und wenn er ehrlich war, hatte er auch keine große Lust, jetzt eine längere Diskussion diesbezüglich zu beginnen. Genauso wenig hatte er jedoch Lust auf seinen Obstsalat. Er hatte nur bestellt, der Jim nicht alleine essen lassen wollte, und sicher war, dass dieser ihn ohnehin nicht in Ruhe gelassen hätte, würde er nur da sitzen und vor sich hin starren. Mit viel Überwindung nahm er den ersten Bissen in den Mund, kaute kurz darauf und schluckte es hinunter. Melone war nie seine Lieblingssorte gewesen, doch an diesem Tag wurde ihm regelrecht schlecht davon. Sein Magen zog sich krampfhaft zusammen, bei den Gedanken noch mehr davon zu essen, und das andere Gefühl, welches er per du nicht deuten konnte, wurde immer schlimmer. Er war nervös, hatte ein kaum merkliches Zittern in den Fingern und so ein seltsames wie würden es die Menschen beschreiben Flattern im Bauch. Angewidert schob er den Teller zurück, griff nach dem Wasserglas und nahm einen großen Schluck davon. Jims überraschten Blick konnte er deutlich auf sich spüren, doch das war ihm zu diesem Zeitpunkt egal. Spock beschäftigten andere Gedanken, mehr als der, was der Käpt'n jetzt wohl von ihm denken mochte. Genauso wenig scherte er sich darum, dass er mal wieder komplett anders handelte, als es sonst für schüttelte. Automatisch mussete er seinen Obstsalat noch einmal, ehe er entschieden den Kopf schüttelte. Das ist eine synthetisch zubereitete Mahlzeit. Eine Schnecke hier zu finden ist unmöglich und würde auf eine Fehlfunktion des Gerätes hindeuten, erwiderte er dann. Kirks breites Grinsen entging ihm nicht. War auch nur eine rhetorische Frage. Ist mir schon klar, dass da keine Schnecken drin sein können. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Nur eine Sekunde später schüttelte entschieden den Kopf. Nein, du brauchst gar nicht antworten, ich will die Wahrheit nicht wissen. Gleichgültig zuckte Spock mit den Schultern, lehnte sich dann im Stuhl zurück und beobachtete Jim beim Essen. Dieser ließ sich den steht da diese Witt-Untersuchung an. Was genau ist das eigentlich? Prinzipiell handelt es sich dabei um eine Untersuchung des Unterbewusstseins. Die Person bekommt ein Sedativum verabreicht und während des Schlafes werden alle Träume aufgezeichnet und beurteilt. Bei diversen psychischen Krankungen hat diese Behandlungsmethode große Fortschritte für die Ursache gebracht. Skeptisch schürzt Jim die Lippen, schluckte den Bissen hinunter, den er noch im Mund hatte. Mit dem winzigen Unterschied, dass du nicht psychisch krank bist. Es muss einen physischen Grund dafür geben. Außerdem ist es nicht ein wenig unangenehm, wenn fremde Leute in deiner Privatsphäre rumgeistern? Also ich würde das nicht machen lassen. Leider ist noch nicht bestätigt, ob es sich um ein physisches oder psychisches Problem handelt. Die Wittuntersuchung kann erheblichen Aufschluss geben. Dazu kommt, dass ich als Vulcanier die wichtigsten Bereiche meines Bewusstseins so abgrenzen kann, dass selbst diese Untersuchung nichts ans Licht bringen kann, was ich nicht möchte. Na, wenn das so ist. Noch immer leicht zweifelnd ist Jim seinen Blick durch die Kartine wandern, musterte unbewusst die übrigen Anwesenden, welche in Gespräche vertieft zu seinen schienen. Schließlich blieb er an einem Mann hängen, der ein randvolles bepacktes Tablett vor sich herschleppte und durch die Reihen an Tischen und Stühlen stolperte. Irgendwie kam er ihm bekannt vor, doch da er ihm den Rücken zugewandt hatte, erkannte Jimmy nicht sofort. Erst als er sich umdrehte und in ihre Richtung blickte, wurde ihm klar, wen er da vor sich hatte. Ihre Ruhe war wohl vorbei. Zielstrebig marschierte der müde dreinblickende Mann auf sie zu, stellte das Tablett neben Jim ab und setzte sich. Morgen Captain, so früh schon wach? Ich dachte, ihr da oben müsstet erst später ran. Tja, Scotty, als Captain kann ich mir leider keine Privilegien gönnen. Er grinste schief, ließ den Blick über die diversen Sachen auf dem Tablett wandern. Wahrscheinlich hätten sich drei Leute problemlos daran satt essen können. Kleines Frühstück, was? Irritiert wanderte der Blick des Maschinentechnikers zu seinem Tablett dann wieder zu Jim und Spock. Nun, wer die ganze Nacht arbeitet und noch den ganzen Tag vor sich hat, darf sich auch was gönnen. Mein Antrieb sozusagen. Habt ihr da unten wieder was ausgefressen oder warum kümmerst du dich persönlich so lange um die Maschinen? Nee, alles im normalen Bereich kam ich nur nicht von meinen Ladies trennen. Ein spitzbübisches Grinsen huschte über seine Lippen, er sich seinem Frühstück widmete und gierig in sich hineinschaufelte. Jim nutzte diese Gelegenheit, um sich ebenfalls wieder seinem Essen zu widmen. Der Speck war schon fast kalt geworden und büßte somit die Hälfte seines guten Geschmacks ein. Beifällig wanderte sein Das Essen rührte er immer noch nicht an. Vielleicht die ersten Anzeichen? Gerne hätte er diesbezüglich offen nachgefragt, doch ihr im Moment ungebetener Gast verhinderte das. Was für eine Nummer, Spock? fragte er stattdessen nur leise, handelte sich einen verwirrten Blick des Schatten ein. Zwei, erwiderte Vulkania neutral, doch sein Blick glitt gefährlich oft in die Richtung des Neu-Einkömmlings. Gut, das geht ja noch. Ist das so eine Art Spiel zwischen euch? Ihr denkt an eine Zahl und der anderen muss sie raten? fragte Scotty amüsiert mit halbvollem Mund. So etwas ähnliches, ja. Unauffällig rutschte Kirk ein bisschen zur Seite, tat, als würde er nach etwas sehen, das sich hinter Spock befand. Er wollte nicht, dass hier alles eskalierte. Spock hatte sich noch unter Kontrolle und wenn Scotty in dem Tempo weiter sein Essen hinab schlang, war er bald fertig. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass der Schott in wenigen Augenblicken los musste, wenn er zur Übergabe rechtzeitig dort sein wollte. Als hätte dieser Jims Stumme bitte erhört, sprang der Ältere schon auf, schnappte sich sein Tablett und verabschiedete sich mit einem »Bis später dann«. Erleichtert atmete Eine Minute nachdem Scotty verschwunden war, tauchte plötzlich Uhura auf. Ihr Blick erfasste sie sofort und nachdem sie sich ein Tablett mit Frühstück geholt hatte, kam sie direkt auf die beiden zu. Jim fluchte innerlich, wollte sie jedoch nicht sofort wieder wegschicken. Wahrscheinlich machte sie sich genauso große Sorgen um ihren ersten Offizier wie Jim. Kein Wunder, immerhin waren sie mal vor eine wurschte sein Blick zu Spock. Der Vulcanier hatte die Dunkelhäutige ebenfalls bemerkt, mummelte nun eine ganz leise drei. Als Uhura den Tisch erreicht hatte, das Tablett genau wie Scotty zuvor neben Jim abstellte, steigerte er sich zu einer vier. Der Blonde bemerkte, wie die Finger des anderen kurz zuckten, sich dann aber ineinander verkrallten und wieder beruhigten, als gar nicht gut. Irgendwie kam sich Kirk gerade ziemlich hilflos vor. Mit einem gespielten Lächeln wandelte er sich an seinen Kommunikationsoffizier. Uhura, so früh schon auf den Beinen, Sie können auch sicher noch eine Stunde schlafen, bis Sie antreten müssen. Irrte er sich oder wirkte seine Stimme ein wenig gepresst? Er konnte es nicht mit Sicherheit sagen, bemerkte jedoch, dass die zierrliche Frau nicht an einem normalen Gespräch interessiert zu sein schien. Bei deinem leicht trotzigen Blick, den sie nun drauf hatte, musterte sie den Käpt'n kurz, wanderte sich dann wieder an Spock. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich wollte dich gestern Abend noch besuchen, hab dich aber nicht in deinem Quartier gefunden, sonst konnte mir auch keiner sagen, wo du warst. Ein kurzes Zucken von Spocks Augenbraue war die einzige Regelung, die sich in seinem Gesicht abzeichnete. Uhura schien deshalb verwirrt. Scheinbar war es sie es nicht gewohnt, dass der Schwarzhaarige so abweisend auf sie reagierte. Leider wusste sie auch nichts von der etwas heikligen Situation, in der er steckte und da Kirk nichts an die große Glocke hängen wollte, was Spock sicherlich nicht recht gewesen wäre, beschloss er, dem anderen aus der Klemme zu helfen. Zumindest wollte er es versuchen. Bei Uhura wusste man ja nie, in mancher Hinsicht war das weibliche Geschlecht ganz schön kompliziert. Er war bei mir, er hat versucht, mir dieses 3D-Schach beizubringen, mit wenig Erfolg. Ich bin ein lausiger Schüler. Der finstere Blick der Schwarzhaarigen richtete sich wieder auf ihn und einen Glanz, den er in den letzten Tagen auch öfter bei Spock gesehen hatte, nur dass es bei diesem sonderbar war. Eifersucht? Davon habe ich mich selbst mehrmals überzeugen können. Außerdem habe ich nicht euch gefragt, Captain, sondern Spock. Oha, die Tonlage bei dem kleinen Wörtchen Captain war schon mehr als wahrend gewesen. Scheinbar war die Gute heute nicht sonderlich gut drauf. Jim seufzte genervt. Konnte diese Frau nicht einmal seinen Rang akzeptieren? Gut, auf der Brücke leistete sie hervorragende Arbeit, doch wenn sie sich privat begegneten, war da manchmal noch immer eine Spur Feindsädlichkeit in ihr. Zwar war es die letzten Wochen immer besser geworden, doch nun schien sich das erneut zu ändern. Ist schon gut, Jim. Ich sehe keinen Grund, diesbezüglich zu lügen, erklang plötzlich Spocks Ich war die ganze Nacht nicht in meinem Quartier, der Käpt'n hat darauf bestanden, dass ich bei ihm nächtige, es gab gewisse relative Probleme, die es zu verhindern galt. Fassungslos klappte Uhuras Mund auf und selbst Jim konnte sich nur mit der Hand ins Gesicht klatschen. Manchmal verwünschte er diesen Vulkanstrang die Wahrheit zu sagen wirklich. Erst die Sache mit den Handschellen bei McCoy und jetzt das hier. Legte Spock vielleicht darauf an, diese Fakten in die Welt hinaus zu posauen? So langsam konnte man das wirklich glauben. Du hast bei ihm geschlafen? Ruckartig erhob sich die junge Frau, warf dabei die Tasse mit Kaffee zu Boden. Die schwarze Brühe verteilte sich zwischen den Beinen des Stuhls, so dass Jim instinktiv die Beine hoch riss. Was was für Probleme? Du kannst doch nicht Sie stotterte, ließ den Blick schnell zwischen Spock und ihrem Käpt'n hin und her wandern. Was geht hier vor? Das ist doch alles nicht normal. Das ist verrückt. Sie gestikulierte wild mit den Händen, schenkte den Scherben am Boden keine Beachtung. Mittlerweile hatte sich auch die Aufmerksamkeit der restlichen Anwesen auf sie gerichtet. Man hätte selbst seine Stecknadelfallen hören können. Na super. Können wir das auch einen Ticken leise diskutieren, muss ja nicht gleich die Reste der Crew wissen, dass ich mit Spock geschlafen habe. Moment, das war jetzt der falsche Wortlaut. Mit ihm? Nein, ich meinte mit ihm in einem Bett. Ja, so ist richtig. Er lief knallrot an, grinste verlegen. Zum Glück hatte er leise gesprochen. Diesen Patzer musste wirklich nicht jeder mitbekommen. Uhura schien es jedoch vollends zu genügen. Sie griff ihn bei den Schultern, drehte ihn zu sich und sah ihn so finster an, dass er einen kalten Schauer in den Rücken hinunterjagen spürte. Ich will immer noch eine Erklärung dafür. Die wirst du nicht bekommen, ist was Privates. Ach, so privat, dass er mit dir darüber spricht aber nicht mit mir. Man konnte ihre Wut förmlich spüren, doch Herrn Jim regte sich langsam der Drang, sich zur Wehr zu setzen. Immerhin war er hier der Käpt'n. Er konnte es sich nicht erlauben, so mit sich reden zu lassen. Verflossene seines ersten Offiziers hin oder her, das ging zu weit. Jetzt aber mal halblang, nicht jeder redet mit seiner Verflossenen über solchen Kram, also spiele ich hier nicht so auf, ich bin immer noch der Käpt'n dieses Schiffs. Doch das schien sie nur noch weiter anzustacheln, sie schnaubte regelrecht vor Wut. Klasse, wie komme ich hier wieder raus? Ein plötzliches lautes Geräusch und das Wackeln des ganzen Tisch weckte seine Aufmerksamkeit. Irritiert blickte er und Uhura zu Spock hinüber, der mit der Faust so fest auf den Tisch eingeschlagen hatte, dass sich eine deutliche Beule abzeichnete. Sein Stuhl lag einen guten Meter hinter ihm auf dem Boden, wackelte noch leicht. Jetzt reicht es aber, zischte er bedrohlich. Neyota, es geht dich einen Scheiß an, was ich tue und wo ich mich aufhalte und verhalte dich nicht so in der Gegenwart des Käpt'ns, verstanden? Die ohnehin dunklen recht zu durchbohren. Kirk schluckte schwer, wechselte den Blick zwischen den beiden. Spock war so in Rage, dass es ihn nicht einmal zu stören schien, dass hier noch andere Leute zugegen waren, die das Spektakel neugierig beobachteten. Spock! Uhura stotterte leicht, noch immer verblüfft, und umrundete den Tisch. Sanft legte sie dem Älteren eine Hand auf den Oberarm, was genau das schüttelte entschlossen den Kopf. Verschwinde! Ich habe keine Lust, deine Anwesenheit noch länger zu ertragen, verstanden! Die harten Worte trafen Uhura völlig unvorbereitet. Verdattert stand sie da, schien die Welt nicht mehr verstehen zu können. Jim war sich sicher, dass sie es nur gut gemeint hatte, aber das hier zu sagen hätte nichts gebracht. Spock war in der Messskala schon weit über zehn hinaus und schien regelrecht zu brodeln. Aber ich wollte doch... Sie schniefte, wischte sich schnell die aufkommenden Tränen von den Wangen, er sie mit fest zusammengepressten Lippen ihr Tablett schnappte, dieses auf das Recyclingband stellte und aus der Kantine eilte. Alle Augenpaare der Anwesenden folgten ihr und einer der Männer, er schien von der Sicherheitsabteilung zu kommen, wie Kirk feststellte, schien es sich besonders zu Herzen zu nehmen. Er erhob sich von seinem Platz, trat völlig ahnungslos auf den Wokanier zu und baute sich vor diesem auf. Mir ist bewusst, dass sie der erste Offizier sind, aber das gibt ihm noch lange nicht das Recht, so mit einem anderen Offizier zu sprechen, sagte er gerade heraus, lenkte somit den ganzen Zorn des Wokaniers auf sich. Kirk betete, dass Bock sich noch einmal zusammenreißen konnte, vergebens. In nur einer Sekunde holte der Wokanier mit ganzer Kraft aus und schlug zu. Es war allein den guten Reflex des Mannes zu verdanken, dass er es schaffte, dem Schlag abzuwehren, dennoch würde sein Arm sicherlich ein paar Tage höllisch wehtun. Er ist verrückt, hörte man einen weiteren Mann weiter hinten sagen. Wir müssen etwas tun, sagte ein anderer. Noch ehe Jim etwas erwidern konnte, die Situation erklären, stürmten die drei auch schon herbei, bereit, ihrem Kumpel zur Hilfe zu kommen. Das Poltern von umgeworfenen Stühlen, das Quietschen von Tischen, die in der Eile verschoben wurden, erfüllte den Raum. Jim kniff die Augen zusammen. Wenn er nicht gleich etwas unternahm, endete das Ganze hier im Chaos. Hin und hergerissen, was er nun tun sollte, musste Kirk mit ansehen, wie sich die Männer aufs Bock stürzten und versuchten, ihn festzuhalten. Obwohl sie deutlich in der Überzahl waren, fiel es ihnen alles andere als leicht. Einer der Männer, ein groß gewachsener und sehr stämmiger, schnappte sich ihn von hinten, versuchte ihn so festzuhalten, dass die anderen ihn überwältigen konnten. Vergebens. Der Vulkanier trat so kräftig mit dem Fuß zu, dass ein Kumpane eineinhalb Meter zurück geschleudert wurde und hart auf dem Allerwertesten landete. Dann wandte er sich blitzschnell herum, befreilte sich problemlos aus dem Griff und versuchte den vulkanischen Nervengriff anzuwenden. Gerade noch rechtzeitig schaffte es der Große seine Hand festzuhalten und runterzudrücken. Es dauerte jedoch nur den Bruch da einer Sekunde, bis der Schwarzhaarige erneut kräftig ausholte. Er schien in keinster Weise eingeschüchtert noch Herr der Lage zu sein. Jim schluckte. Er musste definitiv eingreifen. Eine weitere Schlägerei auf der Enterprise war nicht duldbar. Das Ganze nahm immer größere unüberschaubare Dimensionen an. Aufhören, Spock, hör auf! Festen Schrittes trat er näher, ignorierte die wahrenen Gesten der Sicherheitsmänner. Einer versuchte ihn von dem Getümmel wegzuziehen, doch er schüttelte ihn schnell ab. Grob zog er den zweiten Mann, der gerade versuchte Spock von hinten in die Mange zu nehmen beiseite, fasste den Vulkanier an den Schultern und versuchte ihn herum zu drehen. Erfolglos. Die beiden Streithähne waren immer noch in die Sache vertieft und die anderen mischten sich auch wieder hinzu. Scheinbar nahm ihn hier niemand als Käpt'n ernst. Etwas, was Kirk enorm ärgerte. Mit all seiner Kraft drängte er sich letzten Endes zwischen Spock und den Riesen, so dass sie zwangsläufig auseinander mussten. Dabei erhaschte er einen kurzen Blick in das Gesicht des Vulcaniers. Er wurde nur von der Wut getrieben, schien nicht mehr er selbst zu sein. Als er spürte, dass der Riese erneut von hinten kommen wollte, warf er ihm über die Schulter einen so giftigen Blick zu, dass dieser es sich anders überlegte. Mit einem skeptischen Blick und bereit, sich jederzeit erneut einzumischen, trat er ein paar Schritte zurück. Die anderen taten es ihm widerstrebend gleich. Erleichtert atmete Jim durch, wandte sich dann wieder an Spock, der versuchte an ihm vorbeizukommen. Spock, Spock! Eindringlich sah den Älteren an, die Hände fest auf seine Schultern gelegt. Beruhige dich, komm schon, denk nach, du willst das doch gar nicht, das ist nur ein Missverständnis, versuchte er beschwichtigend, hatte jedoch keinen großen Erfolg. Sie haben angefangen, jetzt werden sie dafür büßen, ein Vulkanier fordert man nicht ungestraft heraus. Resigniert seufzte Jim, gab jedoch nicht nach. Das ist mir schon klar, aber der Schwarzhaarige gab ihm nicht die Gelegenheit zu Ende zu sprechen. Geschickt entwandte er sich dem Griff, umrundete Jim und stimmte wieder auf den wesentlich Größeren zu. Erneut entstand ein Gerange, dem der Blonde nichts entgegen zu setzen hatte. Hilflos musste er mit ansehen, wie die ganze Sache erneut losging und fast schon überlegte er per Intercom Unterstützung anzufordern, doch etwas in seinem Inneren hielt ihn davon ab. Das Ganze ist nur wegen mir, er dreht durch wegen allem, was mit mir zu tun hat. Kirk schluckte. Wenn er die Ursache für diese Anfälle war, dann konnte er diesen Faktor vielleicht auch für sich nutzen. Spock schien in vieler Hinsicht verwirrt und überfordert zu sein, insbesondere mit den Gefühlen. Das hatte er deutlich klargestellt. Ich muss ihn ruhig stellen. Und dann bot sich ihm auch sogleich die Gelegenheit dazu. Irgendwie hat die Gruppe es geschafft, Spock in Mangel zu nehmen und fest zu halten. Ihre Gesichter glühten zwar vor Anstrengung, doch das war der Moment, den Jim brauchte. Schnell eilte er heran, umfasste Spocks Gesicht mit seinen Händen und zwang ihn ihm direkt in die Augen zu sehen. Spock, bitte, hör auf, das Ganze ist doch völlig sinnlos. Deutlich spürte er das angestrengte Zittern im Körper des Anderen, ließ sich davon jedoch nicht beirren. Versuch dich zu entspannen. Sanft strich er mit dem Daumen über die Wange des Anderen, ignorierte dabei die verwirrten Blicke der Männer. Irgendwie schaffte er es sogar die Angst hinunter zu kämpfen, die von seinem Körper Besitz ergriffen hatte. Wovor wusste er nicht, aber sie war da. Spock Nein, Jim, nein, es geht nicht. Erneut versuchte er sich loszureißen und scheiterte. Jim schluckte. Er wusste nicht, was er tun konnte, um ihm zu helfen. Vielleicht hätte er sich einen besseren Plan zurecht legen sollen. Leider handelte er instinktiv. Doch, du kannst, ich weiß es und ich helfe dir auch dabei. Ein kurzes Grinsen hüscht über seine Lippen, als er alles andere ausblendete und sich auf den Halbvokal konzentrierte. Du bist eifersüchtig? Dann gebe ich dir einfach einen Grund, nicht mal eifersüchtig zu sein. Ein Funken von Verwirrung spiegelte sich in den angespannten Zügen des Älteren wieder, doch noch ehe er etwas erwidern konnte, beugte sich Kirk weiter vor, überwand das letzte bisschen Abstand zwischen ihnen und legte seine Lippen sanft, aber entschlossen auf die des Anderen. Deutlich spürte er, wie Spock zur Saltsäule erstarrte, dann zurückschrag. Kirk hielt ihn weiter fest und Spock riss sich auch nicht los, obwohl die Männer ihren Griff überrascht gelockerten und ebenfalls zurückwichen. Langsam und zögernd löste sich der Blonde wieder von ihm, rechnete schon damit, eine Gescheuer zu bekommen, doch nichts passierte. Spock starrte ihn nur an, woraufhin er sich selbst unwohl fühlte und die Schamesröte ihm ins Gesicht schoss. Zwar hatte seine Aktion den gewünschten Erfolg gebracht, doch jetzt war es ihm irgendwie peinlich, das ausgerechnet hier gemacht zu haben. Moment, ist das alles, was mich stört, dass es hier war? Über seine eigenen Gedanken schockiert, bemerkte er gar nicht, dass sein Gegenüber plötzlich taumelte. Erst als ihm der Schwarzhaar entgegen kippte und ihn fast mit von den Füßen riss, begriff er, was los war. Gerade noch schaffte er es, ihn festzuhalten. Was zur erschrocken sank er mit dem Vulkanier in die Knie, hielt ihn immer noch fest umklammert, nicht in der Lage, seinen eigenen Griff zu lockern. Spock? Ängstlich. Seine Stimme klang so ängstlich wie die eines kleinen Kindes. Spock! Er schüttelte ihn leicht, bekam jedoch keine Antwort. Auch seine immer eindringlich werdenden Rufe blieben, ohne Reaktion. Fast schon panisch hob er den Blick, versuchte nicht erst, seine Angst zu verbergen. Hut McCoy, sofort! Mir egal, was er macht, er soll sofort herkommen, es ist ein Notfall. Kapitel 6 Wie sieht's aus, Pille? Was hat er? Geht's ihm gut? Warum ist er immer noch nicht aufgewacht? Seit einer geschlagenen halben Reaktion, schaffte es so, seinen langjährigen Freund regelrecht in den Wahnsinn zu treiben. Dieser war nach wie vor mit ein paar Untersuchungen beschäftigt, versuchte sich nicht allzu sehr ablenken zu lassen, vergebens. Diese ständigen, sich wiederholenden Fragen im Sekundentakt brachten jeden noch so ruhigen Arzt auf die Palme, und da McCoy selbst nicht zu eben jenen ruhigen Ärzten gehörte, war es kein Wunder, dass er schnell die Geduld verlor. Mensch, Jim, halt endlich die Füße still, das regt nur auf, so kann ich nicht arbeiten. Murte er mürrisch, als er eigentlich hätte klingen sollen, und fast tat es dem Älteren auch leid. Doch als er zufrieden bemerkte, dass die Worte ihre Wirkung nicht verfehlt hatten, verschwand dieser Hau von Schuldbewusstsein schnell wieder. Er widmete sich wieder seine Arbeit, kontrollierte erneut die Vitalfunktion und das Blutbild, ohne nennenswerten Erfolg. Abgesehen von der starken Erschöpfung schien mit Spock alles in Ordnung zu sein. Für einen Vokania war es sicher nicht leicht, ständig gegen so starke Gefühle anzukämpfen, die einen bei der geringsten Kleinigkeit überrollen konnten. Es erfordert eine Menge psychische Kraft und das strengt nun mal an. Warum er aber ausgerechnet jetzt umgekippt war, blieb ihm ein Rätsel. Oben in der Kantine schien etwas vorgefallen zu sein, alle Zeichen wiesen darauf hin, nur was? McCoy hasste es im Dunkeln gelassen zu werden. Kurz wanderte sein Blick zu ihrem Käpten. Jim hockte nun auf der Diagnoseliege neben ihn, tippte nervös mit den Fingern auf der Liegefläche herum. Sein Blick war starr auf das Gesicht des Schwarzhaarring fixiert, fast so, als erwartete er sehnsüchtig, dass diese endlich wieder zu sich kamen. Vermutlich tat er das auch. Ein leises Seufzen entwandte sich den Litten des Arztes und er ließ von seinem Patienten ab, wandte sich dem Jüngeren zu. Mit einem fast schon väterlich klingenden Ton sagte er leise, Hör auf dir Sorgen zu machen, es geht ihm soweit ich jetzt beurteilen kann gut. Abgesehen von ein paar kleinen blauen, nein, grünlichen Flecken sind seine Werte normal und er schläft ruhig. Unbewusst biss sich Jim auf die Unterlippe, warf Pilla einen kurzen Blick zu, er sich mit beiden Händen übers Gesicht fuhr und genervt stöhnte. Wenn es ihm gut ginge, würde er nicht einfach umkippen oder würdest du mir sagen das ist normal? Habe ich nie behauptet, erwiderte der Arzt des Raumschiffes Enterprise locker, begab sich dann an die Seite seines Freundes und legte ihn einen Arm um die Schulter. Irgendwie hatte er das Gefühl, als bräuchte Jim gerade Trost. Er schien sich fast verrückt zu machen. Er war extrem erschöpft und dann gab es irgendeinen Auslöser und es war zu viel für ihn. Denk doch mal nach. Ich wollte dich das vorhin nicht in der Kantine vor den anderen fragen, aber mir scheint als sei irgendetwas da oben passiert, was du mir noch nicht erzählt hast. Die Männer sahen ziemlich übel zugerichtet aus und wirkten irgendwie schockiert. Schlagartig wechselte Jims Gesichtsfarbe von Blass auf Tomaten rot. Seine Gedanken wanderten wieder zu dem zurück, was er unmittelbar vor Spocks Zusammenbruch getan hatte. Geküsst? Verdammt, ich habe ihn wirklich geküsst! Unbewusst hob er die Hand, strich sich kurz über die Lippen und fixierte weiter die schlafende Gestalt auf dem Bett vor sich. Warum hatte er das getan? Es hätte sicher auch eine andere Möglichkeit gegeben, Spock zu beruhigen, aber er hatte sich ganz bewusst für diese eine entschieden. Fast so, als wollte er es unbedingt tun. Das ist doch absurd! Warum sollte ich das tun? Er versuchte, sich krampfhaft einzureden, dass er sich nur um eine Kurzschlussreaktion gehandelt haben musste. In dieser Sekunde war ihm völlig gleich gewesen, wie er das Drohneunheil verhindern konnte, solange er es nur tat. Der Kuss war schlichtweg die einzig logische Wahl gewesen. Jetzt denke ich schon genau wie er, Himmel, er hat mir irgendwelche Tentakeln in den Kopf gepflanzt und versucht mich darüber zu lenken. Vulkania! Ein leises Reusbein neben sich riss ihn wieder in die Wirklichkeit zurück und erinnerte sich, dass Pille immer noch auf eine Antwort für ihn verlangte. Ähm, es erstockte, sammelte sich kurz und begann dann erneut. Erfolg hatte wieder einen Ausraster, hat sich mit Uhura gestritten und dann kam es zu einer Schlägerei mit ein paar Sicherheitsleuten. Sie wollten ihn nur unter Kontrolle bringen, mit wenig Erfolg. Er ist unheimlich stark. Bestätigt nickte Pille. Das stimmt, die Kräfte von Vulkanien übersteigen die von Menschen bei Weitem. Vermutlich hätte er sie fertig machen können. Aber warum hat er plötzlich aufgehört? Was ist passiert, unmittelbar bevor er umgekippt ist? Die Schlägerei kann zwar der Anfang sein, aber sicherlich nicht der Auslöser. Jim, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Ich bin ein Arzt und kein Seelenklempner. Ein wahres Wort. Wäre es so einfach gewesen, hätte Kirk ihm sicher geantwortet, doch ein dicker Kloß in seinem Hals verhinderte, dass er einfach hinaus posaunte, was er getan hatte. Schlimm genug, dass es so viele mitbekommen hatten. Nein, jetzt musste er diese peinliche Tat auch noch seinem besten Freund erzählen. Aber wenn Spock vielleicht helfen konnte, dass McCoy alles wusste, dann durfte er diese entscheidende Information nicht vorenthalten. Ich... Ich habe ihn... geküsst, murmelte er ganz leise, senkte dabei beschämt den Blick. Irgendwie wurde ihm bei den Worten ganz heiß. Sein Herz schien, um das Doppelte schneller zu schlagen und ein schwerer Druck lag auf seiner Brust. Erschwerte ihm das Atmen. Fast schon dachte er, dass er selbst gleich von den Füßen kippen würde, doch im letzten Moment fasste sich Pilla ein Herz und unterbrach die Stille, indem er weiter nachhackte. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du hast ihn geküsst? Einen Mann? Einen Vulkanier? So richtig? Unwillkürlich zuckte Jim leicht zusammen, zog den Kopf etwas ein und nickte bestätigend. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte ihn beruhigen und das war das Einzige, was mir einfiel. Erneut kehrte Stille zwischen den beiden Männern ein. Jim hätte zu gern gewusst, was McCoy nun dachte, doch der Arzt schien angestrengt nachzudenken. Dann ganz plötzlich erhob er sich vom Bett, schritt hinüber zu Spock und begann zu lachen. Irritiert beobachtete Kirk ihn dabei, wusste nicht, was er davon halten sollte. Du willst mir sagen, du hast unseren Mr. Spock hier, den am logisch denkendsten Vulkanier im ganzen Universum geküsst und ihn hat es umgehauen wie ein pubertierendes Schulmädchen, das den ersten Kuss bekommen hat? Jim, das ist echt der Hammer! Das werde ich ihm ewig aufs Butterbrot schmieren. Vermutlich hast du seine ganze Welt Anschauung auf den Kopf gestellt oder deine Küsse sind gefährlich. Kein Wunder, dass ich kaum eine von deinen Flammen zu Gesicht bekommen habe, wenn die alle so reagiert haben. Erneut lachte Pille und Jim konnte nicht anders als ebenfalls kurz zu grinsen. Er war erleichtert, dass McCoy es so locker wenigstens haben wir nur den Auslöser gefunden. Mir wäre es nicht anders gegangen, wenn du das bei mir gemacht hättest. In einem Moment hat man noch eine fröhliche Schlägerei und im nächsten wird man von Käpt'n abgeknutscht. Echt eine geile Schlichtmethode. Noch immer glückste der Arzt vor sich hin, wandte sich jedoch kopfschüttelnd von ihm ab. Ich muss mich jetzt wieder um einen Notfallpatienten kümmern. Ihr kommt hier alleine zurecht, oder? Jetzt, da wir die Ursache kennen, sollte es ein leichtes für dich sein, ihn wieder hochzupäppeln. Und vermeide bitte ihn noch einmal auf so emotionale Art und Weise aufzuregen. Wo kann ihr kommen damit schwer klar? Jim atmete erleichtert aus, beobachtete, wie Pille zur Tür ging und das Computer Terminal auf dem Tisch Mechtel hier. Ich will dieses Zimmer betreten können, ohne gleich an euch denken zu müssen. Damit wandte er sich ab und verließ den Raum. Eine Weile schaute Jim seinem Freund noch hinterher, versuchte zu verstehen, wie sie McCoy diese Gelegenheit nicht genutzt hatte, um mir noch ein wenig mehr aufzuziehen. Normalerweise war es eines seiner Hobbys, sich über Jims seltsame Ideen lustig zu machen oder ihm andere auszureden, aber dieses Mal schien der Doktor nicht weiter darauf eingehen zu wollen. Beim nächsten Saufabend wird das mir sicher auf die Nase binden. Leise seufzend wandte sich Kirk wieder Spock zu, beobachtete den Schwarzhaar einige Minuten lang unsicher. Wie sollte er sich nun verhalten? Es auf das einzig mögliche abschieben, was er tun konnte, ohne sich ein paar gemeine Schläge aber irgendwas in seinem Inneren protestierte stark gegen diese Möglichkeit. Fast schien es ihm, als wollte sein Körper ihm sagen, dass es falsch war, das zu ignorieren. Zweifelsohne hatte es Jim mehr genossen, als es hätte sein sollen. Allgemein hatte sich im letzten Tag einiges in seinem Leben auf den Kopf gestellt. Schuld daran war eine ganz gewisse Person. Wie schaffst du das nur? Echt, nicht nur die musst du das auch noch mit mir anstellen. Arschloch, am besten sperre ich dich in irgendeine Zelle und werfe den Kot weg. Brummte Kirk irgendwie eingeschnappt, ließ sich seitlich auf die Liege sinken und seufzte ergeben. Niemals verlor er die Kontrolle über sein Handeln. Okay, gelegentlich, aber in einem Maß, das er tolerieren konnte. Dieses Mal jedoch war anders. Er hatte es nicht kommen sehen, was sich langsam in ihm manifestierte und nun schien es zu spät zu sein, dagegen anzukämpfen. Kirk wusste weder aus noch ein. Hier ging alles in völlig schiefem Bahn. Es verging eine gute Stunde und nichts geschah. Weder Caterpillet zurück, Jim fragte sich ernsthaft, um was es für ein Notfall es sich handelte, dass der Arzt so lange beschäftigt war, noch wollte Spock endlich aufwachen. Einmal hatte sich der Vulkanier leise gemohrt und sich gerührt, so dass Jim fast vor Schreck von der Liege gefallen wäre, doch nun musste er resigniert feststellen, dass er sich nur auf die Seite gedreht hatte und weit schlief. Irgendwie kam sich der Käpt'n blöd vor und er war sich sicher, dass er schon eine Menge Gerüchte gab. Zwar hatte er die Sicherheitsleute zum Schweigen verdonnert, aber ob das was brachte? Die Enterprise Gerüchteküche war einer der schnellsten im ganzen Universum. Genervt war er einen Blick auf die Uhranzeige. Sein Dienst hatte schon vor einer knappen Stunde begonnen und was tat er? Saß hier am Bett seines ersten Offiziers und wartete, dass dieser aufwachte. Eigentlich war es seine Pflicht als Käpt'n das Schiff zu führen, doch er hatte Solo kurzerhand damit beauftragt. Da ihnen ohnehin nichts spannendes bevorstand, konnte er sich eine kleine Pause gönnen. Und die verbringe ich hier. Echt Kacke. Leicht frustriert erhob sich Jim, schritt hinüber zum Bett und schnappte sich die Decke vom Fuß Ende. Vorsichtig zog er sie hoch, deckte den Schwarzhaarring zu, er sich auf dessen Liege niederließ und gelangweilt vor sich hin starrte. Hier unten fehlte definitiv etwas, um sich die Langeweile zu vertreiben. Man konnte ja fast meinen, verrückt zu werben. Alles, was er sah, waren Injektoren und andere Folter Instrumente, mit denen Pille ihm nur zu gern an den Kragen rücken wollte. Stand nicht auch bald wieder eine von diesen Routine Untersuchungen an? Oh Scheiße, er musste sich schon mal vorab Ausreden überlegen. Nur zu gut konnte er sich an seinen ersten Aufenthalt auf der Enterprise erinnern, der zwar eigentlich nicht genehmigt war, aber dennoch von Nöten. McCoy hatte ihn mit allen möglichen Mitteln vollgepumpt und jedes Mal hatte er eine weitere Reaktion darauf bekommen. Auf solchen Scheiß konnte er gut und gerne verzichten. Seit ich hier bin hat sich alles komplett verändert. Ein kurzes Grinsen huschte über seine Lippen, als er daran � dachte, dass er früher niemals mit so einer steilen Karriere gerechnet hätte. Aber genauso hätte er sich mit jedem angelegt, der gesagt hätte, dass er eines Tages auf einen sturen, dickköpfigen und nervigen Vulkan Jahr abfahren würde. Echt, das Schicksal konnte einem ganz gemeine hinterhältige Streiche spielen, wenn man nur eine Sekunde lang nicht aufpasste. Hat die Dienst nicht schon lange begonnen, Captain? Erschrocken zuckte Jim zusammen. Er hatte gar nicht bemerkt, dass Spock aufgewacht war und ihn nun aus immer noch müde wirkenden Augen anschaute. Schon, aber ich kann meinen ersten Offizier doch nicht allein hier unten liegen lassen. Wer weiß, was Dr. McCoy sonst noch mit ihnen anstellen würde. Er ließe sich keine Gelegenheit nehmen, eine Vulkanie wie sie mal ordentlich durch die Mangel zu nehmen, konnte sein Mund schneller als sein Kopf denken konnte. Leicht skeptisch wanderte sein Blick über Spocks Gesicht Züge. Der Schwarzhaar wirkte noch immer wenig desorientiert, machte nicht einmal Anstalten, sich demnächst zu erheben. Wahrscheinlich hat Pille recht, das Ganze war zu viel. Er verkniff sich einen weiteren Kommentar, deswegen wechselte lieber das Thema. Aber seit wann wieder so förmlich? Waren wir nicht längst beim Du angekommen oder stört es dich etwa? Einen Moment schien Spock darüber nachzudenken und Jim konnte nicht verhindern, dass ihm ein flaues Gefühl im Magen befiel. Irgendwie hoffte er inständig, dass Spock sich nicht an den Kuss erinnern konnte, viel zu sehr an das Geschehen an sich fixiert war, oder dass er wenigstens nicht darauf zu sprechen kam, noch nicht. Nein, ich Müde schloss der Schwarzhaarige ein paar Augenblicke die Augen, riss sie dann jedoch wieder auf, scheinbar fest entschlossen wach zu bleiben. Gut, anders wäre es mir auch ein wenig lästig gewesen, bin eher der Duzentyp. Ein keckes Grinsen folgte, verwandelte sich jedoch schnell wieder in ein leichtes Besorgtes. Schlaf noch ein wenig, Pille meint, dass du das dringend brauchst. Spock schüttelte leicht den Kopf. Ich glaube, ich hatte heute einen Traum, das erste Mal in meinem Leben, begann er dann leise. Du musst wissen, Wokania träumen eigentlich nicht, aber dieses Mal muss es eine gewesen sein. Neugierig spitzte Jim die Ohren, lauschte den leisen Worten des Älteren. Und was hast du geträumt? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, mich an dich erinnern zu typisch ist. Es widerspricht seinem ganzen Verhalten bis ins kleinste Detail. Es ist absurd, sich so etwas vorzustellen, und dennoch ist es möglich. Was war's denn nun? drängte Jim. Im Biffy schon eine grobe Ahnung, doch er wollte sich bestätigt fühlen. Oder? Wollte er das wirklich? Ein Teil in ihm, ja, aber ein anderer wollte die Flucht ergreifen, so schnell wie möglich, so weit es ging weglaufen, und vielleicht noch mit einem Raumanzug hinaus und an einem Seil hinterher ziehen lassen. Dort würde ihn niemand finden, mal von der Absurdigkeit abgesehen. Oben in der Kantine, du hast ... Bitte nicht schockiert sein, du hast mich ... geküsst. Jim schluckte schwer, abmitte tief durch, er leicht den Kopf schüttelte. Das war kein Traum, ich ... ich hab's wirklich getan. Nun musterten ihn zwei große Augen. Spock schien schlagartig wach zu sein und seine volle Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet. Warum? fragte er mit Verunsicherheit verbrierender Stimme. Deutlich war ihm anzusehen, wie unwohl er sich in dieser Situation fühlte. Jim ging es da nicht anders, aber dass Spock auch Teil der Wissenschafts- crew war, war auch sein Wissensdrang geweckt worden. Warum sollten sie so etwas derartig Unlogisches machen? Jim schluckte schwer, schüttelte leicht den Kopf. So ganz genau kann ich dir deine Frage nicht beantworten, mir fiel irgendwie nichts anderes ein und da habe ich es einfach gemacht. Schlagartig legte sich ein düsterer Schatten über Spocks Augen und zum wiederholten Mal bemerkte Kirk, dass sein Parameter auf den Anzeigen über seinen Kopf seltsam ausschlug. Was hat das zu bedeuten? Seine Aufmerksamkeit wurde jedoch wieder auf ihr Gespräch gelenkt, als er Vukania mit mehr als gepresster Stimme fragte, Du küsst, also aus Unwissenheit, was du sonst machen sollst? Ähm, nein, nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Entschieden schüttelte Jim den Kopf, so hatte er das nicht rüberbringen wollen. Glaub mir, ich knutsche nicht einfach so ein Kerl ab, das war mehr instinktiv. Noch immer war die Stimme unter dem Gefrierpunkt und vergeblich versuchte Kirk, die Lage noch zu retten. Nur wie? Vukania war nicht gerade dafür bekannt, sich mit Gefühlen gut auszukennen und offen darüber zu sprechen. Daher hatten sie gerade die schlechtesten Voraussetzungen, die es geben konnte. Da konnte nur noch eins helfen, die Logik gemischt mit der knallharten Wahrheit. Betrachte es doch mal von der logischen Seite. Du warst in dieser Situation voll eifersüchtig und den anderen in Sachen kraftweit überlegen. Um Eifersucht zu bekämpfen, gab es nur eins. Man muss demjenigen geben, was er will, um ihn wenigstens kurzzeitig davon abzulenken. Von daher der Kuss. Scheinbar trugen seine Bemühungen Früchte. Sie haben mich also geküsst, um mich von den Männern abzulenken? Jepp. Warum befinde ich mich dann hier? Ein leichtes Schulterzucken seitens Jim war die Antwort. Dr. McCoy meinte, dass es in deinem Kopf zu einem Kurzschluss gekommen wäre. Seine zweite Theorie hingegen besagte, dass ich giftig bin. Nun richtete sich Spock leicht auf, zumindest soweit, dass er den Kopf auf den Ellenbogen abstützen konnte, um Jim besser zu mustern. Diese Theorie lässt sich sofort widerlegen. Menschen besitzen keinerlei Giftrüsen. Sie können niemanden auf diese Art und Weise vergiften. Jim schmunzelte. Irgendwie hätte er sich denken können, dass Spock nun auf diese Art kommen würde. Bist du dir da sicher? Vielleicht habe ich ja ein paar besondere Ausstattung. Anzüglich beugte er sich weiter hinunter, konnte spüren, wie Spock unwillkürlich wieder tiefer in die Liege einsank. Das ist völlig ausgeschlossen. Die Möglichkeit einer solchen Ausstattung beträgt 0%. Menschen auf der Erde sind zu so etwas nicht fähig. Noch immer lag ein breites Grinsen auf Jims Lippen, während er sich noch ein Stück weiter nach vorne beugte, sich mit der Hand auf Kopfhöhe abstützte. Wenn das so ist, dann muss ich davon ausgehen, dass es dich einfach aus der Bahn geworfen hat, oder? Der Kuss eines Mannes ist zu viel für das vulkanische Gemüt. Ein leichter, gewöhnlicher Schimmer huschte aus Spocks Wangen und erwandte schnell den Blick zur Seite. Kirk bemerkte es dennoch, fühlte sich nur noch mehr dazu ermutigt, weiterzumachen. Also, wie sieht es mit dieser Theorie aus? Ich weiß es nicht. Überrascht wandte Jims Augenbraue in die Höhe, eine Geste, die sonst nur Spock anwandte. Du weißt es nicht? Das ist aber selten. Normalerweise hast du doch zu allen eine Theorie oder wenigstens eine vage Vermutung. Das stimmt. Dieses Mal jedoch kann ich keine Theorie aufstellen. Mir fällt das Denken schwer. Wenn ich es versuche, kommt erneut dieses seltsame Gefühl in mir hoch. Und das ist nicht richtig. Er seufzte schwer. Sie sind sich richtig damit auseinander zu setzen. Jim schluckte, ließ den Kopf eine Sekunde hängen, er es Bock wieder schlafen, das mit deinen Gefühlen kriegen wir schon wieder hin. Und selbst wenn etwas neu ist, heißt es noch lange nicht, dass es schlecht ist. Aber das wirst du schon herausfinden. Wahrscheinlich. Bis dahin kann ich jedoch nicht garantieren, Herr meiner Lage zu sein. Sie sollten Dr. McCoy lieber warnen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent, dass ich auch ihn als Gegner erachten werde. Kirk nickte. Ist vermerkt, ich rede noch mal mit ihm, wenn er wieder da ist. Und jetzt schlaf, ich warte hier. Er setzte sich wieder aufrecht hin, beobachtete, wie Spock sich auf die andere Seite drehte, die Decke wieder weiter hoch zog und die Augen schloss. Nur wenige Minuten später schien er tief und fest eingeschlafen zu sein. Echt ein tolles Gespräch, hast du super gemacht, Jim, brummte eine leise Stimme in seinem Inneren, machte ihm klar, dass sein Unterbewusstsein nicht mit dem Einverstanden war, was er sich hier geleistet hatte. Er wollte klare Fronten schaffen, Spock versichern, dass es sich niemals wiederholen würde, und was tat er stattdessen? Sagte, dass er schon noch damit klarkommen würde. Das kam einem Versprechen gleich, das Ganze irgendwann zu wiederholen. Was gäbe er darum, jetzt einen ordentlichen Drink in der Hand zu halten, in irgendeiner gottverdammten Bad zu hocken und irgendwelchen Tussis hinterher zu schauen? Genau das bräuchte er jetzt, um wieder normal zu werden, oder doch nicht? Seine verzweifelten Gedanken vollkommen ergeben, musterte Jim die schlafende Gestalt neben sich noch einmal, registrierte es jetzt, dass er immer noch hier hockte, ganz nah, er brauchte nur die Hand ausstrecken und hätte ihn berühren können, nicht mal eine Abenslänge weit weg. Reiß dich zusammen, ein verrückter Offizier an Bord reicht schon, vergebens. Jim konnte nicht verhindern, dass er sich vorbeugte, einmal kurz über die schwarzen, leicht verwuschelten Haare strich und sich dann einfach dazu legte. Vorsichtig darauf bedacht, weder Spock zu wecken, noch aus dem Bett zu fallen, rutschte er etwas näher heran, machte es sich bequem und schlass die Augen. Wenn er schon herum hockte, konnte er die Zeit nutzen und den verlorenen Schlaf von letzter Nacht nachholen. Er dachte dabei gar nicht daran, dass McCoy sie vielleicht so sehen könnte. Ihm war einfach alles egal. Hauptsache er konnte hier liegen, zusammen mit Spock. Kapitel 7 Jim Ein immer eindringlicher werdendes Rütteln an seiner Schulter riss ihn geraume Zeit später aus den verwirrten Träumen zurück in die Realität. Irritiert hob er den Kopf aus dem zusammengeknautschten Kissen, blinzelte ein paar Mal, um die Müdigkeit zu vertreiben. Vergebens. Sie lag bleisch schwer auf seinem Gemüt und im ersten Moment wusste er gar nicht, wo er sich befand. Doch als er die nur allzu vertraute Krankenstation erkannte und das Gesicht seines besten Freundes dicht über ihm schwebte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Die Sache in der Kantine wurde wieder allgegenwärtig und genau so der Grund, warum er nicht wie normal auf der Brücke war, sondern hier herum lag. Ruckartig wandte er den Blick von Pille ab, blickte neben sich, wo noch immer wie erwartet Spock lag. Der Vulkanier schien tief und fest zu schlafen, sich an ihrer Anwesenheit nicht einmal zu stören. Ihm geht's gut, aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Langsam wandte Kirk sich wieder ab, musterte seinen langjährigen Freund nun eingehend. Wieso das denn? Hast du mir wieder was gespritzt im Schlaf oder was? Widersprechend schüttelte der Angesprochene den Kopf. Red dann bitte meine Routineuntersuchung durchführen können? Nee, gelegentlich muss ich auch mal fair bleiben. Das tadelnde Grinsen des Doktors verhinderte, dass Kirk weiter nachhakte, was ihm wohl bei diesen Untersuchungen bevorstand. Besser, er verdrängte jeden Gedanken daran und versuchte weiterhin seine Tradition treu zu bleiben, genau in den Momenten tierisch beschäftigt zu sein, wenn Pille mal Zeit hatte. Bislang hat es mal ihm haben würde und irgendwann würde er ihn erwischen. Zur Not würde Pille ihn wohl an den Haaren runter zerren. Unwillkürlich huschte ein kurzer, kalter Schauer seinen Rücken hinunter. Am besten dachte darüber jetzt nicht mehr nach. Vorsichtig rappelte er sich herum, schwang die Beine von der Liege und stand auf. Ein leises Gehen schlich sich über seine Lippen und erschützelte kurz den Kopf, um wieder klar denken zu können. Was war das eigentlich für Notfall? Kurz huschte sein Blick zur Bordzeit. Es war schon fast Mittag, was bedeutete, dass er mehrere Stunden geschlafen hatte. Ach, einer aus der Technikabteilung meinte, er müsse unbedingt gefährliche Wartungsarbeiten ohne zweiten Mann durchführen, dabei hat er einen ziemlich kräftigen Stromschlag bekommen, üble Verbrennung und seine Nervenimpulse sind total durcheinander Ärger im Tonfall. Aber jetzt mal zu dir, was hast du hier gemacht? Unschlüssig, was Pille von ihm hören wollte, zuckte Jim mit den Schultern. Was meinst du? Na, du hast geschlafen? Ja, weil ich müde war, heute Nacht hatte ich nicht gerade viel Schlaf, erwiderte Blonde, als wäre es die normalste Sache der Welt. Doch auch Pille blieb ruhig, hatte nur sein typisches Grinsen aufgelegt, welches er immer hatte, wenn er Jim ein wenig aufziehen wollte. Ach, und ich dachte, du wolltest nur ein wenig kuscheln. Jimmy Boy ist ein Schmusetiger. Sofort schoss die Schamesröte in Jims Gesicht und er sah den älteren böse an. Das ist doch gar nicht wahr. Ach, warum wirst du dann jetzt so rot? Wenn ich nicht recht habe, warum hast du dich dann zu ihm gelegt an die er sich nun gelehnt hatte. Wesentlich mehr Platz. Nun glich Kirks Gesicht schon eher einer überreifen Tomate und verzweifelt versuchte er irgendeine plausible Antwort zu finden. Aber was war plausibel genug, um so etwas zu erklären? Prinzipiell hatte Pille ja recht, er hätte sich wesentlich gemütlicher auf der anderen Liege machen können, doch er hatte sich bewusst für genau diese entschieden. Das Resultat seiner weitgehenden Überlegung machte alles nur noch komplizierter. Weil, weil, hör doch auf zu fragen, ich bin der Käpt'n und kann tun und lassen was ich will. Seine Worte klangen nicht sehr überzeugend und anhand des Gesichtsausdruckes des Arztes konnte er erkennen, dass er sich köstlich darüber amüsierte. Oh, glaub mir, Jimmy. Er trat näher, legte ihn einen Arm um die Schulter und beugte den Kopf ganz dicht an ihn heran. So wie du da lagst, gab es nur eine logische Schlussforderung. Du magst ihn. Gerade noch rechtzeitig schaffte es McCoy sich vor Jims Rache in Sicherheit zu bringen. Dieses Mal hatte er scheinbar wirklich einen wunden Punkt getroffen, was man ihn auch deutlich ansah. Kirk schien völlig neben sich zu stehen, fixierte ihn mit einem so durchdringenden Blick, dass er jeden Klingon in die Flucht geschlagen hätte. Doch nicht so McCoy. Mit einem kleinen Sicherheitsabstand stand er schmunzelnd vor Jim, wurde dann jedoch schnell wieder ernst. Jetzt mal Klartext. Was ist da genau zwischen euch? Die Zeichen sind mehr als deutlich, aber ich weiß nicht, ob ich mich auf die Gerüchte verlassen kann. Was für Gerüchte? fragte Jim leicht und besonders der Kuss musste schnell die Runde gemacht haben. Es wird gemunkelt, dass zwischen euch beiden mehr als Freundschaft sein soll. Manche reden von Hassliebe, weil ihr einfach nicht ohne Zack miteinander könnt. Andere vermuten schon wesentlich mehr. Ich persönlich weiß nicht so recht, was jetzt wahr ist, aber naja. Er schluckte schwer, schüttelte dann eindeutungsvoll den Kopf, er Jim mitleidig fixierte. Hab's am Anfang nicht ganz getraut, und eigentlich wollte ich von dir eine Antwort haben. Gerüchte sind nicht sehr zuverlässig, aber so wie es aussieht, bist du dir selbst noch nicht so ganz zum klaren, was eigentlich los ist, oder? Zaghaft nickte der Blonde, ließ sich dann mit einem leisen, fast schon genervten, klingenden Stöhnen auf der unbelegten Liege nieder und schüttelte den Kopf. Gott, ein Kerl, wieso ausgerechnet ein sturer, bockiger, vulkanischer Kerl? Mitleidig schmunzelte Pille, ließ sich dann erneut neben Janida. Ganz einfach, du stehst auf Probleme, die langweilige Tour war noch nie was für dich, und auf der ganzen Enterprise, ach, was sag ich, im ganzen Föderationsraum gibt es keinen so schwierigen Fall wie unseren Spock. Hätte mir klar sein sollen, dass du früh oder später auf ihn anspringst. Jim konnte man fast schon als entrüstet bezeichnen, widersprechend tat er dennoch nicht. Vermutlich hätte es ohnehin keinen Sinn gehabt. Weil McCoy mal von etwas überzeugt, so dauerte es eine Ewigkeit, ihn wieder davon abzubringen, egal ob richtig oder falsch. Fast schon vergleichbar mit Chekhov, der immer behauptete, die Russen hätten die Welt erfunden. Keine Widerworte? Gut, bin ich ja zufrieden. Ein siegessicheres Grinsen mischte sich auf Pilles Gesichtszüge und erfolgte Jims Blick zu Spock hinüber. Pille, wenn das Ganze wirklich wahr ist, wenn ich wirklich, na, du weißt schon, er würde es nicht erwidern. Er könnte es doch nicht nicht einmal. Sein Verhalten die letzten Tage, das ist nicht er selbst. Woher willst du das wissen? Vielleicht ja doch. Bislang habe ich nichts gefunden, keine Anzeichen, dass Mensch. Irgendwie war Jim, als würde da etwas bei ihm klingeln, etwas, das er Pille unbedingt sagen wollte, es aber zuvor nicht konnte. Nur was? Angestrengt drängte er nach, versuchte sich zu erinnern, was es gewesen sein konnte. Rein zufällig glitt sein Blick dabei durch das Krankenzimmer, blieb an dem Diagnose-Bildschirm hängen. Die Werte! Das ist falsch, es gibt eine Veränderung. Sofort richtete sich McCoys ganze fachliche Aufmerksamkeit auf ihn. Und was? Die Tests waren alle negativ, es gab nicht das geringste Anzeichen. Doch, gab es! Nun war es Jim, der breit grinste und aufsprang. Mir ist es nur durch Zufall aufgefallen, mittlerweile aber zweimal. Jedes Mal, wenn er einen dieser Anfälle kriegt, springt ein Wert auf der Anzeige in den abnormalen Bereich. Leicht skeptisch musterte Pille ihn, nickte aber Dass wir da nicht schon früher drauf gekommen sind, wir hätten ihn einem Belastungstest unterziehen müssen. Abnormalitäten zeigen sich manchmal auch nur dabei direkt. Worauf warten wir dann noch? Schnell sprang er von der Liege auf, war schon im Begriff Spock zu wecken, doch die Hand des Arztes umfasst sein Handgelenk und zog ihn wieder zurück. Nicht so schnell, der Test hätte geringere Erfolgsaussichten, wenn er darüber Bescheid weiß. Wir müssen es von ihm unbemerkt herauf provozieren und mir fällt da auch schon was ein. Irgendwie verhieß Pillis Grinsen nichts Gutes. Jimmer schauderte. An was denkst du? Na, er wird doch zwangsläufig auf jeden eifersüchtig, der dir zu nahe kommt. Ja, und irgendwann rastet er total aus, so wie in der Kantine. Gut, dann werden wir ihn so lange provozieren, bis er nicht mehr weiß wohin mit seiner Wut. Wenn deine Beobachtung stimmt, dürften die Werte explodieren und vielleicht einen Anstoß geben, was ihn zu schaffen macht. Jim dachte darüber nach, ließ sich jedes einzelne Wort noch einmal genau durch den Kopf gehen. Die Vorstellung, Spock absichtlich zu reizen, gefiel ihm ganz und gar nicht. Zum einen machte er sich Sorgen um Pille. Er wollte ja nicht, dass Spock ihn durch die Toilette raus ins Weltall katapultierte. Und zum anderen machte er sich Sorgen um die Innenanstattung seines Schiffes. Das Labor in der vorherigen Nacht war ja nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen. Halt zur Sicherheit an Sedativum bereit. Warum sollte ich? Jim, schon vergessen, ich hab dich und deinen Mund. Mehr braucht man nicht, an dir aus. Die Drohung wirkte, Pille hob abwehrend die Hände und grinste nur entschuldigend. Lieber nicht, versau mir nicht meine Träume. Dann machten sie sich an die Arbeit, grübelten leise einen ganz gemeinen Plan aus. Als Spock das nächste Mal erwachte, befand er sich allein im Zimmer. Von Jim war nichts zu sehen, so dass der Vokanier zwangsläufig davon ausging, der Käpt'n wäre doch noch an die Arbeit gegangen. Ein Teil von ihm wusste, dass dies die einzig logische Handlung war. Was hat es auch für einen Sinn, wenn der Käpt'n des Raumschiffes in der Krankenstation rumhockte und seinen ersten Offizier beim Schlafen zusah? Keinen, erwiderte prompt sein Pflichtbewusstsein. Dennoch, der größere Teil seines Denkens war enttäuscht. Scheinbar hatte er sich allen Ernstes erhofft, Jim wäre noch hier. Im Schlaf hatte er sogar das Gefühl gehabt, dass eben jener junger Mann die ganze Zeit dicht neben ihm gelegen hatte. Dieser Fakt hatte Spock geholfen, sich zu entspannen, erwies sich nun jedoch als Wunschtraum seines Unterbewusstseins. Mit einem kaum vernehmbaren Seufzen drehte sich der Schwarzhaarige auf den Rücken, starrte vor ein paar Sekunden an die Decke und lauschte den Geräuschen der Krankenstation. Ein allgegenwärtiges leises Summen wies darauf hin, dass die medizinischen Geräte an und in Bereitschaft standen. Der Diagnose Bildschirm über seinem Kopf piepste in regelmäßigen Abständen leise im Rhythmus seines Pulses. Mit geschultertem Blick erkannte Spock sofort, dass alles im Normalbereich war. Von der Ursache für sein Problem nach wie vor keine Spur. Wie sollte das so denn weiter gehen können? Wenn er emotional instabil war, gab es nur eine logische Schlussfolgerung. Er musste seinen Dienst bei der Sternenflotte quittieren. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit würde er den ältesten Rat der überlebenden Vulkanier aufsuchen müssen und diese befragen müssen. Vielleicht gab es ja doch noch eine Möglichkeit, diese teils sehr hinderlichen versunken, bekam Spock nicht mit, wie kurz McCoys Blick ins Zimmer huschte und mit einem erkennbaren Grinsen auf den Lippen wieder verschwand. Anders hätte er vielleicht die Lunte gerochen. Weniger Augenblicke später wurde er von zwei Stimmen aus den Gedanken gerissen und ohne eigentlich lauschen zu wollen, konnte er seine Aufmerksamkeit nicht gehörte mit ebenso hoher Gewissheit zu Dr. McCoy. Unbewusst spitzte Spock noch weiter die Ohren. Im Vorzimmer des Behandlungszimmers standen sich Kirk und McCoy gegenüber, beide mit einem deutlichen Grinsen im Gesicht. Keinem von ihm war wohl bei dem, was sie hier im Begriff waren zu tun, doch es war der einzelste Weg herauszufinden, was es mit dieser seltsamen Anomalie bei war es auch unheimlich peinlich und kindisch. Über den kleinen Monitor an McCoys Aktentisch, wie er ihn liebevoll nannte, konnten sie Spocks Reaktionen und insbesondere seine Werte überwachen. Als sie sich dessen Aufmerksamkeit sicher waren, begann Jim leise, dennoch so deutlich, dass der Vokaner es hören konnte, zu sprechen. Ach, Pille, jetzt stell dich doch nicht so an, das mit uns wird schon niemand erfahren. Nur schwer konnten die beiden sich einen Lachanfall verkneifen und ihren Stimmen einen ernsten Unterton verleihen. Ach, Jim, wir sollten gerade jetzt aber extrem vorsichtig sein. Du weißt, wie Spock geht. Wir können nicht riskieren, dass sich sein Zustand weiter verschlechtert, erwiderte Pille ganz in der Rolle des Arztes. Neugierig beobachteten sie, wie sie Spocks Miene verfinsterte und gleichzeitig die Skala viel, jedoch mehr als deutlich und konstant. Mach dir wegen Spock keine Sorgen, der schläft, er bekommt eh nichts mit, außerdem sind wir hier ungestört. Unwillkürlich verzog der Arzt das Gesicht, schien sich das Ganze wirklich vorzustellen. Kirk verpasst ihm entrüstet einen Schlag auf den Oberarm, sie durften jetzt nicht aus der Rolle fallen. Meinst du, Vulcanian wird nachgesagt, sie haben sehr gute Ohren. Irgendwie schaffte es McCoy nun dennoch, seine Stimme einen anzüglichen Unterton zu verleihen. Erneut huschte die Skala ein gutes Stück nach oben, passierte nun den Grenz der Normalität. Eingehend musterte Pille die übrigen Werte, Herzfrequenz und Blutdruck gingen ebenfalls langsam in die Höhe. Alles schien aufeinander abgestimmt zu werden. Die Hormonwerte stiegen jedoch weiter in einer abnormalen Geschwindigkeit an. Das würde er sich später definitiv den Aufzeichnungen noch ein paar Mal ansehen müssen. Nur nebenher nahm er wahr, wie der Vulkanier die Hände in die Liege krallte, sich sein Gesicht weiter verfinsterte und er sichtlich Mühe hatte, nicht die Kontrolle zu verlieren. Doch genau das hatten die beiden Männer geplant. Spock sollte ausrasten, egal was für Folgen es hatte. Für ein Zurück war es nun ohnehin zu spät. Ah, wenn er so gute Ohren hätte, hätte er uns doch schon längst öfter belauscht und wüsste Bescheid, oder? Er hat keine Ahnung. Also vergiss ihn endlich und komm her. Ich hasse warten. Kirk lehnte sich an den Tisch. Dieser quietschte leise, was ihr Schauspiel eigentlich nur unterstrich. Mit Erfolg. Spock zuckte heftig zusammen und die Hormonwerte schossen weit über die Grenze hinaus. Dazu mischte sich noch ein fast schon ungesunder Wert an Adrenalin und das Chaos war perfekt. Eine ganze Schar von roten Lichtern leuchtete an der Anzeige auf, signalisierte einen kritischen Zustand, weswegen Pille Jim mit einer knappen Bewegung anwies, dass es nun reichte. Sie sollten das Ganze aufklären. Doch dazu sollten sie gar nicht mehr kommen. Ohne dass sie es richtig realisieren konnten, und ins Vorzimmer gehechtet. Sein Blick signalisierte alles andere als einen klaren Verstand, sodass Kirk und Pille erschrocken einen Schritt zurück wichen. Spock, es ist nicht so, Jim stockte, als ihm klar wurde, dass dieser Wortlauch nur dazu führte, dass der Vulcanier sich in seiner Annahme bestätigt fühlte. Verdammt, ich hab's auch echt drauf mit meiner Zweideutigkeit, fluchte er innerlich, grinste nur hilflos und trat sicherheitshalber einen Schritt von McCoy weg. Dieser wirkte ebenfalls nervös, jedoch deutlich gefasster als Jim. Der Test war ein voller Erfolgsbock, versuchte er es sachlich. Wir haben jetzt einen Anhaltspunkt, was sich zu solchen übertrieben starken Emotionen veranlasst. Wir können 2048. Irritiert musterte Pille seinen Patienten und auch Jim wusste nicht, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. Gepresst fuß Bock fort, sichtlich darum bemüht, die Kontrolle zu bewahren. Jim hätte dennoch nicht drauf gewettet, dass es ihm gelang. Auf einer Skala von 1 bis 10 liege ich bei 2048. Nun fiel der Groschen. Während Pille noch immer verwirrt reinblickte, huschte ein blasser Hauch über Jims Gesicht. Ähm, Pille? Langsam trete er ein paar Schritte zur Seite, brachte sie somit wieder zwischen McCoy und Spock, der mittlerweile einem wütenden Stier glich. 1 bis 10 war das Bewertungssystem, das wir eingesetzt haben, um zu signalisieren, wie gut er seine Wut noch unter Kontrolle hat. 1 war gut und 10 war schlecht. Nun dämmerte es auch langsam dem Doktor und in der Ahnung von dem folgenden wich er unauffällig ein wenig näher Richtung Tür, doch Spock entging nichts. Ein bedrohliches Grinsen legte sich auf seine Gesichtszüge. Er wirkte wie ein Irrer, der kurz davor war, aber ein kleines Reh herzufallen. Nur zu, Doktor, laufen Sie ruhig, mal schauen, wer eine bessere Kondition hat. Schwer schluckte der Angesprochene und Jim konnte einzelne kleine Schweißtropfen aus seinem Gesicht Doch der Doktor riss sich plötzlich aus dieser Starre, blickte noch einmal kurz zwischen den beiden hin und her, er sich umwandte und mit brachialer Geschwindigkeit davonstürmte. Jim, ich will keine Allbestattung, war gerade noch zu hören. Kirk konnte gar nicht so schnell gucken, da stürmte Spock auch schon hinterher, einen wütenden Schrei von sich gebend. Dr. McCoy, ihr letztes Stündchen hat geschlagen. Mit etwas Verspätung Er musste unter allen Umständen verhindern, was auch immer Spock vorhatte. Für die Crewmitglieder der Enterprise bot sich dafür ein sonderbares Spektakel. Zuerst raste der Leitner Arzt der Enterprise mit einem panischen lauten Schrei durch die Gänge, der jedem einem kalten Schauer den Rücken hinunter jagte und der hier und da aus Versehen ein paar Leute anstieß. Statt sich zu entschuldigen, war er so schnell verschwunden, dass man sich nicht einmal sicher war, ihn überhaupt gesehen zu haben. Nur wenige Augenblicke später jagte ein fast rot angelaufener Vulkan hinter diesem Herr, der immer wieder laute Beschimpfungen und Verwüstungen von sich gab. Eine war schlimmer als Auf meinem Schiff wird niemand in die Haut über die Ohren gezogen. Hör endlich auf! Das ist nur ein Missverständnis! Seine Worte blieben ungehört und die Verfolgungsjagd setzte sich noch eine ganze Zeit lang fort. Kapitel 8 Himmel, Vulkania können ja echt hartnäckig sein, keuchte McCull völlig erschöpft an die Wand der Sackgasse gelehnt, in der er sich selbst hinein manövriert hatte. Eigentlich hatte er gedacht das Schiff bereits gut genug zu kennen um zu wissen wo er lang konnte und wo nicht doch scheinbar hatte er sich da gründlich geirrt oder sein Orientierungssinn war nicht der beste Pille vermutete er letzteres Langsam fast schon zögernd hob er den Kopf wagte sich kaum auch nur eine unüberlegte Bewegung zu machen ihm gegenüber baute sich Spock gefährlich zu seiner ganzen Größe auf hatte dabei diesen besonderen Ausdruck in den Augen den er bisher nur einmal gesehen hatte kurz bevor er sich mit Jim geprügelt und das Kommando kurzzeitig an ihn abgetreten hatte und selbst damals hatte er nicht so angsteinflößen gewirkt unwillkürlich schluckte McCoy hob seine leicht zitternden Hände abwehrend Spock das Ganze ist nur ein Missverständnis es war einen Test um zu sehen wie du reagierst Jim und ich wir weiter kam er nicht der Halb Vucania stürmte mit einer Geschwindigkeit vor die der Arzt ihm nicht zugetraut hatte bevor er auch irgendwie reagieren konnte wurde er gegen die kalte Wand hinter sich gedrückt und rang nach Luft Spock hör auf brachte er mühsam hervor doch der Vucania verringerte nur minimal den Druck gerade genug um ihn noch weiter atmen zu lassen Jim wo bleibst du hilfesuchend wandte sein Blick so gut es ging an dem schwarzhaarigen vorbei den gang entlang entfernt konnte er schon schnelle schritte hören doch bis Jim letztendlich hier war wäre er vermutlich schon längst im jenseits und machte es sich mit seinem Opa bequem bloß nicht der Kerr war unausstehlich aber vermutlich immer noch besser als ihr halb erdrosselt an der Wand zu hängen mit dem Abbild des wild gewonnenen Teufels vor sich eben jener beugte sich nun doch ein Stückchen weiter vor kaum mehr fünf Zentimeter trennten ihre Gesichter voneinander und Pille konnte deutlich den heißen Atem des anderen auf seinen Wangen spüren er schauderte du kannst froh sein dass du sein bester Freund bist knurrte der halb Vokania leise wobei kaum mehr als ein Flüstern seine Lippen verließ die Wirkung jedoch war schlimmer als hätte er ihn angeschrien sonst würdest du selbst gleich einen Arzt brauchen einen verdammt guten wohlgemerkt ja Jim ist schon ein echt klasse Kerl erwiderte McCoy unsicher grinsend gleichzeitig ertappte er sich dabei wie er sich nach einem Fluchtweg umsah keiner in Sicht weder trieb sich irgendjemand in diesem Teil der Enterprise herum noch konnte er Spock irgendwie ablenken Jim Schritte klang auch noch so als würde er langsamer werden verdammt hat er uns verloren himmel Jimmy hau jetzt bloß nicht wieder ab du kannst mich doch hier nicht hängen lassen Spock ist ein böser Löw und ich das arme Opferlam damit wir uns verstehen lass deine Finger von ihm wenn ich es nur noch einmal mitkriegen sollte dann kann ich wirklich von nichts mehr garantieren dr mccoy die wut in seiner stimme das leichte zitternde hände und die mehr als angespannte haltungsbox verriet mehr als deutlich dass er was er am liebsten getan hätte doch wieder alle erwartungen löste sich sein griff und er ließ von dem verwunderten pille ab wie jetzt das war wie sie irritiert konnte sein glück kaum fassen wenn sie wollen dass ich es mir noch einmal anders überlege und ihnen den kopf abreiße so komme ich dieser bitte nur allzu gerne nach erwiderte spock in einem ton der keinen zweifel an seiner absicht ließ schnell hob mccoy kopfstück in die hände der schwarzhaarige schien sich wirklich wieder unter kontrolle zu haben wenngleich er es nicht herausfordern wollte sich davon zu überzeugen und endlich als habe er nur auf diese gelegenheit gewartet kam kirk um die ecke gebogen als er sie erblickte beschleunigten sich seine schritte erneut der ausdruck in seinem gesicht jedoch wirkte mehr als verwirrt spock tritt teilweise etwas zur augen wieder während er abwechselnd beide musterte besonders die tatsache dass bock sich wieder beruhigt hatte und pille noch nicht mit dem kopf nach unten an der enterprise hing schien ihn neugierig gemacht zu haben ach du lebst noch dann hätte ich mich ja gar nicht so beeilen müssen sagte er in einem für Jims normalen Tonfall ja mein Henker hat Gnade walten lassen erwiderte McCoy ironisch verdrehte aber kurz die Augen mit einem sichtlich unwohlen gefühl im magen stahl er sich schnell an spock vorbei brachte sich auf die sichere seite kirks wo er notfalls doch noch flüchten konnte dieser jedoch nahm ihn kaum wahr seine volle aufmerksamkeit lag auf spock der noch immer angespannt dastand und ihn musterte ihre blicke trafen sich schien sich gar nicht mehr losreißen zu können einem inneren instinkt folgen trat er näher an den anderen heran schlang die arme um ihn noch immer war er leicht außer puste und ihm war richtig heiß doch um nichts auf der welt hätte er sich das jetzt nehmen lassen woher dieser drang kam wusste er nicht doch es stand fest dass er ihm Folge leisten musste McCoy verdutzten blick ignorierte er dabei genauso den von Spock jag mir nie wieder so einen schrecken ein sonst kannst du eine genaue forschung von der unterseite der radieschen auf deinem arbeitsplan machen murmelte er leise klang dabei fast ein wenig eingeschnappt worin sollte der sinn sein eine forschung über die unterseite der radies zu betreiben lange weile therapie wenn du es noch einmal wagen solltest eine meiner offiziere durch die enterprise zu jagen dann ram ich dich angespitzt so tief in den boden dass du eine menge zeit verbringen wirst eine irdische metapher stellte Spock leise fest und der Käpt'n spürte wie er sich langsam gegen ihn lehnte scheinbar auch nach Nähe suchte ich habe verstanden keine offiziers jagd mehr McCoy beobachtete das seltsame schauspiel aus sicherer und allein die art wie er in jims gegenwart nun wirkte hatte sich total verändert dasselbe galt jedoch auch für seinen freund was auch immer zwischen den beiden los war es war wohl etwas anders als sie ihm erzählt hatten eine viertelstunde später saßen sie erneut im behandlungsraum jim hatte Spock über ihren hinterlistigen plan aufgeklärt aus angst der schwarzhaarige würde erneut auf McCoy losgehen und ihn ein zweites Mal quer durch die Enterprise hetzten einmal war mehr als genug für seine nerven wundersamerweise blieb Spock jedoch erneut erstaunlich ruhig saß ganz gelassen neben jim auf der liege und lauschte dessen worten am ende knöpfte pille mit den medizinischen fakten an zeigte das aufgezeichnete video und die viel zu hoch liegenden werte mit hilfe dieses wissens konnten wir die ursache schnell finden verheißungsvoll wanderte sein blick zu Spock und ein dickes grinsen zehrte seine lippen unser lieber vulkan ja hier hat eine allergie zwei irritierte augenpaare musterten ihn pille was soll das heißen eine allergie auf das schlechte essen hier an bord mccoys grinsen wuchs noch weiter in die breite während er den kopf schüttelte sich dann an Spock wandte bei unserem Aufenthalt auf dem planeten der mikronen habe mich die gelegenheit genutzt ein paar proben der umwelt zu analysieren dabei sind mir besonders ein paar pflanze ins auge gesprungen die echt schräge poren absondern ich habe eben noch schnell seine blutprobe von vorhin drauf checken lassen die ergebnisse kriegen wir sicher bald er schluckte kurz holte tief luft und setzte seinen vortrag fort ehe einer der beiden fragen stellen konnte die sporen bewirken bei den mikronen oder bei uns menschen gar nichts aber auf den organismus von vulkanien haben sie scheinbar eben jene seltsame wirkung einmal eingeatmet wandern sie durch die lunge in den blutkreislauf setzen sich an die wichtigsten organe ab und verstärken die gefühle die man empfindet durch einen extrem hohen hormon und enzymausstoß wissens unermessliche ich kann es zwar nicht mit gewissheit sagen aber ich vermute dass sie selbst die ach so tolle beherrschung von vulkanien außer kraft setzen können und da Spock es nicht gewohnt ist mit gefühlen normal umzugehen flippte er ihm total aus dabei lachte er erneut auch Jim musste nun in sich hineingrensen kameradschaftlich klopfte er Spock auf Vulkania hingegen schien noch immer die Worte des Arztes zu analysieren ehe er bloß bestätigen nickte eine außerordentlich gute Schlussfolgerung das Zusammenspiel der Sporen mit den Eigenschaften der Vulkania ihre Gefühle immer unter Kontrolle zu halten hat perfektes Chaos geschaffen aber es kommt noch besser erneut richteten sich die Augen Paare der beiden Brücken Offiziere auf ihren Bordarzt wenn diese Sporen Gefühle nur verstärken klar mein lieber Spock das ist der ultimative Beweis dass sie tatsächlich Gefühle haben in Gedanken setzten sie diesen Satz jedoch noch fort Spock hatte nicht nur irgendwelche Gefühle sondern insbesondere welche für ihren Werten Käpten unwillkürlich wurde Jim leicht rot im Gesicht Pille grinste nur wie ein Honigkuchen Pferd dem man gerade einen Sack Zucker vorgesetzt hatte ihm schien die Situation richtig gut zu gefallen und Spock der erhob sich ruckartig und verließ fast fluchtartig das Zimmer teils irritiert Jim und teils verstehend McCoy blieben die beiden zurück sahen den Burkaniern nur wortlos eine Weile nach erst das Piepsen des Computers durchbrach die Stille lenkte ihre Aufmerksamkeit auf die eintreffenden Ergebnisse mit geschultem Blick warf der Arzt einen Blick drauf und hattest du recht fragte Jim neugierig woraufhin der ältere nickte ja die Bluttests bestätigen es Spock hat diese Sporen inhaliert leise seufzend ließ er sich auf den Stuhl vor dem Computer fallen und kippelte mit diesem herum eigentlich war diese Nachricht etwas Gutes sie hatten die Ursache gefunden aber dennoch war ihm nicht nach Freunden zumute auch Jim wirkte deprimiert wie Pille mit einem kurzen seiten blick feststellen konnte tja und was machen wir jetzt fragte eben jener leise gehen die Sporen von alleine weg oder hast du irgendein mittelchen dagegen sieht nicht so aus als würden sie von alleine verschwinden und eine behandlung gegen Sporen dieser Art habe ich noch nie durchgeführt geschweige denn bei einem Vulkan ja je dran gedacht diese Sache könnte komplizierter werden als wir dachten was wenn sein Organismus negativ darauf reagiert wenn wir die Sporen beseitigen das ganze könnte sich drogen ähnlich auswirken widerte der ältere nachdenklich in gedanken ging er schon die einzelnen verfahren durch musste jedoch enttäuscht feststellen dass er nun ungern etwas riskieren wollte das einzige wo wir sicher Hilfe bekommen könnten wären die Vulkania diese hellen Köpfchen finden sicher eine Möglichkeit Horizont daran hätten sie schon viel früher denken sollen hatten die Vulkania nicht erst vor kurzem eine Kolonie gegründet müsste doch ziemlich in der Nähe sein von unserem Heimweg oder nun war es Jim der nickte stimmt ein kleiner Abstecher kann doch sicher nicht schaden und noch ehe McCoy sich versah war Kirk aufgesprungen und mit neuen Tatendrang zum Intercom geeilt mit einer knappen Anweisung forderte ließ er dem Asiaten gar nicht erst anschließend wanderte er sich wieder um und musterte seinen Freund einen Tag bis wir da sind diese Sporen sie können doch Spock nicht in Lebensgefahr bringen oder um ehrlich zu sein Jim ich hab keine Ahnung er ist ständig gereizt ist so gut wie nicht und schläft scheinbar auch wenig dazu auch noch diese Ohnmacht in der Kantine Emotionen sind ausgeht und was die Sporen an sich noch dazu bewirken kann ich dir leider nicht beantworten aber behalte ihn im Auge zu dir scheint er doch noch einen besseren Draht zu haben als zu jedem anderen und du anscheinend nach auch wahrscheinlich hast du recht Pelle ich gehe lieber nach ihm sehen mit diesen Worten wandte er sich ab und verließ scheinbar ruhig die Krankenstation kaum war jedoch die Tür hinter ihm geschlossen eilte er los nicht wissend dass McCoy die schnell wehrenden Schritte nur allzu deutlich hören konnte erst vor Spocks Kabine blieb Kirk wieder stehen gönnte sich ein paar Minuten um seine Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen anschließend nahm er all seinen Mut zusammen und drückte auf die Klingel es verlangte ihn eine Menge Standhaftigkeit ab hierher zu kommen Mach auf Herrgott nochmal mach diese beschissene Tür endlich auf Keine Ahnung warum aber Jim war sich sicher dass sein erster Offizier nur hier sein konnte er konnte dessen Anwesenheit fast schon spüren als sich jedoch eine Minute später immer noch nichts tat wurde etwas ungeduldig kräftig hämmerte er ein paar Mal gegen die Tür Spock ich weiß dass du da bist mach diese verdammte Tür endlich auf und lass mich rein zur Not schlage ich ihr ein Zelt auf Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht knapp fünf Sekunden später glib die Tür lautlos beiseite der Vulkanier stand nun direkt vor ihm musterte ihn mit diesem typischen skeptischen Blick den nur ein Vulkanier drauf hatte Ein Zelt hier am Bord des Schiffes wäre wenig sinnvoll kommentierte er mit seltsam gepresster Stimme aber ich denke es handelt sich dabei um eine irdische Metapher Ein kurzes Schmunzeln huschte über Köks Züge und er nickte So in der Art aber irgendwie muss ich dich ja dazu kriegen aufzumachen Spocks Augenbraue wandert noch einen Tick weiter in die Höhe Nun denn die Tür ist offen Dann wandte sich der Schwarzhaarige ab begab sich zurück in den Raum unaufgefordert das Gefühl ein schweres Gewicht auf der Brust zu haben er keuchte schüttelte kaum merklich den Kopf und versuchte sich wieder zu konzentrieren warum bist du hier Jim die ehrliche Antwort ein erwartungsvoller Blick wurde ihm zugeworfen was Kirk als stumme Aufforderung empfand ich mache mir Sorgen um dich dafür gibt es keinen Grund mit einer Maske aus Gleichgültigkeit ließ sich Bock auf sein Doch die gibt es McCoy meint dass er die Sporen nicht ohne Hilfe aus deinem Körper entfernen kann genauso wenig Plan hat er davon was noch mit dir passieren wird trocken schluckte der Käpt'n einmal trat dann nach kurzem Zögern näher an das Bett heran und ließ sich neben der Vulkan nieder wir fliegen eine vulkanische Kolonie an vielleicht können die Ärzte dir dort dir helfen nun war deutliche Neugier in den dunklen Augen zu erkennen ich denke nicht dass es nötig sein wird nun da ich die Ursache kenne kann ich meinen Geist speziell darauf ausrichten und die Auswirkungen unter Kontrolle halten es ist nicht nötig die gegenwärtige Mission unnötig zu verlängern das entscheide immer noch ich verdammt Spock und wenn ich sage dass ich meinen blöden sturen ersten Offizier retten will dann tue ich das auch außerdem ist unsere Mission abgeschlossen wir sind nur auf dem Rückweg und die Zeit die wir für einen Besuch auf der Kolonie brauchen ist vertretbar also halt die Klappe und nimm es hin streng sah Kirk sein gegenüber an ehe dieser nickte ok es hat keinen Sinn mit Argumenten zu kommen logische Schlussfolgerungen war noch nie dein Spezialgebiet stimmt zufrieden damit den Sieg in diesem kleinen Gefecht davongetragen zu haben entspannte sich Jim ein wenig versuchen wir das ganze mal von der positiven Seite zu sehen jetzt weißt du wie es ist Gefühle auslehen zu lassen ein leises grummeln war die einzige Antwort die Spock ihm darauf gab und als Jim ihn verwundert darüber ansah drehte dieser nur den Kopf zur Seite und zu sein schien wahrscheinlich hielt er sich nur noch mit reiner Willenskraft am wach bleiben ist wohl besser wenn ich wieder gehe unschlüssig erhob er sich druckste seltsamer weise herum du solltest dich ausruhen morgen sind wir bei der Kolonie und dann hat der Spuk ein Ende er war schon im Begriff zu gehen als der Bukanier ihn doch noch wieder ansprach Jim mit angehaltenem Atem wandte sich genannter wieder herum wortlos glitt sein Blick über den schwarzhaarigen Spock lag noch immer auf dem Bett sie sich kaum noch bewegen zu wollen doch sein Blick ruhte standhaft auf ihm Kirk glaubte in den Augen so etwas wie eine Bitte zu sehen und er verstand langsam ging er zum Bett zurück ließ sich davor auf den Boden sinken und lehnte sich rücklinks an und wandte den Kopf herum ich bleibe hier aber du schläfst jetzt sieh es als Befehl deines Käptens an ein kurzes amüsiertes lächeln huschte über Spocks Lippen verstanden Captain Kirk mit einem kribbelnden Gefühl im Magen wandte sich Jim wieder herum ließ den Kopf in den Nacken sinken und starrte an die Decke im Grunde machte es ihm nichts aus hier zu hocken er hatte schon so viele Stunden in den letzten Tagen bei Spock verbracht dass es auf ein paar weitere nicht mehr ankam im Gegenteil in dessen Nähe fühlte er sich mehr als geborgen als wäre es richtig was auch immer diese Sporen mit Spocks gefühlswert angestellt hatten Jim selbst hatten sie genauso wenig verschont jetzt konnte er nur hoffen dass es ein gutes Ende nehmen würde Langsam hob er den Arm tastete blitt links über die Matratze bis er sein Ziel fand und Spocks Hand ergriff deutlich spürte eine leichte Erwiderung und musste schmunzeln die Situation war so absurd schlaf Spock du sollst schlafen und tatsächlich dauert es auch nicht lange bis Jim nur noch langsames regelmäßiges Atmen hinter sich hörte rücker an Captain Kirk Captain Kirk bitte melden erschrocken fuhr Jim hoch als Sules Stimme vom Intercom laut zu ihm herübertrang was zu verschlafen löste er seine Hand von Spock rieb sich über die Augen und stemmte sich in die Höhe seinen Rücken dankte es ihm mit einem ziehenden Schmerz und mit einem Blick auf den Chronometer stellte er fest dass er wohl eingeschlafen sein schienen großartig vermisst zu haben leise fluchend warum McCoy ihn nicht wenigstens gesucht hatte taumelte er leicht zum Intercom herüber und drückte einen Knopf Captain Kirk hier Solo was gibt's wir sind noch eine Stunde von der vulkanischen Kolonie entfernt Captain ich beam auf die Oberfläche in Ordnung wie lange wird der Aufenthalt etwa dauern ja das war eine gute Frage kurz dachte Jim darüber nach konnte ihm darauf jedoch selbst keine Antwort geben das sage ich ihm wenn ich genaueres weiß Kirk Ende leise seufzend wandte er sich ab streckte sich und nahm mit Schrecken zur Kenntnis wie grausam sein Rücken knackste ich fühle mich wie ein alter Mann vielleicht eben jener Arzt nicht anwesend dessen tadeln Blick wollte er nicht unbedingt sehen stattdessen schritt er leise wieder ans Bett heran ließ sich auf der Kante nieder und beobachtete die Gestalt darauf mit gemischten Gefühlen Nun da das Ziel zum Greifen nah war wusste Jim nicht ob er wirklich wollte dass Spock seine Gefühle wieder hinter einer kalten Maske der Logik verbarg er konnte nicht leugnen dass er diese andere Seite auch mochte doch hier ging es nicht um ihn Spock musste wieder gesund werden und wenn er ohne Gefühle leben wollte so konnte er sich schlecht einmischen und es ihm verbieten dennoch war er gespannt wie sich ihre Beziehung zueinander entwickeln würde die letzten Tage waren doch sehr aufschlussreich gewesen Jim schob diesen Gedanken beiseite beugte sich weiter Vulkania nichts mitbekommen zu haben Spock hey komm schon wir sind bald da abgesehen von einem leichten zucken der Augenlider passierte jedoch nichts Jim überkam ein mulmiges Gefühl etwas energisch schalzte vor versuchte es erneut mit ebenso viel Erfolg der Vulkania war partout nicht wach zu kriegen schnell sprang er auf alte zum Intercom und steilte eine Verbindung mit der Kranken Station her glücklicherweise war der Arzt direkt dran sodass Jimmy nicht erst suchen lassen musste einen Ausruf über das ganze Schiff kam genauso wenig in Frage Pille komm so schnell du kannst her irgendetwas stimmt nicht mit Spock er wacht nicht auf was okay ganz ruhig versuch es weiter ich bin gleich da die Verbindung wurde unterbrochen und Jim begab sich schleunigst zum Bett zurück schob einen Arm unter rutschte Jim an seine Seite hielt den anderen fest und versuchte es mit leichten Ohrfeigen nach der dritten schien sich endlich etwas zu tun ein leises kaum hörbares keuchen war zu hören und der Vokanier schlug träge die Augen auf erleichtert atmete Jim aus vor dem älteren durch die schwarzen Haare Jim was ist passiert ich da der kann sich ja was machen ich habe keine Panik erwiderte Spock leise mein Körper ist erschöpft erneut fielen ihm die Augen zu doch bevor er einschlafen konnte rüttelte Jim ihn hartnäckig wieder wach nixter du hast genug geschlafen jetzt bleibst du wach bis Pille da ist kapiert klang es nur in seinen Ohren so oder überschlug sich seine Stimme fast kein Angst als Bock doch er schaffte es sich damit abzulenken den anderen bei Bewusstsein zu halten wenige Augenblicke später glied die Tür automatisch beiseite keiner von ihnen hatte zuvor daran gedacht sie zu verschließen umso besser ohne große Umschweife kam McCormitt seiner kleinen Medizintasche am Gürtel und einer Schwebeliege herein eilte zum Bett und half Kirks Bock wieder ordentlich hinzulegen gleich danach machte sich daran die ersten Werte zu ermitteln sieht nicht gut aus blutdruck ist kaum ermessbar und herzschlag extrem verlangsamt mal von den restlichen werden abgesehen die sind irgendwo im Keller mit fest zusammengepressten Lippen schob Philip Kirk beiseite holte sein Injektor hervor und presste ihn an den Oberarm des ersten Offiziers wenige Sekunden später ertönte ein zischendes Geräusch als er sich entlud was hat er kann ich noch nicht sagen vermutlich aber das was wir befürchtet haben sein Organismus ist völlig durcheinander nicht mal auf die scheiß stimulantien reagiert er noch komm hilf mir mal hier kann ich nicht viel für ihn tun gemeinsam hoben sie Spock auf die Schwebeliege und nachdem der Arzt provisorisch zwei Riemen festgezogen hatte eilten sie los ich habe vor vier Stunden in deinem Namen mit der vulkanischen Kolonie Kontakt aufgenommen sie wissen über Spocks Zustand Bescheid und haben alle wichtigen Fakten bekommen ach dann hast du auch dafür gesorgt dass wir früher da sind warf Jim angespannt ein woraufhin McCoy nur nickte alle ahnen dass es einen Notfall gibt keiner hatte Einwände wir hätten dich natürlich auch holen können aber ich dachte mir dass Spock dich mehr Danke war ganz in meinem Interesse wenn ich mal Urlaub brauche melde ich mich bei dir sie eilten weiter durch den langen Gang erreichten endlich den Turbolift der sie auf direkten Weg in die Krankenstation brachte wo die Behandlung ohne Umschweifen begann Jim war das reinste Nervenbündel er konnte nicht abschätzen wie lange er letzten endlich vor dem Behandlungszimmer gewartet hatte aber es musste eine halbe Ewigkeit vergangen sein ehe sich die Tür vor ihm geräuschlos öffnete und Bekoi heraustrat der Gesichtsausdruck des Arztes verhieß nichts Gutes und Kirk glaubte zu spüren wie ihm eine unsichtbare Macht die Luft abschnürte was ist wie geht es ihm fragte er mit einem kaum Hörbäuern flüstern Pille brauchte einen Moment um zu antworten sieht nicht sonderlich gut aus einmal haben wir ihn halb verloren mutibles Organversagen ganz plötzlich genauso schnell hat er sich wieder gefangen noch sieht es verdammt kritisch aus aber wir können ihn halten ich frage mich nur was das so plötzlich hervorgerufen hat er war doch fit so drastisch können diese Sporen doch nicht sein vielleicht hat es auch was mit seiner Physiologie zu tun ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit Vulkaniern erschöpft reinblickend schritt der Arzt ein paar Meter den Gang entlang drehte sich dann um und kam zurück Jim hingegen war an Ort und Stelle stehen geblieben beobachtete den Arzt mit einem Ausdruck in den Augen den dieser noch nie zuvor gesehen hatte seufzend legte ihm ein Arm um die Schulter Kopf hoch Vulkanier sind so zäh die kriegt man nicht mehr mit Unkron vernichter klein wo wir gerade dabei sind wie weit ist es noch bis zur Kolonie wir sind schon da konnten nur nichts machen solange du darin beschäftigt warst antwortete Jim leise straffte die Schultern und versuchte sich wieder in den Griff zu kriegen hier und jetzt durch zu drehen hatte keinen Sinn man erwartet uns bereits alles ist vorbereitet sie meinen sie können ihm helfen brauchen aber Gelegenheit um einen Blick auf ihn zu werfen mit einer Spur von Enttäuschung schnalzte Pille mit der Zunge sie könnten ja auch vorbeikommen hier oben haben wir bessere medizinische Geräte als die da unten das müssen selbst die hochnäsigen Spitzorn zugeben habe ich mir auch gedacht aber sie meinen dass es unten einfacher wäre dann kam da noch irgendetwas mit Tradition und so aber da habe ich nicht mehr richtig hingehört in Gedanken war er bereits ganz wo anders gewesen gut wenn das so ist wollen wir unser Glück nicht länger herausfordern er muss so schnell wie möglich behandelt werden andernfalls kann ich für nichts mehr garantieren das reichte Jim völlig aus ohne weitere worte brachten die beiden Spock in den Transporter Raum Scotty höchst persönlich erwartete sie dort um die Geräte für ihren Trip zu bedienen in seinem Blick lag ein Funken Sorge als er den ersten Offizier des Schiffes kreidebleich auf der Schwebetrage liegen sah nichts des trotz half er alles vorzubereiten und die Geräte hochzufahren McCoy behielt die ganze Zeit über die Werte im Auge drängte immer mehr zur Eile nachdem sie es endlich geschafft hatten aktivierte Scotty den Transporter und beobachte wie die drei Gestalten langsam dematerialisierten viel Glück mummelte er leise und verließ den Raum unten auf dem Planeten ging es derweil wesentlich entspannt dazu selbst wenn dieser Zustand nicht freiwillig seitens Kirk und McCoy war eine Gruppe von fünf Vulkanen hatte sie an den zuvor abgemachten Koordinaten bereits erwartet und machten sich nun in aller Seelenruhe daran die bare Ansicht zu nehmen und sie in eines der neu errichteten Gebäude zu führen innen war alles zwar modern eingerichtet jedoch nicht ganz so ordentlich verarbeitet worden kein Wunder vor einem großen Raum blieb einer der Männer stehen während die anderen mit Spock hineinging lautlos glied die Tür hinter der Person zu und verbarg das Geschehen vor neugierigen Blicken was soll das ich will bei ihm bleiben protestierte Jim nicht auf die Etikette achtend die einzige Reaktion des hochgewachsenen Vulkaners bestand darin die Augenbraue zu heben eine Geste die wo viele ihrer Gattung für sich entdeckt hatten das ist leider nicht möglich Captain Kirk die Zeremonie darf nicht gestört werden außenstehenden ist es nicht gestattet daran teilzunehmen missmutig schnaubte Jim ich bin immer noch sein Captain damit liegt die Entscheidung bei mir doch erneut schüttelte der Vulkaner nur knapp den Kopf Jim war kurz davor durch zu drehen er hasste nichts mehr als in die Schranken gewiesen zu werden besonders wenn es um so ein heikles Thema ging wie eben jenes Jim beruhigt dich wir können ohnehin nichts machen komm erst mal runter mit viel mühe schaffte es Pille doch tatsächlich Kirk von dem bemitleidenswerten Vulkaner wegzuziehen mit einem solchen Gefühlsausbruch kamen die Wesen ohne Gefühl halt einfach nicht klar ohne es zu wagen Jims Oberarm los zu lassen dirigierte ihn aus dem Gebäude hinaus ins Freie die trockene Hitze umhüllte sie fast augenblicklich und obwohl keiner von ihnen jemals auf Vulkan gewesen war wussten sie dass die Verhältnisse dort etwa ähnlich gewesen sein musste kein Wunder also dass sich das übrig gebliebene Volk des Planeten hierher zurückgezogen hatte und um neu zu beginnen und was sollen wir jetzt tun rumhocken und Sandkörner zählen also echt Pille habe bei der Hitze kommt man sicher vor wie in der Sahara schlug McCoy nach kurzem zögern vor die Antwort konnte er sich jedoch schon denken nein ich bleibe hier du kannst ja von mir aus gehen aber ich nicht Spock bei diesen seltsamen Typen allein zu lassen kommt gar nicht in Frage der Arzt konnte sich ein Kopfschüttel nicht verkneifen weißt du Jim ich glaube ich muss dich mal aufklären diese seltsamen Typen wie du sie so schön nennst sind Spocks Volk für ihn wäre das ganze vermutlich ein Urlaub wenn die Bedingungen nicht so beschissen wären also entspann dich endlich wird schon nichts schief gehen widerwillig stimmte der blonde zu wenn gleich ein ungutes Gefühl in der Magengrube übrig blieb hoffentlich dauert es nicht zu lang eine halbe Ewigkeit schien zu Seite bewegt und mit diesen zusammen gewartet anfänglich hatten sie versucht sich durch ein Gespräch abzulenken oder die Umgebung zu erkunden doch schnell zeigte sich dass eine vulkanische Kolonie nicht sehr viel Aufregendes zu bieten hatte alle Anwesenden waren Vorkaholics nichts anderes als Arbeit im Kopf wenn in Freizeit Aktivitäten mal ganz zu schweigen nicht einmal die wenigen Kinder schienen sich zu amüsieren letztendlich hockten sie nur auf einem Stein rum starrten vor sich her und schwiegen bis ihre hart aufgebaute Stille unterbrochen wurde der Vulkaner der sie zuvor nicht in den Behandlungsraum lassen wollte schritt mit monotoner Miene an sie heran nicht das kleinste Anzeichen war in dessen Gesicht abzulesen was Tim unruhig werden ließ was ist los wie geht es ihm platzte es aus dem blonden heraus noch bevor der Vulkaner das Wort an ihn richten konnte mit einer kleinen Spur von Verärgerung nahm das Spitzohr diese unhöflich gestellte Frage hin begnügte sich aber damit gleichgültig wie eh und je zu antworten ihrem ersten Offizier konnte geholfen werden seine inneren Schilde wurden gestärkt und die fremden Komponenten entfernt ein Regenerationszeitraum von 3,5 Tagen ist sehr empfehlenswert Himmel manchmal könnte ich dieses Volk in die Wolken schießen innerlich grummelnd warf Jim seinen Freund einen Seitenblick zu heißt das jetzt er wird wieder bestätigt nickte der Arzt ich denke schon vulkanisches fachchinisch ist zwar nicht meine Stärke aber ich glaube er hat uns eben gesagt dass wir ihn mitnehmen können unter der Bedingung dass er noch ein paar Tage im Bett bleibt stimmt doch oder der schwarzhaarige Mann nickte zustimmt ihre Annahme ist korrekt mit diesen Worten verabschiedete er sich mit einem knappen nicken und schritt davon Jim hingegen klatschte begeistert in die Hände das lasse ich mir nicht zweimal sagen endlich mal gute Nachrichten sie konnten schon bald weiter fliegen und Spock war gerettet einen besseren Ausgang konnte man sich doch gar nicht wünschen oder etwa doch ich muss sofort zu ihm Pille setzt du dich mit der Enterprise in Verbindung und sag ihnen dass sie uns in einer halben Stunde hoch beamen können doch Jim war bereits auf und davon hörte die Worte des Arztes nicht mehr mit einem leicht hilflosen Lächeln auf den Nippen wandte dieser sich nun seinem Kommunikator zu wenn ihm das im Gange war was er vermutete dann konnte diese Angelegenheit noch sehr interessant und kompliziert werden immerhin war Spock nun wieder der alte was soll's ich bin Arzt und kein Paarberater Jim kommt schon wenn er was braucht Schulterzucken klappte er den Kommunikator auf und stellte eine Verbindung zur Enterprise her was zwischen Spock und Jim geschah war immer noch deren Privatsache und manchmal gab es auch Dinge in die McCoy sich Kirk hingegen war so schnell er konnte zu dem großen Gebäude zurückgeeilt dieses mal ließ man ihn ohne wenn und aber zu Spock und mit einem mulmigen Gefühl nahm man dem dem Schwarzhaarigen auf den seltsamen Altar ähnlichen Steinplatz Vulkania und ihre Tradition was auch immer hier drin passiert war solange es seinem ersten Offizier half war er sogar bereit an Wunder zu glauben ein leichtes Zucken am Mundwinkel des Dunkelhaarigen verriet dass er bei Bewusstsein war zumindest teilweise wie geht es dir wagte Jim leise zu fragen ignorierte dabei dass noch immer zwei Vulkania auf der anderen Seite standen und ein paar Gegenstände verräumten nur langsam hoben sich Spocks Augen lieder und es dauerte erneut ein paar Sekunden er sich leise räusperte und zu sprechen begann den Umständen entsprechend gut Captain ein kalter Schauerjagd über Jims Rücken und nur mit Mühe konnte ein heftiges Zurückzucken vermeiden die Stimme des älteren klang so neutral völlig anders als in den letzten Stunden eher so wie ganz am Anfang als sie sich kennengelernt hatten schlagartig erinnerte er sich auch an die Worte des Mannes der sie zuvor informiert hatte sie haben seinen inneren Schilde wieder aufgebaut soll das heißen er hat seine Gefühle wieder unter Kontrolle diese Gedanke beharrte ihm ganz und gar nicht doch er konnte selbst wenn es ihm unglaublich schwer fiel so musste er sich nun zusammen nehmen die letzten Tage war Bock nicht er selbst gewesen vermutlich hatte er nicht ein einziges Wort ernst gemeint was er während ihrer Gespräche gesagt hatte eine Woge der Traurigkeit erfasste ihn und unwillkürlich verfinsterte sich seine Miene aus den Augenwinkeln bemerkte er wie die zwei Vokanier endlich von dannen zogen und sie alleine ließen nachdem er das Geräusch der sich schließenden Tür hinter ihn hörte seufzte er kaum hörbar das ist gut McCoy bereitet alles für unseren Retransfer vor wir können also schlagartig stockte der blonde als er eine Hand auf seiner spürte zögernd wandte er den Blick nach unten blickte erst ihre Hände dann Spock an der schwarzhaarige schien noch immer leicht neben sich zu stehen doch fixierte er ihn eingehend Jim erneut jagte ein Schauer über seinen Rücken dieses Mal war ihr jedoch nicht unangenehm er im Gegenteil es prickelte regelrecht ja was sein Gegenüber schien sich ebenfalls kurz sammeln zu wollen wirkte nun ein wenig unsicher Vulkania sind eine stolze Rasse es gilt als erniedrigend seine Gefühle vor anderen seiner Art zu zeigen kurz fischte seinen Blick zur Tür schien sich erneut vergewissern zu wollen dass sie auch tatsächlich alleine waren aber ich bin ein Mensch die letzten Tage haben mir gezeigt dass man durchaus auch mit Gefühlen leben kann sie sollten nur nicht so in die Extreme gehen aber unterdrücken wäre genauso unklug Jim verstand nicht ganz was sein Blick auch zu verraten schien Spock gesäufzte leise schien sich mit den Worten ebenfalls schwer zu tun dennoch rappelte er sich langsam auf war somit auf Augenhöhe mit dem Sitzenden um es selbst für einen Menschen klar auszudrücken sollte ich wohl auch eure Wortwahl verwenden oder noch immer leicht verdattert nickte dieser wäre gut ich glaube ich stehe auf einer meterdicken Leitung wie erwartet wanderte Spocks Augenbrau kurz in die Höhe doch dann schien er die Metapher als solche zu verstehen an dem was ich vor ein paar Tagen gesagt habe hat sich nichts geändert jedoch an die Art und Weise es zu zeigen keine Offiziersjagd mehr doch meine Warnung bleibt bestehen Dr. McCoy behalte ich im Auge jetzt war der Groschen auch bei Jim gefallen die tonnenschwere Leitung auf der er eben noch gestanden hatte war im Nichts verschwunden du meinst du er stotterte wurde knallrot und brachte letztendlich kein Wort mehr heraus Spock bedachte ihn mit einem skeptischen Blick du solltest das Atmen nicht vergessen als wäre dies tatsächlich der Fall gewesen holte Jim tief Luft atmete dann langsam aus habe ich das jetzt richtig verstanden willst du mir sagen dass obwohl sie diese komischen schilder repariert haben die vulkania wohl habt du noch immer gefühle hast für mich ich erachte es nur als fair dich darüber zu informieren selbst auf die Gefahr hin dass es einschneidende veränderungen herbeiführt war es die einzig logische entscheidung die ich aufgrund der vergangenen ereignisse treffen konnte noch immer völlig baff schüttelte Jim den Kopf lachte dann aber laut auf ihr vulkania so seltsame leute habe ich noch nie gesehen dieses kompliment kann ich nur zurück geben ihr menschen seid nicht anders gespielt im perch schnappte Jim nach luft grinste aber sogleich wieder und dennoch können wir gut zusammen arbeiten das sollte man vielleicht wirklich ausbauen aber vorher lass uns endlich von hier verschwinden diese hitze geht mir auf den nerv und ich habe das Gefühl von allen seiten beobachtet zu werden natürlich war es Unsinn aber die Privatsphäre an der Kabine konnte eben nichts toppen insbesondere wenn es noch über so viele Dinge zu reden gab wie es ihm bevor stand vorsichtig half Kirk Spock auf die Beine stützte ihn leicht als er einen Moment braucht um das Gleichgewicht zu finden wir können auch eine Transportliege nehmen schlug Jim leicht besorgt vor doch Spock wies das Angebot zurück es geht schon mit ein wenig Bewegung sollte sich mein Kreislauf bald wieder stabilisieren okay du bist der Wissenschaftler und hast sicher davon mehr Ahnung als ich gemeinsam schritten sie zur Tür doch bevor Jim die Hand ausstrecken konnte um sie zu öffnen spürte er wie sich Spock ihm zuwandte seine Hand auf Jims Wange legte und somit seine ganze Aufmerksamkeit auf sich legte bevor wir da raus gehen und sich die ganze Aufmerksamkeit auf uns legt möchte ich diese Privatsphäre noch nutzen Jim schluckte hielt unwillkürlich den Atem an und was ohne Antwort zu geben beugte sich der Vokanier weiter vor gab ihn einen fast unsicheren jedoch nicht minder sanften Kuss den Kirk ohne zu zögern erwiderte ein schelmisches Grinsen schließlich auf seine Lippen und auch Spock schien sich kurz hinreißen zu lassen Auf der Enterprise ist das nicht möglich die Folgen wären nicht akzeptabel stimmt ja Jim schluckte zwischen menschliche Beziehung unter den Offizieren waren nicht gern gesehen und führten häufig zur Versetzung da eine Bevorzugung von vornherein ausgeschlossen werden sollte wenn sich das hier also noch weiter entwickeln sollte so mussten sie vorsichtig sein gibt es nicht eine andere Art kurz überlegte Spock griff dann nach Jims Hand und winkelte alle Finger an bis auf den Mittelfinger und den Zeigefinger anschließend machte er dieselbe Geste und legte ihre Fingerspitzen aufeinander dies hier ist die vulkanische Form eines Kusses bei Menschen nicht bekannt und sehr unauffällig langsam strich er über die Fingerkuppe nach oben und die Oberseite der Finger entlang bis zum Handrücken ein angenehmes Kribbeln breitete sich in Jims Körper aus und er schauderte tat dasselbe bei Spock gefällt mir irgendwie hat definitiv was ein leises Klopfen an der Tür ließ sie zusammenschrecken wobei es sich eigentlich um Jim handelte Spock blieb gelassen McCoy's Stimme ertönte von der anderen Seite und er drängte sie endlich aufzubrechen wir kommen ja schon rief Jim durch die Tür und seufzte nicht einmal als Captain konnte man sich das leisten was man wollte na dann ein letztes Mal blickte er seinen ersten Offizier noch an drückte kurz dessen Hand er sich von ihm löste und die aufgeregt und gespannt wie sich das alles weiter entwickeln würde viel versprechend war es allemal